Das Leben ist einfach hart und grausam. Ich habe einen neuen Ausweis gekriegt. Einen Blutspendeausweis. Mein Blut will ja keiner. Spendest du so viel, dass du einen Blutspendeausweis hast, oder muss man den am ersten Mal schon haben? Ich weiß gar nicht, ob man den... Nee, beim ersten Mal brauchst du keinen, aber ich war schon, keine Ahnung, acht, neun Mal oder so. War jetzt eine Zeit lang nicht und will jetzt einfach wieder gehen. Da kriegt man immer Festspende. Das ist voll gut. Ja, ehrlich gesagt, deswegen gehe ich nicht oder so. Das erste Mal bin ich auch gegangen, weil sich meine Schwester an ihrem Geburtstag gewünscht hat, hey, wir gehen jetzt Blutspenden. Und ich, der damals noch so Schiss von Nadeln hatte, war so, aus der Nummer kommst du jetzt nicht raus, mitgegangen. Und hey, was soll ich sagen, da sind einfach Leute, die können das gut und dann tut es auch nicht weh. Ich wollte ja auch immer Blutspenden. Ich habe das als positive Kindheitserinnerung, dass ich mit meinen Eltern öfter mal dabei war und dann gab es immer irgendwie Festsporngeschenke und ich fand das eigentlich immer eine gute Sache. Und dann bin ich tatsächlich, als ich 18 oder 19 war, zum Blutspenden und dann haben die mir Blut abgenommen und haben gesagt, nee, also mit, nee, sie haben mir keins abgenommen. Sie haben in meinen Impfausweis, da steht ja die Blutgrube drin, haben sie reingeguckt und gesagt, nee, also mit der Blutgrube, das Blut können wir nur irgendwie 0,5 Prozent der Menschen geben. Das ist irgendwie Quatsch, das irgendwie jetzt einzusammeln. Aber mir kannst du fast alles geben. Also es ist irgendwie so eine wilde Kombination aus Resus-Faktor und Kell-Faktor und ich bin sehr kompatibel beim Nehmen, aber nicht beim Geben. Aber hast du damals bei deinem Verkehrsunfall auch viel Blut verloren? Hat das dein Leben gerettet so vielleicht auch? Oder kann man das so dramatisch nicht sagen? Ja, doch. Ich habe da schon viel Blut bekommen, ja. Jetzt erzähl mir bitte keiner, dass es jetzt wahrscheinlich ist, dass mein Blut irgendwie den Jürgen irgendwo geholfen hat. Nein, aber also das ist ja was, das ist ja was, das Individuen unter Umständen dazu motiviert, sowas zu machen. Wenn ich sage, ich habe das selber schon mal bekommen, ja, ich weiß, dass das Leben rettet, also ich meine, so ungefähr war es wahrscheinlich auch. Und seitdem bin ich aber dann bei DKMS zum Beispiel registriert. Ja, das kann man auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Weil ich dann nicht Blut spenden durfte. Hm, verstehe, verstehe. Ja, ich spende ein, wie viel Prozent spendet Amazon für ein Institut deiner Wahl, wenn du bei denen konsumierst. So, da ist bei mir auch DKMS so. Absolut wenig, glaube ich. Aber ich bin tatsächlich, früher waren die vom Fußballstadion, vom Frankenstadion waren die gestanden und haben quasi Sample-Knummer. Aber da hat sich niemals bei mir jemand gemeldet. Da wäre ich tendenziell jederzeit bereit. Bei DKMS? Ja, weiter zu spenden und weiter zu interagieren. Aber irgendwie bin ich da nicht wirklich auf der Liste bei denen. Schreiben die dich nicht jährlich mal an? Nö, bei mir aber auch nicht. Aber ich glaube doch, die melden sich on demand bei dir, oder? Nee, nee, nee. Die melden sich jährlich mit so, oder vielleicht auch zweijährlich oder so mitnehmen. Hey, wie geht es Ihnen eigentlich? Oder vielleicht ist es nur bei mir so, weil sie wissen, dass es mir scheiße geht. Vielleicht machen sie es auch nur bei mir. Das kann auch sein. Aber ich kriege regelmäßig... Schattenfreude, DKMS. Ich kriege regelmäßig Post von denen und muss dann so, wie geht es Ihnen auf einer Skala von 1 bis 10? Waren Sie im Krankenhaus seit der letzten Befragung? Und so weiter. So Quatsch ausfüllen. Ach, krass. Nee, das kenne ich gar nicht. Kennst du nicht? Ich hatte aber auch bisher nur einmal ein Uh, ihr Blut könnt... Ihr Dings könnte... Ihr Knochenmarkt könnte vielleicht für jemanden passen. Machen Sie mal eine Feintypisierung. Und da habe ich dann aber nichts mehr gehört davon. Ah ja, da hatte ich noch keine bisher. Ja, also weiter als das bin ich auch noch nicht gekommen. Also ich habe noch nicht gespendet. Das klingt, als würde man so ein Level durchspielen. Na, bis dahin bin ich noch gekommen, aber dann kommt eine Tür, ich komme da nicht weiter. Ja, man will ja auch nicht... Das muss doch so unglaublich... Ja, man will das, glaube ich, auch nicht unbedingt, weil es ist, glaube ich, super eklig und schmerzhaft. Aber irgendwie will man es dann ja schon. Wenn man sich für sowas anmeldet, will man auch spenden. Boah, ohne Scheiße. Ich glaube, das hätte ich... Also ohne zu zögern wirklich... Also manchmal sagt man das so, aber ich würde das wirklich... Das finde ich so befriedigend. Ja, voll. Sag ich ja. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist so ein Ding, wo ich sofort... Das würde meiner Seele sehr gut tun. Ja. Wo ich auch sofort sagen würde, ja klar, mache ich es. Und dann denkt man sich jeden Tag vor dem Eingriff, Scheiße. Und dann tut es weh. Scheiße, es wird wehtun. Scheiße, es wird wehtun. Warum mache ich das eigentlich? Scheiße, es wird wehtun. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich im Kopf, was das irgendwie für die Person tut, die du da hilfst. Von daher... Hypothetische Frage. Würde dir eine Niere spenden? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Also unter einer Bedingung, dass ich das Leben eines mir lieben Menschen rette? Ja. Und ja. Also nicht jedermann. Es muss ein dir lieber Mensch sein. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie rar Nieren sind und wie selten und wie problematisch das ist. Gibt es beim Hetzger, der verkauft die, der Zürcher, der verkauft die. Ich habe mir noch gedacht, ich sage es, aber nein. Genau, insofern. Aber ich kenne tatsächlich jemanden, der drei Nieren hat und das ist irgendwie seltener als sechsrichtig im Lotto. Und sie sagte, sie möchte lieber die sechsrichtigen im Lotto haben. Neulich wurde ein Kind mit drei Penisen geboren, aber das tut nichts zur Sache. Das ist bei dem Mädel tatsächlich nicht der Fall. Aber ich glaube, vier Nieren ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und dann ist es doch auch, dass die gar nicht voll ausgebildet sind. Was? Da vier? Ja. Drei. Zwei sind ja normal. Und die Freundin, die ich habe, die Bekannte, die hat drei. Und vier ist auch möglich, oder was? Ich hätte gedacht, dass es schon sein kann, dass du da mehr haben kannst, die dann aber nicht alle voll ausgebildet sind. Also das ist eigentlich ein bisschen schlechter, als normal zwei zu haben. Wenn du deinen Zwillingen verschluckst. Also halt aus Versehen im Mutterleib, oder? Ja, genau. Genau. So wird es sein. Genau. Jetzt war schon irgendwie die Gefahr da, dass wir zu ernst und zu seriös und zu glaubwürdig werden. Und jetzt kommen hier verschluckte Zwillinge. Ich glaube, wir können anfangen. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sind mal wieder. In einem sonnendurchfluteten Raum. D wie? Dominik. In einem Kellergewölbe J wie? Jürgen. Und gegenüber einer Kirche P wie Philipp. Hallo. Jetzt muss ich mich echt konzentrieren, dass ich nicht beim falschen Buchstaben meinen Namen sage. Ah, ich habe gedacht, ich mache es eindeutig, ganz eindeutig, dass nichts schief geht. Also als du P gesagt hast, habe ich gedacht, nee, wir haben doch niemanden mit P, der mit P anfängt. Das ging mir genauso. Man hat das irgendwie gar nicht irgendwie, wenn man das halt so F ausspricht, das ist echt furchtbar. Es ist auch, dass meine Schwester einen, die hat einen Vornamen, der mit K beginnt, und die hatte ganz lange den Spitznamen K oder hat ihn auch immer noch. Mein Bruder hat einen Buchstaben oder einen Namen, der mit dem Buchstaben M beginnt und hat deswegen den Spitznamen M. Bei mir funktioniert das einfach nicht, weil P halt, naja, könntest du ein griechisches Vieh nehmen, aber ja, komm, das ist dann auch komisch. K ist quasi für alle in Franken, es ist ein hartes G. Ja, genau, ein hartes G. Ein hartes G. Das fand ich auch so schön, dass ich die Tage hier auf der Dachterrasse ein Gespräch darüber hatte, wie es so ist, in Franken zu unterrichten als Deutschlehrer, dass man da plötzlich Buchstaben auseinanderhalten muss, wo man im Rest Deutschlands wahrscheinlich keinerlei oder wo man nicht mal auf die Idee kommen könnte, dass die verwechselt werden würden. Aber Philipp, ich weiß nicht, was du auf der Dachterrasse machst, weil tatsächlich ist das überhaupt nicht so cool wie die Achterrasse. Ah, das meinte ich ja. Ho, ho, was für ein Übergang. Erzähl mir davon, Dominik. Nein. Und wir sie jetzt anrufen. Erzähl mir wirklich gedacht so, also bei Dachterrasse muss man irgendwie da die Überleitung schaffen. Wir haben es ja schon in der letzten Folge gesagt, haben auch Social Media es auch noch mal verbreitet, auf Twitter und auf Facebook. Wer uns unterstützt oder unterstützt hat, sei es durch Spende oder Gastauftritt, der darf sich über einen exklusiven Community-Zugang freuen. Und falls ihr Bock habt, schreibt uns einfach eine Mail an Sonnen auf der Achterrasse. Und auf der Website gibt es auch noch ein bisschen Details. Aber im Wesentlichen haben wir da einen exklusiven Discord-Channel, wo wir quasi diejenigen, die wollen und uns auf unserer Reise unterstützen, herzlich willkommen heißen. Und es sind da schon eine schnuckelige kleine Runde mit vielen lieben Menschen. Und auch du kannst dabei sein. Wichtig. Es geht nicht darum, dass ihr hier regelmäßig Geld einwerfen müsst. Also das kostet nichts im Monat oder sowas, sondern das ist einfach für alle, die uns mal was gegeben haben oder sich an den T-Shirt-Aktionen beteiligt haben und ähnliches, so ein bisschen Danke zu sagen und so ein bisschen einen direkteren Feedback-Kanal zu kriegen. Und hey, mit euch abzuhängen. Also ihr müsst nicht, aber ihr dürft. Genau. Toll. Das war mir jetzt nochmal wichtig zu sagen. Ihr müsst. Es ist ja da noch mehr geboten. Es ist ja ein Kanal, wo man mit uns in Verbindung treten kann und auch mal irgendwie, keine Ahnung, über irgendwelche anderen Themen quatschen als Leute, die irgendwann mal gestorben sind und vorher was Cooles oder nicht so Cooles getan haben. Wir wollen da aber auch in Zukunft noch ein bisschen mehr machen. Und zum Beispiel wird es da exklusive, also keine exklusiven Inhalte geben, aber vielleicht trotzdem exklusive Angebote. Sowas wie einen speziellen Feed, wo es dann nur die Hauptfolgen von 8 drin gibt oder einen Feed, wo es nur die Bonusfolgen drin gibt, weil das schon mal gewünscht wurde. Oder vielleicht auch noch ein paar andere Dinge, die wir uns in Zukunft noch ausdenken. Ist ja voll die Trendkost. Aber hallo. Und ohne zu viel zu verraten, aber in Sachen Kleidung wird es demnächst auch was geben. Das finde ich total anziehend. Wir haben ja neulich schon mal eine Runde T-Shirts, Plober und Tassen unter das Volk gebracht. Und was soll ich sagen? Es kam gut an und wir machen weiter. Ja, es ist sehr super, weil wir uns voll jetzt committed haben, das Thema voranzutreiben und wir vorhin mit uns gerungen haben, ob wir nicht eine Deadline nennen können, wann das Ganze losgeht. Und wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir höchstwahrscheinlich vielleicht im Mai damit anfangen werden. Naja, also wir können ja komplett transparent sein. Wir sind gerade dabei, dass wir uns den Shop anschauen, wie wir das am besten quasi in einer vernünftigen Form anbieten können. und sind gerade dabei mit einer begnadeten Visualisierungsexpertin, auch Grafikerin genannt, die T-Shirts, T-Shirt-Motive zu finalisieren. Und ja, also ich glaube, das wird schön. Ich sag's, wie es ist. Und diesmal auch Mädelkatz werden dabei sein. Auch ganz, ganz großer Wunsch beim letzten Mal, dass wir für die weiblichen Wesen quasi einen extra Schnitt haben. Und völlig berechtigter Einwand wird es diesmal geben. Und was aber, glaube ich, wichtig ist, was wir, glaube ich, auch sehr, sehr oft noch wiederholen und betonen werden, das wird zeitlich limitierte Motive geben. Also das wird so sein, dass wir ein Motiv ankündigen und dann einstellen. Und dann kann man das für eine begrenzte Zeit kaufen. Und danach ist es dann erst mal weg. Ob das dann wiederkommt, da verhandeln wir noch. Aber es ist schon so, dass wir dann wechselnde Motive haben werden, die man so nacheinander, also das wird kein Shop sein, wo man immer alles kaufen kann, sondern das ist eher so ein bisschen so Shop meets Crowdfunding. Ja, wo man so ein paar Bestellungen für ein Motiv einsammelt und dann T-Shirts produziert und dann gibt es irgendwann wieder ein neues Motiv. Und was sagst du jetzt Leuten, die das in zwei Jahren erst hören? Ja, die wissen das natürlich, weil das ja dann bestimmt in zwei Jahren auch noch so läuft. Ah, verstehe. Wisst ihr, wer heute Geburtstag hat, an dem Tag, an dem das rauskommt? Das Ding ist, dass du es halt vorhin schon verraten hast, sonst hätte ich es nicht gewusst. Tja, das ist immer so diese Vorbesprechung zur Sendung. Alles Gute zum Geburtstag, Josch. Diese Person gibt es ja wirklich. Mit solchen Brücken. Also ich hätte es jetzt auch nicht einfach beantwortet mit Nein, Philipp, sag es mir. Ich hätte auch irgendeinen dummen Spruch gebracht. Ich hoffe, dass der Josch seinen Geburtstag nicht verschlafen hat. Aber so weit ist es dann doch nicht. Das hatte ich tatsächlich mal einen Kumpel von mir, der hat im Studium, der hatte wirklich so, ich weiß nicht, eine leichte Form von Schlafkrankheit. Innerhalb von kürzester Zeit ist der eingeschlafen. Also das war bemerkenswert. Aber nur während der Vorlesung. Naja, tatsächlich auch so im Auto. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ich weiß nicht, ob er gefährdet gewesen wäre, wenn er selber gefahren ist. Das ist tatsächlich nichts, was ich beurteilen kann. Aber ich weiß, dass er wirklich innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde bis fein eingeschlafen ist in meiner Gegenwart. Ich glaube, das klingt viel lustiger, als es ist. Ja, tatsächlich. Ja, ich meine, gerade wenn du, ich meine, das gibt es ja, dass du dann halt kein Kfz führen darfst, weil du halt ein Nick gefährdet bist. Genau. Das ist unschön. Eine Freundin von mir muss im Endeffekt, das ist wie so Aufputschmittel nehmen. Das heißt, die hat einen Vermerk im Führerschein, dass sie nur unter dem Einfluss von gewissen Medikamenten Auto führen darf, weil sie sonst gefährdet ist, dass sie einschläft. Das ist aber schon irgendwie, also auf einer Party ist das tatsächlich schon ein cooles Smalltalk-Thema. So, hey, du, schau mal auf meinen Führerschein. Ich ziehe hier noch eine Line und dann fahre ich euch alle nach Hause. Ja, aber ich glaube, das funktioniert genau andersrum. Ich glaube, da bist du dann halt, also du kriegst da ja Dinge, die funktionieren tatsächlich wie Party, Drogen und Co. nur ohne den Lustig-Mach-Faktor dabei. Und du bist ja dann nur auf dem Level, den andere Leute normal haben. Also so richtig geil ist das, glaube ich, nicht. Ich finde es aber super cool, dass es da die Lösung gibt unterdessen. Ja, scheiße. Ich hätte jetzt gedacht, dass tatsächlich die Lösung ist, dass solche Leute nicht Auto fahren dürfen. Und ich finde es total klasse, dass das geregelt ist, dass man entsprechende Mittel nehmen darf und soll. Also ich bin mir da auch nicht völlig sicher. Das war was, was ich durch Hörensagen erfahren habe. Von daher irgendwie take it with a grain of salt. Macht irgendwie selber Recherche, wenn ihr davon hört. Aber vielleicht kann das ja ein Hinweis sein, wenn irgendjemand tatsächlich wirklich betroffen ist, sich da mal schlau zu machen. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten. Ich will es glauben. Ja. Ich habe ja tatsächlich auch so einen Wisch in meinem Geldbeutel, wo draufsteht, dass ich prinzipiell unter dem Einfluss von Marihuana Dinge tun darf. Aber das hat halt rechtlich auch keine große Relevanz. Also es gibt da so Zettel, die dir der Pharmahersteller dann ausstellt. Aber das ist nicht unbedingt vor Gericht haltbar. Ja. Dafür leben wir einfach dann doch zu sehr in Bayern. Ja, voll so auf dem Auto fahren ist okay. Aber irgendwie so hier andere Dinge. Nein, nein, das geht nicht. In Maßen. Genau. Okay, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass das da nicht bindend ist, so am Ende des Tages. Ja, es ist noch nicht so richtig rausgestritten quasi. Du brauchst ja immer einen Präzedenzfall. Und danach ist es quasi immer so wie in diesem Präzedenzfall. Und es gibt irgendwie diesen Präzedenzfall noch nicht so richtig. So hat es mir mal jemand erklärt. Aber hättest du da keinen Bock drauf, jetzt das so? Auf einen Präzedenzfall? Ja. Also unter Drogen mal irgendjemanden umfahren und dann mal raus. Ja, warum nicht? Kommt drauf an, wen ich mal umnieten soll. Rent across. Jetzt buchen. Oh Gott, oh Gott. Rent a renting across. Oh Gott, oh Gott. Nee, nee, ich renne nicht. Ich fahre dann. Apropos Präzedenzfall. Wir haben, hey, unsere ersten Audiokommentare. Weil bei uns auf der Homepage steht das minus a.ch. Kann man jetzt unten schön ein, schick uns auch einen Audiokommentar anklicken und dann in sein Mikrofon sprechen. Ja, und geil, jetzt weiß ich endlich, dass es auch funktioniert. Also vielen, vielen Dank dafür. Spiel doch mal ein, Philipp. Gut, wir haben nämlich zwei Stück. Erst den kurzen oder erst den langen? Das ist mir vollkommen wurscht. Gut, dann fange ich hier an mit Leo und Sebastian. Hallo. Wir wollen einen Audiokommentar hinterlassen und einfach sagen, wie geil wir euren Podcast finden, den wir immer beim Zocken hören und den ich ab und zu höre, wenn ich meine Roy-Mann-Minifiguren zusammenbaue. Unsere Lieblingsfolge ist Zinovi und seine Flotte der Verdammten. Macht weiter so und bitte macht mehr Folgen über das russische Zahnreich, weil die extrem unterhaltsam sind. Viele Grüße aus dem Kolleg-Stand Blasien, in Schwarzwald schicken, Leo und Sebastian. Tschüss. Gut eingesprochen. Bescheidenheit ist eine Ziel, besser lebst du ohne ihr. Ich mag A, dass sie einen Kommentar am Schluss haben und es offensichtlich, entweder sie machen das öfter, dass sie Sachen ordentlich einsprechen oder sie haben es ein paar Mal geübt, weil das war ja richtig, richtig flüssig. Also ich finde es auch mega, dass sie sich zu zweit da hinsetzen, um den Kommentar einzusprechen und das ist vielleicht auch eine tolle Funktion, die mal Erwähnung finden sollte. Man kann was aufnehmen und muss es dann aber nicht abschicken. Also man kann tatsächlich zehn Aufnahmen machen und dann nur eine abschicken. Das ist eine ganz tolle Kommentarfunktion. Also ihr seid der erste Einspieler. Ich habe tatsächlich die erste Folgefrage auch. Die darf gerne auch eingesprochen werden. Welche Spiele werden denn gezockt? Das würde mich tatsächlich interessieren. Und ist Total War Warhammer dabei? Das ist ja eigentlich die logische Konsequenz aus dem, was die beiden gesagt haben. Stimmt, sie haben jetzt auch gar nicht gesagt, ob es das 40K oder das klassische Universum ist, oder? Also von den Minifix bemalen. Okay, jetzt wird es ganz schön nerdig. Ja, also ihr seht, wir können mitreden. Zumindest auf Oberflächen. Ja, aber wirklich nur Oberfläche. Ich wollte gerade sagen, bei Warhammer war ich nie drin. Ich weiß auch nicht, ob Total War ein Begriff ist, der dazu passt. Oder ob das nicht aus einer anderen Reihe kommt. Nein, nein, Total War. Echt? Naja, das ist ja die Total War Strategiespiele haben irgendwann quasi den Flavor Warhammer gekriegt. Echt? Also ist der da was Dusche, oder mehr als ich? Naja, das ist quasi Geschmacksrichtung Warhammer. Gibt es zwei Teile. Und die müssen sehr, sehr gut sein. Ja, ja. Der Schmidt kennt ja aus. Fantastisch. Nicht schlecht und auch toll ist auch unser nächster Kommentar. Den spiele ich einfach mal ab. Das ist jetzt der Test, ob das klappt. Also, okay. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es klappt. Und dass ich gerade aufzeichne. Und dass ich live in eurem Podcast bin. Hallo. Zuerst mal mega großes Kompliment zu dem supergeilen Podcast. Also ich bin jetzt schon seit mehreren Jahren dabei. Und ich höre jede einzelne Folge. Und inzwischen bin ich auch ausgewandert. Und freue mich einfach jedes Mal, wenn ich wieder so einen fränkischen Einfluss in mein Leben einbauen kann. Also jedes Mal, wenn ihr eine Folge rausbringt, dann freue ich mich wie ein Schnitzel. Und genau. Ich habe es auch, glaube ich, dem Jürgen schon mal geschrieben. Verzeihung. Dem Jürgen. Also meiner Meinung nach werden die Folgen immer besser, je mehr Dominik leidet. Und je länger sie werden, desto besser. Und auch je absurder und widerlicher sie werden, desto besser werden eigentlich eure Folgen. Und in dem Sinne, viel Spaß. Macht weiter so. Und haut rein. Ciao. Sehr gut. Ich finde, wir sollten den Ausdruck prägen, nicht ich freue mich wie ein Schnitzel, sondern ich freue mich wie ein Scheiferler. Ich freue mich wie ein Scheiferler. Ich habe den Namen jetzt nicht parat von dem Hörer. Das war, glaube ich, die sympathischste Darbietung des unsympathischsten Inhalts, den ich seit langer Zeit gehört habe. Nein, Spaß beiseite. Das war sehr, sehr nett. Und auch hier sehr professionell angesprochen. Wir haben offensichtlich hochintelligente Hörerinnen und Hörer. Das stimmt. Ich glaube, es war Matze. Der Matze. Sehr, sehr gut. Aber eine saublöde Frage, was waren da jetzt das Kurz und was waren da jetzt das Lange? Das Zweite oder das Länge. Echt, ich hatte das Gefühl, dass die absolut gleich lang waren. Das eine sind 31 Sekunden, das andere eine Minute und zehn. Echt krass. Aber siehst du, wie kurz, weil ich solche Kommentare sehne. Von daher schickt uns mehr. Mehr. Mehr davon. Und ich möchte zwei Sachen in der Geschichte noch betonen. A, wie krass es für mich immer noch ist, zu hören, ein, ich höre das jetzt schon mehrere Jahre. 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 Aber tatsächlich ist es was, was wir unbedingt noch erwähnen müssen. Wir haben nämlich, es gibt ja viele Menschen, die uns unterstützen. Das ist ja auch der Grund, warum wir die Acht-Terrasse gegründet haben, um da quasi zurückzugeben der Community. Und wir haben ja in der Vergangenheit oftmals halt am Anfang vorgelesen, wer uns jetzt wieder zeitnah mit einer Spende oder dergleichen unterstützt hat. Diesmal wollen wir das ein bisschen anders angehen, weil es wird mal Zeit, dass wir wirklich mal im größeren Ausmaß Namen verkünden. Und da ist uns ein göttlicher Wortwitz eingefallen. Jürgen, was werden wir dieses Mal tun? Da ist uns ein göttlicher Wortwitz eingefallen. Sehr schön, wie er sich mit meinen Federn schmückt. Aber wir werden uns, es wird sicher eine Kapitelmarke geben, gell, Philipp? Wir werden uns am Ende der Folge bedanken und das ist dann unser Ende-Dankfest. Also dranbleiben. Also das finde ich aus einem Grund richtig dumm. Warum sagst du es jetzt schon? Das wäre so gut gewesen, einfach am Ende das zu sagen, dass das kommt. Jetzt hast du schon gesagt, das ist so wie, hey Leute, ich erzähle jetzt einen Witz, passt auf. Und dann erzählst du einen Witz. Na, das ist dumm, wenn du ihn dann gleich erzählst. Aber wenn man sagt, das kommt am Ende, das ist doch, ich muss doch die Spannung, weißt, aufs Ende lenken und dranbleiben. Es ist auch tatsächlich so schön bei uns. Und das haben wir ja beim, wir haben es gerade, unser Eingangsgespräch ja schon erwähnt, dass wir das ja immer führen. Und das ist, wir sind seltenst einer Meinung, wie jetzt irgendwas richtig gemacht wird. Es ist einfach so schön, wie einfach drei unterschiedliche Meinungen, die man vorherrschen. so, das muss unbedingt am Anfang gesagt werden. Das darf man auf keinen Fall am Anfang sagen. Aber ich glaube, das macht irgendwie auch Spannung. Wir brauchen eigentlich gar nichts mehr. Ja genau, absolut so. Ich glaube, dass da auch ein bisschen unsere schöne Dynamik, weil wir haben, glaube ich, da immer eine Spannung drin, die nie ins Negative abschwingt. Zumindest nicht in den Aufnahmen. Jetzt hören wir aber auf mit dem Selbstlobby, jetzt reicht es mal. Eine Spannung, die selbst uns jedes Mal wieder überrascht. Sehr gut. Dann geht es ja quasi los, oder? Ja, bringt ja sonst nichts. Achtung, Moment, Stopp. Was ich jetzt mache? Das ist eine Dose. Dosenbier. Was gibt es denn in der Dose? Ravioli. Budweiser, Budweiser, Original, Tschechlager. Oh, das ist gut. Und das Geile ist, wisst ihr, was da unten draufsteht? Owned by the Czech Republic. Das ist anscheinend verstaatlicht. Ja, ja. Das war mir nicht bewusst. Wenn man mehr darüber hören will, jetzt hätte ich gerne die Folgen nochmal parat. Aber wir haben da schon mal drüber geredet. Ich glaube, Folge 10 oder 11 oder so. Die Prohibitionsfolge? Hm? Ja, ja, genau. Dass das verstaatlicht ist, weil dass wir über Budweiser gesprochen haben, das weiß ich, aber das ist verstaatlicht. Ich bin nicht sicher. Ich nehme an, dass der Faktor auch mit drin ist. Aber vielleicht auch nicht. Hören Sie nach. Ach, Folge 11. Deutsches Bier und die Prohibition. Ich weiß ja schon nicht mehr, was ich vor einer halben Stunde gemacht habe. Dann kann ich auch nicht wissen, was ich vor, was, wie viel? Drei Jahren ungefähr? Ah, echt. Ich muss trotzdem, ein Dank muss ich noch loswerden. Cornelis, der hat mir nämlich das Thema geliefert. Danke. So, jetzt kann es losgehen. Ich bedanke mich noch nicht, weil es kann ja sein, dass ich leiden muss. Und ich will nicht leiden. Aber dann, wenn du dich nicht bedankst, bedanken sich andere. Also von daher würde ich da einfach drüber hinweg gehen. Ich glaube, es bedanken sich mehr, als sich Dominik alleine bedanken könnte, einfach in der Quantität, weil das ja viel mehr Leute sind. Boah, ich hätte echt irgendwie, also irgendwann, wenn wir wirklich so die weltweite Bekanntheit haben werden, die wir verdient haben, werden sich vielleicht auch wirklich Menschen so philosophisch mit uns auseinandersetzen. Und dann, ich würde echt gerne so ein Paper drüber haben, was irgendwie philosophisch, was so moralisch richtig ist, so dass einer richtig leidet und alle anderen dadurch Spaß haben. Oder dass der eine dann weniger leidet und die anderen weniger, und weniger Freude dadurch generiert wird. Das würde ich einfach gerne lesen. Wir brauchen eine Podcast-Version vom Trolley-Problem, meinst du? Wenn das das Trolley-Problem ist, dann ja. Hast du dich eigentlich schon mal bedankt, Dominik, hier bei mir? Nee, ne? Für was? Weiß ich nicht. Dafür, dass du nicht leiden musst. Also dann nehme ich doch lieber den Weg von Matze und seinen Dank, weil von dir kommt ja keiner. So weit kommt es noch. Ist die Entscheidung eigentlich ziemlich einfach. Danke, Herr, dass ich nicht leiden muss. Aber da würde ich es doch wie Spock halten, dass der Spaß von vielen wiegt schwerer als das Leid von einem. Der Spaß von vielen wiegt schwerer als das Leid von einem. Der Spaß von vielen. Das Original ist das Wohl von vielen wiegt schwerer als das Wohl von wenigen oder einem. Also das heißt quasi, Dominik, dir kannst du ruhig schlecht gehen, ist uns wurscht, solange wir drüber lachen können. Aber das ist, was der Philipp gerade gesagt hat, könnte man eigentlich auch auf eine Tasse drucken. Das ist halt ein Ding aus Star Trek. Also, Hörer und Hörer, lasst uns wissen, ob wir das quasi auch als Druck anbieten sollen. Geklaute Zitate, das ist ein ganz großes Ding. Dominik's Leid ist meine Freude. Das Dominik's Leid ist meine Freude. Also, in so einer Runenschrift sofort. Ich habe jetzt eher an so ein Wand-Tattoo gedacht. Ja. Boah, gibt es Wand-Tattoos noch? Natürlich. Ich habe gehofft, das ist ausgestorben. Ja, nichts stirbt wirklich. Alexander Joseph Patrick Wilson. Der ist aber auch wirklich wirklich schon gestorben. Der ist tot. Der ist tot. Das steht fest. Der wird nämlich am 24. Oktober 1893 in Dover geboren. Ja, es gibt kein Szenario, wo der noch lebt. Nein. Seine Familie hat harten Militärhintergrund. Also, der hat irgendwie einen Großvater in der Army. Der hat damals irgendwie das Army Hospital Corps mitgegründet und hat quasi so den Grundstein mitgelegt zur professionellen medizinischen Versorgung von Soldaten. Und auch der Vater war irgendwie in Kriegen unterwegs, im Burenkrieg zum Beispiel, und hat sich da irgendwie verdient gemacht. Also, die kommen aus einer... Was? Im Hurenkrieg? Burenkrieg. Im Burenkrieg. Das ist schon klar. Mensch, geht doch mal auf meine Hammergags ein. Ich habe wirklich Hurenkrieg verstanden. Aber ich habe um den Rekord... Das klingt jetzt wirklich wie so ein Blaxploitation-Film aus den 70ern. Um den Rekord für die schnellste Abgleisung zu schaffen, gleise ich jetzt an dieser Stelle schon ab. Ich habe nämlich den goldenen Handschuh angeschaut. Und ich glaube, das zeigt viel über meine Verrohung aus, dass ich den äußerst amüsant fand. Ich habe ihn gelesen und ich habe mir gedacht, ehrlich gesagt, ich will ihn mir nicht angucken. Und zwar nicht, weil ich mir denke so, uh, das ist dann zu eklig, sondern das ist so krass, was für Bilder das im Kopf macht. Das kann kein Film. Also, es ist wirklich... Und die zeigen dann am Schluss, zeigen die quasi im Abspann die Originalfotos von damals, wie der Typ aussah und wie die Wohnung aussah und so. Und deuten an, dass das extrem nah an der Wahrheit dran ist. Und das ist unvorstellbar, dass quasi ein Mensch so... Also, gar nicht mal so sehr die Taten... Also, die Taten sind nicht das Schockierende, sondern die Umstände, wie der gelebt hat und die Arten... Also, der tut dann zum Beispiel die Leichenteile so in einem Verschlag in seiner Wohnung verstecken und die stinken halt. Also, über fünf Jahre oder so müffeln die vor sich hin und jeder, der diese Wohnung betritt, der fällt beinah erst mal um und er hängt halt dann irgendwie total provisorisch irgendwelche Duftbäumchen auf und so. Also, es ist wirklich völlig absurd. Also, wer sich für menschliche Abgründe interessiert, dem sei der Fatih Aki im Film der goldenen Handschuh wärmstens ans Herz gelegt. Aber das finde ich jetzt schon interessant, dass dich das eher amüsiert als irgendwie fertig macht und bei der, ja, von uns so geliebten Folge, wo du, ja... Ich glaube, das Ding ist auch, dass ich wusste, was auf mich... Also, A, da ging es ja um Liebe und B, deshalb bin ich immer empfindlich. Heute geht es auch um Liebe. Das ist wie bei Terry Loves Love und zweitens wusste ich da nicht, was auf mich zukommt und bei dem goldenen Handschuh habe ich mich aufs Schlimmste eingestellt. Aber, Jürgen, es geht um Liebe. Ja, ich habe mit dem Benachricht. Es geht heute auch um Liebe. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Das ist doch schön. Ja, dann nehme ich doch gleich mal einen Schluck Bier. So, jetzt habt ihr mich schon gleich hier nach dem ersten Absatz. Frage ich doch gleich mal ab, wie hieß der Herrmann, um den es geht? Er wurde in Dover geboren. Und er hat halt einen Militärhintergrund, die ganze Familie. Ich habe mir nicht überlegt, was ein weicher Militärhintergrund ist. Ihr habt euch auch so den Namen nicht gemerkt. Also, er hieß Alexander und verwirrenderweise hieß sein Vater auch Alexander. Ist ja jetzt nicht ganz unüblich, dass man die Kinder nennt wie den Papa. Ja, es ist aber immer verwirrend irgendwie. Aber das wird später noch vielleicht relevant oder auch nicht. Ich habe irgendwo mal in meinem Familie einen Stammbaum, Klammer auf, den nicht allzu weit zurückreicht, Komma, den nicht besonders edel ist oder irgendwas. Ich fand es einfach irgendwann interessant und ich wollte einfach von, gerade von Verwandtschaft, die dann schon ein betagteres Alter hat, mal ein paar Sachen wissen und habe deswegen angefangen, Sachen aufzuschreiben. Da gibt es einfach irgendwann einen Vorname, Nachname, den Vierten. Und ich so, what the fuck, warum hat der irgendwie, der Vierte, das klingt ja voll edel oder sowas. Bis du dann halt nachguckst, nee, der Standesbeamte hat halt einfach irgendwann angefangen, die durchzunummerieren. Weil es einfach vier Leute nacheinander gab, die jeweils ein männlichen Nachkommen hatten und den einfach immer gleich benannt haben. Jetzt sag ich, das war ein Missverständnis und das war der Fürther, also der nicht aus Nürnberg kam, sondern aus Fürth. Ah nee, die Ecke meiner Familie, in der das war, die kommt glaube ich eher aus der Pfalz, von daher. Ah, dann geht es natürlich nicht. Genau. Die Mama kam aus Irland, Annie O'Toole, ein sehr irischer Name, wie ich finde. Ich wollte gerade sagen, das wäre so ein Lucky Luke, Nebencharakter, ihre O'Toole fertig. Aber die, das Verhältnis zwischen Irland und England ist ja die meiste Zeit in der Geschichte und wahrscheinlich auch heute nicht so richtig super. Und deswegen fanden die Vorgesetzten von dem Vater, fanden diese Ehe nicht gut. Und deswegen haben sie ihn nach Hongkong zwangsversetzt. Was ich irgendwie sehr drastische Maßnahme finde. Aber die Liebe findet einen Weg. Sie ist ihm dann nachgereist und sie haben dann in Hongkong geheiratet. No. Aber da ist auf jeden Fall schon Geld vorhanden, weil nach Hongkong reisen ist ja auch nicht so einfach so. Naja, es ist vor allem anstrengend. Ja, es ist vielleicht auch teuer, aber es ist, glaube ich, vor allem anstrengend. Okay. Ohne, dass ich es jetzt völlig entgleisen lassen will. Habt ihr damals dieses, oh, wie heißt denn dieses Spiel gespielt, wo man auch nach Hongkong reisen muss? Das ist so ein sehr erzählendes Spiel. Damals für die Dreamcast kam das, glaube ich, raus. Mensch, wie heißt denn das? Keine Ahnung. Shenmue. Shenmue, danke schön. Jetzt kann man so ein Brettspiel, wie ist das, die Peking-Ente? Nee, wie ist das? Nein. Nee, ich meine wirklich Shenmue. Du hast recht. Nein, nein, ich habe es nicht so mit, ich bin nicht so Japanophil. Falls jemand eine Empfehlung hat für eine richtig, richtig authentische Peking-Ente, es gibt ja nur eine Handvoll chinesische Restaurants, die wirklich authentisch chinesisch kochen in Deutschland, der soll mich das bitte wissen lassen. Ich bin hochgradig interessiert. Und egal wo in Deutschland oder dann wirklich so Nürnberger Ecke? Du, in Nürnberger Ecke gibt es nichts. Ich glaube, in München gibt es, in Düsseldorf habe ich schon gehört. Aber falls irgendjemand sich angesprochen fühlt, dann nehmen wir bitte Kontakt mit mir. Falls sich irgendeine von diesen Enten angesprochen fühlt. Ja, quack, quack. Also, sie, wir sind jetzt in Hongkong, da heiraten sie, kommen dann aber irgendwann wieder, haben Nachwuchs, den Alexander, der eigentlich auch von den meisten einfach nur Alec genannt wird. Und das, der entwickelt sich zu einem hübschen jungen Mann, der schon in seinen Jugendjahren dann als Schiffsjunge auf englischen Militärschiffen unterwegs ist. Und zur Schule geht er dann zeitweise auch wieder in Hongkong. Ich glaube, sie waren vorher schon mal in England und gehen dann aber wieder nach Hongkong. Und dann geht er da ein Stück weit auf die Schule, später aber auch in England, wo er dann sogar bilingual unterrichtet wird, in Englisch und Französisch. Nicht schlecht. Als Jugendlicher oder eigentlich schon als junger Erwachsener dann im Alter zwischen 18 und 21 geht er wahrscheinlich zur Handelsmarine. So ganz genau wissen wir das heute nicht. Wir wissen nur, dass er 1914 dann bei dem Royal Navy Air Service anheuert. Also bei der Flugabteilung der Royal Navy. Und von da wechselt er dann aber kurze Zeit später zur Army. Sekunde, sind es dann sozusagen die, die Flugzeugträger haben, oder? Ich weiß nicht, ob die 1914 schon Flugzeugträger haben. Keine Ahnung. Aber wenn du sagst, die Flugabteilung von den zur Seefahrenden. Da sind wir da schon mal draufgekommen. Ich habe irgendwie, ich glaube, dass alle Abteilungen alles haben so gefühlt. Ich glaube, das Heer hat sogar Schiffe im blödesten Fall. Also das stimmt wahrscheinlich jetzt nicht, aber Flugzeuge hat gefühlt jeder so. Aber Coca-Cola hat sogar eine Kriegsmarine mal gehabt, zeitweise. What? Ja. Kennt ihr die Story nicht? Nein. Oh, das wäre was für eine Kurzfolge mal gewesen, Jürgen. Ja, dann fassen wir das noch mal in eine Kurzfolge. Ich dachte, ich hätte es schon mal erzählt, aber es gab mal irgendeinen Schweinedeal, bei dem Coca-Cola ganz viel Cola an irgendeine Nation, an Russland, glaube ich, verkauft hat. Und die haben sich dann in Stahl bezahlen lassen, mehr oder weniger, und haben denen dann irgendwie große Teile ihrer Kriegsmarine abgenommen. Und damit war Coca-Cola zeitweise, ich glaube, die zweite oder drittgrößte Seemilitärmacht. Militärmacht. Das ist ja geil. Und sie haben es dann irgendwie auseinandergenommen und verschrottet und verkauft und keine Ahnung. Also es war jetzt nicht so, dass die irgendwie eine Kriegsmarine aufbauen wollten. Aber sie hatten teilweise mal, oder war es Pepsi? Ja, das war dieses Wettrüsten mit Pepsi. Und die einen sind halt eher auf Flugzeuger und die anderen sind halt auf Schiffe. Vielleicht war es auf Pepsi. Und ich dachte immer, dass dieses Wettrüsten in dem Fall irgendwie hier mit verschiedenen Sorten und mit Marktanteilen so auf das bezogen wäre, aber tatsächlich kommt es von echten Armee her. Ey, du könntest auch dann diesen Macht-in-Pepsi-Test so ganz umdeuten und dann, ja, irgendwie, weil Pepsi, das ist Kommunismus oder so. Guck mal, der schmeckt doch auch gut. Mein lieber Onkel Christian hat einen C64 damals gewonnen, entweder in Nürnberg in der Innenstadt oder in Erlangen. Und der hat quasi für diejenigen, die nicht alt genug sind, früher gab es so Blind-Tests quasi. Das war eine Zeit lang quasi Pepsis-Marketing-Kampagne, dass sie Menschen halt in Fußgängerzonen und dergleichen halt blind probieren haben lassen und dann halt sagen lassen, was besser schmeckt. Und oh Wunder, oh Wunder, halt Pepsi hat halt laut ihrer Marketing dann halt diesen Blind-Test gewonnen. Und da gab es halt Dinge zu gewinnen. Und da ist quasi der C64, der quasi mit Musikkassetten betrieben, mir viel Freude immer gemacht hat. Wow. Beim Besuch bei meinem Onkel. Mit Popeye zum Beispiel dem Spiel. Aber mehr 80er Jahre geht ja echt nicht hier. Pepsi blind verkosten und C64 in einer Story, das ist ja ... Ja, der hat auch, mein Onkel hat auch so richtig so 80er-Jahre Rock-und-Pop-Poster so in seinem Zimmer gehabt. Also mehr 80er-Jahre ging wirklich gar nicht, ja. Was auch geil war, ich habe auch noch so eine Erinnerung an meine Kindheit in den 80ern. Hatte unsere Sparkasse, wo mein Vater ja die Zweigstelle geleitet hat, aber die hatte mal so für eine Woche oder für zwei Wochen einen C64 im Kundenraum stehen. So, ich frage mich bitte nicht, warum, aber da konnten dann Leute hingehen und spielen. Ja, das hast du schon mal erzählt, glaube ich. In der Sparkasse. Und ich bin da vor der Schule, dann saß ich da immer, bevor die aufgemacht haben und habe da irgendwie eine Stunde lang, irgendwie durfte ich dann da C64 spielen. Das war eine sehr schöne Erinnerung an meine Kindheit und an meinen Vater. Oh. Ach so, ich muss ja weitererzählen. So, hier Alexander. Er war bei der Royal Navy im Air Service und ist dann relativ zeitig zur Royal Army gewechselt. Wahrscheinlich, weil er mit einem dieser Flugzeuge eine Bruchlandung hingelegt hat. Auch das ist nicht belegt, aber er hat zumindest einige Narben an seinem Körper, die sehr gut zu dieser Geschichte passen. Also ich würde es ihm glauben. Es kommt ja dann, 1914 sind wir gerade, 1914, 15, es kommt ja dann der Erste Weltkrieg. Den verbringt er dann in Frankreich zeitweise. Da ist er dann Teil des Royal Army Service Corps, das mehr oder weniger die Nachschubkonvois an die Westfront eskortiert. An einem verschneiten Märztag im Jahr 1916 heiratet Alex die Gladys Calloway, was ich auch interessant finde, so mitten im Krieg. Aber ich glaube, in der Zeit war in England gar nicht so wahnsinnig viel von diesem Krieg zu spüren. Nehme ich jetzt einfach mal an. Also gerade während dem Krieg werden ja unheimlich oder wurden ja auch früher trotz allem oder vielleicht gerade deswegen Hochzeiten geschlossen. Allein schon um, oh shit, was ist denn, wenn dir jetzt was zustößt. Ja, aber so bevor die ausgerückt sind halt, ja. Aber so im Krieg, wenn der schon irgendwie... Ja, dann mal Heimaturlaub und dann wird noch schnell geheiratet oder so. Also das war, glaube ich, nicht so selten. Naja, vielleicht war es auch ganz üblich. Aber ich bin kein Historiker, von daher, was weiß ich. Wer ist das schon? Wer ist das schon? Dann müsst ihr andere Podcasts hören. Nach einer schweren Knieverletzung und womöglich daraus entstehender psychischer Probleme wird er im Mai 1916 dann aus dem aktiven Dienst entlassen und er muss dann als Kriegsversehrter nach England zurück. Er kriegt dann noch hier so ein Silver War Badge, was wohl alle kriegen, die im Dienst verwundet wurden. Wow, geil! Es ist aber gar nicht so einfach, über die Runde zu kommen. So als nicht brauchbarer ehemaliger Soldat in Kriegszeiten mit einem kaputten Knie. Ich wollte gerade sagen, was nimmt er jetzt für einen Schaden, für einen dauerhaften davon? Du hast ja gesagt, die Narben von diesem Absturz scheinen jetzt nicht so drastisch zu sein, dass er davon ausscheidet. Also er hat ein kaputtes Knie. Also ich glaube, im Späteren hat er davon auch nicht wahnsinnig viel, was er davon trägt. Er humpelt, glaube ich, ganz leicht, aber ich glaube, es ist nicht so wirklich deutlich gut zu sehen. Er macht jetzt nicht auf den ersten Blick den Eindruck eines Kriegsversehrten, wie man ihn sich vorstellt, so als Wade fehlt oder so. Er hat halt irgendwie, das Knie hat einen Treffer. Und er fühlt sich aber auch fit. Also er will wieder zurück ins Heer und er schreibt verzweifelte Briefe an die Heeresleitung, auch weil er irgendwie wegen seiner Pension da irgendwie mit denen verhandelt. Es kommt aber insgesamt nicht viel bei ihm rum. Also er ist jetzt schon auch finanziell, wird er so ein bisschen auf die Probe gestellt. Er will sich ja, genau, 1917 will er sich dann unbedingt wieder zurück in den Dienst melden, aber sie lassen ihn einfach nicht. Im Februar 1917, und das verbessert jetzt diese finanzielle Situation auch nicht unbedingt, kommt dann sein Sohn Adrian zur Welt und er ist jetzt dann schon so im vollen Verzweiflungsmodus. Also er bettelt um jeden Job, den er irgendwo kriegen kann. Er schreibt wieder an die Armee. Er bittet darum, dass er da auch im Büro einfach irgendwo, dass er irgendwo arbeiten darf beim Heer. Aber auch da wollen sie ihn nicht haben. Nach dem Ersten Weltkrieg landet Alec im Jahr 1919 dann bei der Handelsmarine. Also wie gesagt, vielleicht auch zum zweiten Mal, das weiß ich nicht genau. Er ist dort an Bord der SS-Prinzessin. Das ist ein ehemaliger deutscher Kreuzer, der nach dem Krieg dann die Amerikaner von der Westfront zurück nach Hause schifft. Und der wird nicht übernommen. Das würde mich total interessieren, wie die Amerikaner Prinzessin aussprechen. Da werde ich mir jetzt die nächsten Mal meine amerikanischen Arbeitskollegen fragen, wie die Aussprache davon ist. Die SS-Prinzessin. Die Prinzessin, oder? Prinzessin. Also der Mund ist auf jeden Fall sehr voll Prinzessin. Alles klar, okay, cool. Aber das finde ich immer spannend, dass solche Sachen dann teilweise nicht umbenannt werden. Einfach aus pragmatischen Lücken. Ja, weil das ist ja wirklich schwer so. Ja, ich weiß, ja, so Schiffe und so, ich meine, die werden ja in irgendwelchen Registern geführt, irgendwie auf der ganzen Welt. Und keine Ahnung, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ja, aber wenn du halt eine Nation hast, die eine andere angreift oder so und dann mal ein Schiff einpackt, da denke ich mir immer noch, ja, wen interessiert denn dann im Zweifelsfall, wenn es halt auf hart kommt, dieses Register, aber scheinbar ist das so ein großes Ding, das geht nicht. Und wenn du es dann umbenennst, kann dir ja passieren, dass du dann plötzlich ein anderes Schiff mit genau dem Namen triffst, ne? Hat man ja alles schon. Hat man schon. Ist ja dann auch blöd. Und dann kommt plötzlich Torpedo-Boote um die Ecke. Oder was passiert, Torpedo-Boote! Oder was passiert, wenn du das eine Schiff dann immer wieder mit Flicken ersetzt und am Schluss nimmst die ganzen verbleibenden Flicken und baust das zweite Schiff draus? Hast du dann zwei gleiche? Oder was ist dann mit dem Boot? Oh Gott, wir sind heute auf einer philosophischen Ebene. Das ist ja jetzt schon. Also, er fährt jetzt hier quasi Richtung Übersee mit den Amerikanern. Er verwaltet irgendwie da die Ladung an Bord. Und es gibt auch ein Foto aus der Zeit, wo er jetzt schon deutlich schwermütiger wirkt als auf seinen Hochzeitsbildern noch vor kurzem. Er hat auch eine Narbe über dem linken Auge, wo ich jetzt gar nicht genau sagen kann, wo er die her hat. Und er ist auf dem Weg da nach Amerika, wird er dann dabei erwischt, wie er aus der Schiffskasse Geld entwendet. Ja, ich habe jetzt eher gehofft, dass seine Ladung aufständisch wird, denn es handelt sich um eine Ladung Krabben und ist deswegen Krabbenkommandant an Bord. Eine Ladung aufständischer. Aber jetzt kriegt er Probleme quasi. Er erleichtert quasi die Ladung um 8000 Pfund. Also umgerechnet auf heutiges Geld. Es ist jetzt nicht, damals wäre das ja ein Vermögen. Es sind irgendwie 150 Pfund, glaube ich, oder so. Heute wären es irgendwie 8000 Pfund. Und seine Version der Geschichte ist, dass er irgendwie was fahrlässig bei der Ladung irgendwie einen Fehler gemacht hat und dass er vorhatte, diese Schuld dann irgendwie auszugleichen. Aber es ist, glaube ich, relativ klar, dass er die Kohle geklaut hat. Und er wird dann auch irgendwie festgesetzt an Bord und landet dann in Kanada, wie ich lesen musste, dem härtesten Arbeitslager Kanadas. Was nicht besonders hart ist wahrscheinlich. Das klingt super weich. Ja, auf der anderen Seite, wenn du dir das Wetter von Kanada überlegst, ich glaube, es war mega hart. Also ich glaube, es war wirklich so mit, die durften den ganzen Tag nichts sagen, außer sie wurden direkt angesprochen und so. Also in einer US-Sitcom wäre das härteste Arbeitslager Kanadas, wäre sowas, wo die den ganzen Tag irgendwie auf der Couch sitzen und irgendwie sich die Füße massieren lassen. Da gibt es eine Folge von, also einen Ausschnitt bei den Simpsons, wie der Flanders quasi den kanadischen Flanders kennenlernt. Ja. Der exakt 100% genauso nett ist wie er. Nur was macht er dann? Er macht dann irgendwie einen Scherz über Gott. Oder irgendwie sowas. Er kifft, stimmt. Ja, ja. Genau. Und dann ist quasi der, ja genau, und dann sagt der echte Flanders ungefähr jetzt, er hätte sich beinahe vom Satan jetzt quasi in die Hölle ziehen lassen. Das ist herrlich. Das ist echt schön. Also du wärst bei Flanders unten durch mit deinem medizinischen Marihuana, Jürgen. Ich sag's dir bis jetzt. Oh, das stimmt. Ist das so? Ist das so? Ja, das stimmt. Ich sag euch jetzt nicht, dass ich heute E-Mail-Verkehr mit dem evangelischen Kirchensteueramt hatte. Das behalte ich für mich. Also, Arbeitslager, Kanada. Sechs lange Monate. Ihr dürft jetzt getrost annehmen, dass er seiner Frau davon nichts erzählt und dass sie nicht weiß, was mit ihm ist. Also er ist halt auf See und weg und ich weiß nicht, ob er mal schreibt. Ich nehm's nicht an. Ich geh davon aus, dass er seiner Frau davon nichts erzählt. Er wird dann irgendwann, kommt er wieder raus nach einem halben Jahr und erarbeitet sich dann sein Rückfahrticket wahrscheinlich unter falschem Namen an Bord von irgendeinem anderen Schiff, das halt Richtung Europa fährt. Warum falschem Namen? Ja, wahrscheinlich, weil sein Name mit dieser Strafe assoziiert wird und es vielleicht gar nicht so leicht wird, dann offiziell an so einem Schiff irgendwie eine Anstellung zu finden, wenn er vorher auf See schon mal Ladung... Ach so, er will ja auch eine Anstellung haben. Okay. Naja, er will ja irgendwie für seine Überfahrt arbeiten. Er hat ja kein Geld. Naja, ja. Und dann, wenn sich das vielleicht rumspricht, dass er auf dem anderen Schiff schon mal was geklaut hat, dann ist es vielleicht gar nicht so clever mit seinem Namen da. Also ich halte es für eine gute Idee. Okay. Zurück in England gründet er mit seiner Frau dann 1920 eine Requisiten- und Theater-Company, was ich irgendwie einen coolen Szenewechsel finde, so von Militär auf Theater und Requisiten. Und das läuft tatsächlich auch ganz gut. Also die Touren durch England irgendwie fünf Jahre lang sind da halbwegs erfolgreich, bekommen dann 1921 ihren zweiten Sohn, Dennis. Der kommt dann in Oxford auf die Welt und 1922 kommt dann noch die Schwester Daphne dazu, die dann in Norwich geboren wird. Also sie sind quasi nonstop, nonstop auf Tour. Und sie sind sogar so beschäftigt, dass sie vergessen, ihre Tochter amtlich irgendwie registrieren zu lassen. Und es gibt später einen riesen Hassel, weil die irgendwann mal den Reisepass braucht. Und es gibt quasi keine Geburtsurkunde und kein offizielles Dokument, dass diese Schwester überhaupt jemals geboren wurde. Und am Ende müssen die Mutter und der Bruder einen Eid auf die Geburt von dieser Daphne spören, damit die irgendwie ihre Papiere kriegt. Also eine spannende Anekdote am Rand. Wenn der Alexander mal nicht auf der Bühne steht, steht er wahrscheinlich am Fußballplatz oder auf dem Cricketplatz. Er ist ein begnadeter Amateursportler und angeblich spielt er sogar bei zwei Cricket-Länderspielen mit. Auch da konnte ich jetzt keine so richtige Bestätigung dafür finden. Also es ist wohl so, dass er sehr, sehr gut war und bei den Amateuren gespielt hat. Ob er wirklich irgendwie in der Länderauswahl war, das weiß ich nicht. Ebenso unbestätigt ist die Geschichte, dass Alec die Geburt seines Sohnes Dennis nicht im Krankenhaus, sondern auf dem Cricketplatz verbracht hat. Na, ich habe Besseres zu tun. Weiß ich auch nicht. So ein Cricket-Spiel, wie wir wissen, dauert ja eine Weile so. Ich muss mich immer wahnsinnig konzentrieren, um Cricket und Crockett nicht miteinander zu verwechseln. Oh ja, oh ja. Crockett weiß ich gar nicht, was Crockett ist. Du weißt nicht, was Crockett ist? Das eine ist das Spiel, wo du die kleinen runden Türchen hast, durch die du einen Ball befördern musst, den du so auf dem Boden so wie so eine Putt-Bewegung machst, aber mit so einem Schläger. Und bei Cricket habe ich die Tage gespielt. Und Cricket ist quasi die, ja genau, die großbritische Variante von Baseball. Das australisch-indische Spiel, also wenn wir jetzt irgendwelche englischen Zuschauerinnen und Zuhörer haben, wirst du gleich Rage-Anrufe live im Studio haben. Ich habe wirklich gedacht sozusagen, die zwei Nationen sind so die größten in die Richtung, oder? Ja, ja, aber es ist natürlich hier aus England heraus in den Commonwealth getragen worden. Genau, ich meine aber nur von der Popularität her, beziehungsweise wenn du auch heute dir angucken würdest, oh, ich gucke mir ein eben solches Spiel an, dann würden mir jetzt einfach diese zwei Nationen einfallen. Aber was weiß ich schon von Passivsport? Ja, alles gut. Also meine intensivste Berührung mit Cricket ist auch aus Douglas Adams, Paner, der durch die Galaxis, wo dann die Roboter vom Planeten Cricket kommen und mit ihren Schlägern alles kurz und klein schlagen. Okay, kann ich nicht. So daher kenne ich Cricket. Naja, also ein bunter Hund, will ich mal so sagen. Und es wird noch bunter. Alexander Wilson entdeckt 1925 eine Stellenausschreibung in der London Times für einen Posten als Professor für englische Literatur und zwar in Lahore in Britisch-Indien im heutigen Pakistan. Die richtige Frage an der Stelle wäre jetzt englische Literatur? Fragezeichen? Professor? Fragezeichen? Es ist jetzt ja nicht so, als hätte ich euch groß von einem Studium oder irgendeiner Befähigung in diese Richtung erzählt. Er hat es wahrscheinlich ebenso erfunden wie die Geburt seines Kindes. Aber was ihn, glaube ich, an dieser Stellenausschreibung besonders anspricht, ist, dass sie explizit jemanden suchen, der Cricket-Skills hat. Was? Ja, also es gibt wohl ein Sportteam an dieser Universität und sie hätten gern einen Professor für englische Literatur, der ihnen auch in Sachen Sport weiterhelfen kann. Was ist denn das für eine wirre Kombi? Das ist, glaube ich, gar nicht so absurd. Also ich meine, am Gymnasium gibt es ja auch ganz wilde Fächerkombinationen. Warum soll es das nicht an der indischen oder pakistanischen Universität geben? Ja, aber dann suche ich mir doch jemanden, der mir irgendwas unterrichten kann und gucke da vielleicht ein bisschen drauf, ob das noch mitgeht oder so. Aber das ist ja auch eine total schräge Kombi, oder nicht? Aber es ist auch tatsächlich, glaube ich, so, das, was du gerade schon gesagt hast, so in dem Land ist halt Cricket irgendwie Leben, so. Weißt du? Ich glaube, dass du die Bedeutung von Cricket in Indien auch wirklich nicht unterschätzen darfst, speziell zu der damaligen Zeit. Und da ist die Kombination vielleicht nicht so absurd, wie wir jetzt denken. Und das ist wahrscheinlich, wie wenn du in Deutschland einen Brasilianer triffst, dann gehst du auch davon aus, dass der super Fußball spielen kann. Natürlich. Naja, um seine Chancen bei dieser Stelle zu verbessern, stellt er sich jetzt erst mal selbst ein Zeugnis aus Oxford aus und bekommt die Stelle. Juhu! Glückwunsch! Zur Feier des Tages erfindet er auch gleich noch einen Adelstitel. Was? Was? Warum? Sir Alec Barron of ... Scheiße, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber er erfindet jetzt irgendwie munter irgendwelche Titel. Und er ist jetzt dann auch noch seit heute spontan Träger des Military Cross. Die Ereignisse überschlagen sich. Die Erfindungen überschlagen sich. Die Titel überschlagen sich. Also ich finde das auch so ein bisschen schwer nachvollziehbar. Aber das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist so Flucht nach vorne. Also ich bin nicht qualifiziert, also gebe ich jetzt mal alles. Alles, was mir einfällt, schreibe ich jetzt mal in diese Bewerbung. Ja genau, weil nicht irgendwie das, was notwendig ist, sondern go the extra mile. Warum? Genau, irgendwas bleibt schon haften und es ist ja nicht so, als ob jemand das im Internet nachschauen könnte, ob das alles stimmt. Das stimmt. Weil es in jener Zeit nicht üblich ist, das Familienoberhaupt zu Jobs in fremden Ländern zu begleiten, bricht er alsbald alleine gen Osten auf. Und ein spannender Fakt am Rande, der Typ, der für seine Einstellung verantwortlich ist, also der quasi da die, mehr oder weniger der Direktor von dieser Fakultät, der hat beste Verbindung zum britisch-indischen Geheimdienst und zur britischen Spionageabteilung. Also eigentlich wäre das schon jemand, der theoretisch sowas auf, ja, solche Fakten überprüfen könnte. Das fand ich jetzt an der Stelle spannend. Und es ist jetzt aber auch gar nicht... Spiel mit dem Feuer. Ja, es ist gar nicht so verwunderlich, wie es vielleicht auch klingt, weil so eine englische Schule in Indien ist hauptsächlich sowieso dazu gedacht, um da einfach jungen Leuten das englische Gedankengut einzutrichtern. Also so die Nähe zum Geheimdienst ist jetzt nicht so ganz absurd, wie es im ersten Moment auf mich zumindest gewirkt hat. Also diese Schule hat eine ausgezeichnete Sportabteilung, an dem Punkt waren wir ja schon. Und unter Alex aktiver Mitarbeit wird dort dann auch noch ein Ausbildungszentrum für die britisch-indische Armee eingerichtet. Und dafür kriegt er später sogar in echt einen Ehrenmajor-Titel von der britisch-indischen Armee-Reserve. Ja, das war eine kurze Minute, Schweigeminute der Anerkennung für einen ehrlich verdienten Titel. Den Reichen wird es gegeben. So, wenn du eh schon irgendwie abends zieglerst, kriegst du noch welche drauf. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Ich habe ja die vierte Staffel von The Crown beendet. Einmal mehr fantastisches Fernsehen. Und das ist ja auch völlig absurd, wenn du halt hier die Windsors anschaust, was die alles für tausend Titel haben. Das ist ja auch nicht nur eins. Ja. Es ist halt auch, Jahrtausende des Inzests haben halt dann auch ihr Übriges getan. Das ist, ich glaube, ich glaube, Prinz Philipp ist irgendwie mütterlicherseits und väterlicherseits mit seiner Frau verbannt. Als mit der Queen Elizabeth. Also, okay. Alles klar. Alles klar. Also, ja, das mit den Militärtiteln mal am Rande, weil ganz so weit sind wir eigentlich gar noch nicht. Wir sind noch auf der Überfahrt nach Indien. Er fährt an Bord von einem Dampfschiff. Also, das dauert ungefähr drei Wochen. Und es ist ausreichend Zeit, um sich dort mit Dorothy Wick anzufreunden, einer 31-jährigen Schauspielerin, die zusammen mit ihrer Theatergruppe nach Indien reist. Und das ist jetzt dann auch gar nicht so weit hergeholt, dass die beiden sich an Bord jetzt dann irgendwie kennenlernen. Also, es sind insgesamt so 90 Leute vielleicht an Bord. Und dass die sich auch sympathisch finden, weil die haben schließlich beide was mit Theater am Hut, beide was irgendwie mit Literatur am Hut. Sie in Wirklichkeit eher nur auf dem Papier. Beide sind ungefähr gleich alt, beide haben einen ähnlichen sozialen Hintergrund. Also, es ist schon relativ naheliegend, dass die sich irgendwie an Bord treffen, kennenlernen und sich so ein bisschen anfreunden. Wie genau sich die Beziehung zwischen den beiden entfaltet, ist jetzt auch nicht so ganz klar. Aber wir wissen, sie haben sich an Bord getroffen. Dorothy ist 1928 dann am Ende ihrer Theatertour durch Britisch-Indien in Punjab aufgeschlagen, da wo Alexander an dieser Universität lehrt. Und sie sind dann dort im Nachgang zusammen bei mindestens einer Gelegenheit, wenn nicht sogar bei mehreren, als Mann und Frau aufgetreten. Alexander schreibt außerdem Theaterstücke für wohltätige Zwecke, die von Dorothy auf die Bühne gebracht werden und sogar auch von ihr gespielt werden. Ich mache Theaterstücke für wohltätige Zwecke. Das ist ja absolut fantastisch. Ist das was, was heute auch noch passiert? Ähm, weiß nicht, heute machen vielleicht das eher Musiker. Das ist so ein Benefiz-Theater, das gibt es doch bestimmt, oder? Ja, 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 ja. Okay, alles klar. Also andersrum, du, was es ja, oder was eine gewisse Berühmtheit hat, sind ja inzwischen auch so Inszenierungen, und das ist alles kein Neuhut mehr, wo man sagt, man zieht eben, ich sag mal, Achtung, ganz große Anführungszeichen, Betroffene aus einer, zum Beispiel, sozialen Schicht oder Ähnliches nach vorne. Ich denke jetzt an so eine Inszenierung von, wie hieß das, Superman. Da hat man im Endeffekt türkische Männer, die aus ihrem Leben erzählt haben, aus so einer Selbsthilfe oder Selbstbestätigungsgruppe heraus angeworben, im Endeffekt ihre Sachen auf einer Bühne zu erzählen. Okay. Oder wie heißt das, das Viertel in München, das so sozial schwach eher ist, Hasenbuck. Schwabing. Irgendwas mit Hasen. Dings. Ich weiß es gerade nicht. Okay, keine Ahnung. Oberhaching, Unterhaching. Ja, man hat dann halt eine Inszenierung mit Jugendlichen aus den, wie es dann immer so böse heißt, so Problemstadtvierteln veranstaltet, dass man sagt, einerseits bringt man Leute, die da oft nicht so die Chance haben, mal ans Theater, um sich das anzugucken, plus man gibt auch denen eine Aufmerksamkeit und eine Bühne, die sie sonst gar nicht kriegen. Also eins, erstens, als du Superman gesagt hast, lief in meinem Kopf so ein indischer Bollywood-Streifen mit irgendwelchen Superhelden-Rip-Offs los. Nein, ich habe tatsächlich direkt an den türkischen Superman gedacht. Und dann habe ich in den Winzelbild gedacht, wo der Superman-Verschnitt nämlich einen mega geilen Schnurbert hat. Zum Zweiten, ja, ich glaube, also Aufführungen, Benefiz-Aufführungen sind schon sehr, sehr häufig, glaube ich. Aber dass jemand extra zu diesem Zweck Stücke schreibt, das weiß ich jetzt nicht, ob das so gang und gäbe ist. Ja, wie gesagt, das liebt man es halt. Naja, naja, also vielleicht ist Dorothy jetzt auch sogar so eine Art Muse, die ihn irgendwie geküsst hat, denn er beginnt jetzt nicht nur irgendwie Theaterstücke für sie zu schreiben, sondern er fängt jetzt auch an, Romane zu schreiben. Und zwar in erster Linie Spionagegeschichten. Ab 1929 taucht die Schauspielerin Dorosy in den Schulunterlagen dann auch auf, als seine Assistentin. Und da trägt sie schon den Nachnamen Wilson. Also, ich schlussfolgere, sie haben irgendwann geheiratet. Und da verrate ich euch schon mal so viel. Es gibt später einen Nachkommen von Alexander Wilson, der extra nach Indien reist und nach Unterlagen zu dieser Eheschließung sucht. Denn ich weiß nicht, ob ihr es auf dem Schirm habt, aber Alexander ist ja bereits verheiratet. Also von allen Sachen, die er bis jetzt erfunden oder weglassen hat, finde ich das ja jetzt fast schon, also nicht moralisch, aber so, das wundert mich jetzt fast schon auch nicht mehr. Ja, es taucht auf jeden Fall auch später keine Heiratsurkunde auf. Also, man kann vielleicht heute davon ausgehen, dass es, es gab wohl eine Hochzeitszeremonie, also das bestätigen auch dann die Pastoren und so, die er da befragt hat. Aber es kann durchaus sein, dass diese Heirat stattgefunden hat, aber nicht offiziell gemacht wurde. Also, dass die so ein Schauspiel war, oder halt wie bei uns eine kirchliche Trauung, die dann halt nicht rechtskräftig wird. Aber so mit so Bestätigung hat das nicht so, oder? So rechtlicher Bestätigung. Das ist ja nicht so sein Ding. Ja, das bremst auch ungemein sowas. Ja, genau. Hat man ja nicht so Zeit für. Schauen wir kurz zu Hause. Aus Perspektive von zu Hause kennen wir die Geschichte oft von seinem Sohn Dennis erzählt, der sich zurückerinnert an die Zeit, als sein Vater dann halt lange Zeit weg war und immer mal kurz auf Heimatbesuche schon nach Hause kam. Also dann immer mal so wochenweise auch seine Familie besucht hat. Und das war ziemlich cool. Oder er fand es ziemlich cool, weil der Vater dann da war und wirklich Zeit hatte für die Kinder. Also der war wohl super liebevoll im Umgang mit denen, super witzig. Er hat sich dann oft auch mal einfach ein Auto ausgeliehen und ist mit den Kindern dann in der Gegend rumgefahren. Und er musste ja auch in der Zeit zumindest ... Hatte Kinder ... Ich glaube, das wäre in England damals auch kein Problem gewesen in der Zeit. Er musste ja auch nie wirklich der richtige Vater sein an der Stelle, sondern er konnte ja immer so diesen Besuchspapa spielen. Also der musste keinen erziehen, sondern er konnte immer nur so, ach hallo, ich bin da, ich bin geschenkt in der Fahrerziehung. Ja, naja. La, la, la. Ich würde sagen, das ist dann auch immer sehr einfach, wenn das dann so einseitig läuft, dann bist du dann nur der Gute und so. Hm, auch nicht unproblematisch. Ja, aber das trägt so ein Stück weit, glaube ich, dazu bei, dass das besonders Dennis, aber auch die anderen Geschwister, den Vater als sehr, sehr liebevoll und sehr, sehr spaßig und angenehm. Also die haben den Heiß und ihn nicht geliebt. Und Dennis bemerkt auch schon im Alter von zehn Jahren, dass sein Vater irgendwie eine ausgeprägte Wirkung auf Frauen hat, weil er gut aussehend ist, charmant zuvorkommend. Das ist so ein Mann der alten Schule, also der ja wirklich auch höflich ist und respektvoll und Frauen lächeln ihm immer zu und das ist eigentlich so ein, ja, so müsst ihr euch den irgendwie vorstellen. Er kann sich jetzt zumindest momentan das Reisen und die Autos und die zwei Ehefrauen auch tatsächlich leisten, weil seine Spionageromane tatsächlich zu richtigen Kassenschlagern werden. Also es gibt einen, der heißt The Mystery of Tunnel oder The Mystery of the Tunnel wahrscheinlich. The Mystery of the Tunnel 51. Den kann man auch heute noch bei Amazon kaufen. Also das ist, die sind sehr, sehr beliebt in der Zeit. Und er schreibt, du, viele von den Büchern, die ich erwähne in diesem Podcast, sind wirklich nicht mehr so einfach irgendwo aufzutreiben. Aber er schreibt auch Folgeromane, also es ist eine ganze Serie und er hat dann wiederkehrende Figuren. Das ist so eine richtige Spionageromanreihe dann am Ende. Und so geht es jetzt einige Jahre zu. Also der Vater ist in der Ferne, Gladys ist zu Hause. Sie ist mittlerweile bei ihren Eltern eingezogen, weil das einfach, ja, auch mit den Kindern irgendwie einfacher ist. Und Alex ist weiterhin in Indien, wo er einigen Erfolg hat. Also er, nicht nur, dass seine Romane gut laufen, er bekleidet dann auch für einige Jahre die Stelle des Rektors an dieser Fakultät, wo er nach eigenen Aussagen den Bildungsstandard deutlich hebt, auch für einige sportliche Erfolge der Universität verantwortlich ist. Er schreibt aktiv an Schulbüchern mit, also an mindestens zwei, ich glaube sogar an mehreren, wirklich Lehrbüchern schreibt er in Teilen mit. Und er stiftet der Schule sogar einen eigenen Preis, die Alexander Wilson Ghulam Hussein Medal in Economics. Und das finanziert er durch seinen Gehalt als Professor? Ja, und eben durch seine Bücher. Okay, es läuft. Es läuft, es läuft. Und er genießt es. Er genießt es. Also ich würde mich auch genießen. Auch nicht schlecht, ja. Es ist zwar, es sind so ein bisschen turbulente Zeiten in Indien, Politik ist nicht so stabil, es gibt ein paar Extremisten, die auch mal so Terroranschläge verüben. Unter anderem wird ein Gouverneur quasi direkt live während einer Universitätszeremonie, wird ein Antat auf den verübt im Jahr 1930. Also es ist nicht so ganz stabil politisch, ja. Und Alexander reist auch ein bisschen durchs Land. Und da trifft er auch dann immer mal wieder auf Eingeborene, die bewaffnet halt ihm drohen, weil die einfach Europäern gegenüber nicht so aufgeschlossen sind. Er ist trotzdem, ist er auf Achse. Ich glaube, er liebt das Land. Er lernt halbwegs flüssig Urdu und auch Persisch. Und er muss dann allerdings 1931 an der Schule seinen Hut nehmen, weil die Weltwirtschaft einknickt und er als ausländischer Lehrer für diese Schule dann irgendwie einfach zu teuer wird. Er findet dann eine Stelle als Zeitungsredakteur in der Stadt, wo er auch die Schule war. Er reist dann aber auch im Nachgang für einige Monate durch Arabien und Palästina, wo er dann auch noch Arabisch lernt. Und es häufen sich jetzt so die Gerüchte, dass er vor allem in der Zeit nach dieser Universität, dass er da für den britischen Geheimdienst arbeiten soll. Aber vor allem Klischee auch noch, der Typ, der so Romanisch schreibt, arbeitet auch noch für den Geheimdienst. Der weiß es ja dann immer genau, wie es funktioniert. Ja, ja, das werden wir später auch noch mal haben, den Punkt, ich weiß nicht so recht, ob ich das, tatsächlich kann ich euch nicht sagen, ob ich es glaube oder nicht. Gehst du mal darauf ein, dass er jetzt diesen Traumjob verloren hat noch oder ist es jetzt einfach so gegeben? Das ist jetzt so gegeben. Das ist jetzt, das ist so ein Fliegenschiss der Geschichte. Ja. Okay. Wie soll ich das jetzt noch, was meinst du, warum müsste man das noch weiter ausbreiten? Naja, ich behaupte mal in jedem anderen Leben, wenn man Professor schon war und dann auf einmal kein Professor mehr ist, ist es ein Einschnitt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt gerade überhaupt erwähnenswert großartig ist. Naja, doch, sein Leben verändert sich jetzt schon. Also das werden wir jetzt gleich sehen. Er muss jetzt dann auch wieder nach Hause zurück. Also er kehrt jetzt 1933 zurück zu seiner Familie in Southampton, wo er dann auch wieder zu seiner Familie tatsächlich zieht. Ja. Und naja, so halb zumindest. Denn auch Dorothy kehrt mit ihm zurück nach England. Und damit sich jetzt diese beiden Familien nicht in die Quere kommen, belässt er die eine quasi in Southampton. Also da wohnt die weiter bei Gladys Familie. Also das Haus gehört, glaube ich, der Tante, der Ehefrau. Und die Mutter lebt auch da. Also da, wo sie eingezogen ist mit den Kindern. Da lebt die eine Familie. Und für die andere Familie, die er aus Indien mitbringt, sucht er eine Wohnung in London. Wie weit ist das auseinander? Ähm, ja, ausreichend weit. Okay, alles klar. Ich weiß, habe ich jetzt nicht parat, aber ausreichend weit. Also sie treffen sich nicht beim Einkaufen so? Nicht auf dem Markt am Wochenende, nee. Okay, alles klar. Und ich weiß noch nicht, habe ich schon erwähnt, dass Dorothy schwanger ist? Äh, nein, 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 nein. Also, Dorothy ist hochschwanger. Ach, hochschwanger auch noch. Okay, alles klar. Punkt. Also es ist jetzt so ein bisschen, es ist, glaube ich, ich stelle es mir ein bisschen anstrengend vor. Er ist jetzt irgendwie zu Hause bei Familie 1, ja. Bei der lebt er. Und der gegenüber ist er aber immer noch viel auf Reisen. Also er muss dann oft nach London zu seinen Verlegern, wo er dann auch mal irgendwie mehrere Tage weg ist. Und was er genau verlegt, könnt ihr euch jetzt vielleicht selber ausmalen. Aber es sind wahrscheinlich keine Bücher. 1933 wird sein Sohn Michael Chesney Wilson geboren. Und, ähm. Und von welcher Mutter? Naja, von der hochschwangeren wahrscheinlich. Ja, nein, nein. Kleiner, kleiner Scherz. Komm, der wird in den Todeschaftstest. Na, die andere hat sich schnell noch, ähm, hat sie überholt. Nein, Quatsch. Alexander ist ziemlich verliebt in dieses Kind. Ähm, er nimmt sogar dann zeitweise den Namen als Pseudonym an. Also er schreibt dann teilweise unter, ich glaube, Michael, Michael Wilson oder Michael Chesney. Ähm, ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Aber er nimmt, äh, den, den Namen seines jüngsten Sohnes, ähm, als Pseudonym, um dann eine neue Militärkrimi-Serie zu schreiben. Und überhaupt ist sein Schreiboutput aktuell ziemlich hoch. Und er sitzt eigentlich, er sitzt eigentlich, wenn er bei der ersten Familie ist, ähm, sitzt er fast nur im Arbeitszimmer und tippt. Ähm, er hat ein Output von mehr als einem Buch pro Jahr, äh, was wahnsinnig viel ist, wie ich finde. Also das ist so Hohlbein, äh, Geschwindigkeit. Ich glaube, der Hohlbein haut tatsächlich viel, viel mehr raus. Ja, das stimmt. Das ist auch tatsächlich, also, äh, wie tiefgreifend und wie lang diese Bücher auch sind tatsächlich. Weil eins im Jahr, so, wir haben es die Tage erst wieder gehabt, eine Arbeitskollegin und gute Freundin von mir, die, ähm, mag total so Schundromane. Also je schundiger, desto besser. Ja. So ein, so ein kurzes, kurzes, knappes Dings, das kannst du ja, da kannst du ja im Jahr 20 schreiben, so, weißt du. Also ich, ich möchte jetzt schon dem, dem Wort Schundroman an der Stelle entgegentreten, auch wenn du, wenn ich weiß, dass du das nicht gesagt hast, ähm, dass er jetzt hier Schundromane schreibt. Aber das sind schon wirklich angesehene Spionage, ähm, Romane, ja. Okay. Das sind keine Kurzgeschichten, ich weiß jetzt nicht, wie die sind. Aber, aber das ist schon auch tatsächlich so, dass mehrere Leute, unabhängig, äh, unabhängige Experten, wenn du so willst, äh, dem auch literarische Qualität attestieren. Okay, alles klar. Und das hält ihn jetzt ja auch finanziell quasi über Wasser. Also er muss jetzt irgendwie zwei Familien hier irgendwie durchfüttern, ne. Ähm, also er hat keinen, keinen anderen Job gerade, ähm, also schreibt er. Ja, und, ähm, tatsächlich ist dieses Thema Job auch so eine Sache. Also die, die Familie, bei der seine erste Frau lebt, die, die machen öfter mal so ein bisschen so stichelnde Bemerkungen, ne, über, über Schriftsteller und richtige Arbeit und so, ne. Er hat halt kein, er hat kein stetes Einkommen, sondern so, äh, Bröckerlas weiß, ne. Ja, wenn ein neues Buch erscheint, dann ist es halt mal irgendwie viel, äh, und dann flaut es wieder ab. Und, ähm, das ist halt so was, was in dem, England in der Zeit, oder das kannst du wahrscheinlich heute auch bei uns, äh, noch haben so was, ne. Dass Leute mit so was nicht umgehen können. Und die, die sticheln dann halt so, ne. Ja, also mit einem richtigen Job hättest du ein monatliches Einkommen. Und, also die drücken ihm einfach so ein paar blöde Sprüche. Und das ist dann für ihn, ich glaube, ein sehr willkommener Grund, um einfach auch mal einen Streit vom Zaun zu brechen und wutentbrannt, äh, aus diesem Haus abzuziehen und mit den Worten, ich komme wieder und hole euch und dann leben wir alle in unserem Haus, ähm, dann da tatsächlich auch rauszuziehen. Also er lässt jetzt seine Familie, hat er Ansage, bei deren Familie sitzen und macht sich, äh, vom Acker. Erlek lebt jetzt hauptsächlich bei Dorothy und Michael, also in, in London. Ähm, er besucht zwar Gladys und die drei Kinder häufig, aber eigentlich nur, wenn, wenn die Tante, äh, die vorher gestichelt hat, wenn die nicht, äh, zugegen ist. Ähm, er schickt auch für eine Weile zumindest regelmäßig Unterhalt, aber genau wie die Besuche werden die Zahlungen über die Zeit, ähm, immer so ein bisschen, so ein bisschen spärlicher, so ein bisschen kleiner, so ein bisschen unregelmäßiger, ähm, und irgendwann äppt es so ein bisschen ab. Inzwischen wird, äh, Michael, also der, der jüngste Sohn, wird Zeuge eines bitterbösen Streits zwischen seinen, zwischen seinen Eltern, ähm, er kann sich später nicht mehr erinnern, worum es ging, ähm, er weiß nur noch, dass er sich in dem Streit auf die Seite des Vaters gestellt hat und dass der Vater der Mutter ein paar Zähne ausgeschlagen hat. Boah, okay. Was? Das, ähm, ich habe überlegt, ob ich euch das an der Stelle erzähle, weil das irgendwie so gar nicht ins Bild passt und es wird auch jetzt nicht in so eine Richtung gehen. Das kann ich euch auch verraten, aber es, äh, es, es gehört zu dieser Geschichte, deswegen muss es, glaube ich, auch an der Stelle mit rein, aber es ist, ist jetzt nicht so, dass, ähm, er sich zum, zum häuslichen Schläger irgendwie wandelt, ähm, aber es gab einen Streit, bei dem ihm die Hand ausgerutscht ist. Sein Sohn sagt später, naja, der, ähm, ihm war quasi nicht bewusst, wie, wie kräftig, wie kräftig er ist, ähm, was keine Entschuldigung, ähm, ähm, dafür ist. Und tatsächlich, ähm, sowohl der Vater als auch der Sohn bereuen ihr Verhalten hinterher. Also selbst der Sohn bereut es, dass er sich in dem Streit auf die Seite des Vaters geschlagen hat. Hm, geschlagen, haha. Megawitz. So viel sei an der Stelle verraten, ähm, das ist der einzige Akt häuslicher Gewalt in seinem Leben. Mike erinnert sich später vor allem dann, also neben diesem Streit, ähm, vor allem dann an viele magische Momente mit seinem Vater, also wie auch die anderen Kinder, ne, ähm, der Vater kann wahnsinnig gut spontan Geschichten erzählen, ähm, er kann gut auch mal Leute so ein bisschen, Leute so ein bisschen anflunkern, um sie aus der Fassung zu bringen, und er bringt seinem Sohn auch viel über das Lesen von Gesichtsausdrücken bei, und, also er hat ganz viele, ganz viele verschiedene, ähm, schöne Erinnerungen an seinen, an seinen Vater. Währenddessen schlittern sie aber so ein bisschen in Richtung Armut, ähm, also irgendwie die Bücher verkaufen sich nicht mehr so gut, beziehungsweise er schreibt, glaube ich, auch jetzt nicht mehr, er hat immer nur in der, in der, ähm, ersten Familie im Arbeitszimmer eigentlich geschrieben. Ich glaube, ähm, jetzt wo er bei der zweiten Familie wohnt, schreibt er nicht mehr. Und die Situation... Und es sind jetzt auch keine solche krassen, ähm, keine so krassen, ähm, Bestseller, dass da quasi noch, ähm, drei geschrieben hat, dass man für immer dann davon leben kann, so. Nee, 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 die Schäfchen hat noch nicht im Trocknen. Ähm, die, die Situation wird tatsächlich auch jetzt richtig zur Belastung, so, ähm, außerdem sind wir jetzt ja schon in den, äh, 1930er Jahren, also es zieht dann auch bald, äh, ziehen andere Zeiten auf. Ähm, die, der Sohn geht auf eine Privatschule, das Schulgeld dafür muss bald von einem Onkel bezahlt werden, ähm, was, was für alle, äh, Beteiligten, einschließlich des Sohnes, eine relativ peinliche Sache ist. Und, äh, irgendwie fragt man sich ja auch, wie das, wie das soweit kommen kann, ja, dass der jetzt, ähm, ja, dass er jetzt plötzlich in die, in die Armut schlittern, ne, dass irgendwie ein, ein berühmter Autor dann irgendwie plötzlich, ähm, nichts mehr verdient. Und der Weg ist nicht so ganz klar in der Zeit, also welche, was er genau gemacht hat und was er genau nicht gemacht hat, ist so ein bisschen diffus. Ähm, ich weiß nur, Gladys, also seine erste Frau, genau wie seine zweite Frau, sie halten die ganze Zeit weiter zu Alexander, ja, und auch seine Kinder sind, sind, ähm, vor allem die von der ersten Familie, die sind fest überzeugt, dass er eines Tages mit einem Haufen Geld wieder zurückkommt und sie abholt. Also, das, sie glauben fest daran, das ist nicht so, dass der jetzt einfach nicht mehr kommt und für alle gestorben ist, sondern sie glauben weiterhin an, an ihren Vater und sie glauben an die Idee, dass sie wieder eine Familie sein werden. Ey, das klingt halt wie echt so ein ganz derbe, so, eines Tages hat Papa, Mama hat gesagt, Papa kommt eines Tages wieder und dann bringt er Geld und wir haben ein neues Haus und es sind wieder eine Familie. Die Mutter steht bloß dahinter, schaut das Kind ein wenig an und schüttelt so ganz leicht den Kopf und du denkst dir so, ui, ui, ui. Das klingt ein bisschen deprimierend, ja. Ich, ja, ich fürchte, das ist vielleicht sogar relativ nah, relativ nah an der Wahrheit, so könnte es vielleicht tatsächlich gewesen sein. Ende 1938, Anfang 1939 zeichnet sich finanziell tatsächlich ein Silberstreif am Horizont ab. Alec verhandelt mit einem Filmstudio, ich glaube sogar mit einem amerikanischen Filmstudio, über ein Drehbuch, das er schreiben soll. Was macht denn denn noch alles? Das ist ja Wahnsinn. Naja, Schreiben, ich meine Theaterstücke, Romane, Drehbücher. Ja, es ist eine andere Ausprägung, aber es ist immerhin schreibende Zunft, finde ich jetzt noch nachvollziehbar. Also, ich glaube, dass das sogar etwas Geld in seine Richtung schon geflossen ist, aber ihr wisst ja, was dann dazwischen kam. 1939. Krieg. Muss ich wirklich sagen. Mal wieder der fucking Krieg. Vorher noch der Hinweis, als Schriftsteller ist Alexander Wilson 1939 schon, ich habe es ja schon gesagt, er schreibt jetzt nicht mehr aktiv gerade eigentlich, bis auf jetzt dieses Drehbuchangebot. Es ist aber auch so, dass er als Schriftsteller schon ein bisschen angestaubt wirkt. Seine Schreibe und seine Welten sind so ein bisschen altmodisch, auch was seine Sprache und seine Sicht auf Frauen angeht, ist so sehr konservativ. Und das ist vielleicht schon auch so ein Grund, warum er weniger Erfolg als Autor jetzt hat und auch in den nächsten Jahren haben wird. Ich stelle mir gerade vor, wie schlimm das nach heutigem Maßstab sein muss, nachdem ich neulich, also neulich ist auch schon eine Weile her, zum Tod von Sean Connery noch ein paar Interviews von ihm gesehen habe, wo er sich über Frauen äußert. Und ich mir denke, wie sexistisch James Bond allein schon war, noch in späten Jahren. Und wenn du quasi sagst, dass der in den 40er Jahren quasi schon angeeckt ist, dann muss es ja unvorstellbar sexistisch sein, was der geschrieben hat, so nach heutigem Maßstab. Ja, ich weiß nicht, ob angeeckt, ob es das trifft. Ich glaube, es waren einfach so ein bisschen Ansichten, wo du sagst, ach ja, das ist jetzt einfach nicht mehr modern. Ich hab, ganz kurz, ich hab bei der Sportschau, die haben YouTube auch tatsächlich Kurzdokumentationen und Philipp, keine Angst, es geht nicht zu sehr um Sport, die haben über das Tor des Jahres und das Tor des Monats, es wird auch bei der Sportschau immer ein Tor des Monats beim Fußball quasi gekürt. Und dann gab es dann ein, mehrere Tore des, ein Tor des Monats, was eine Frau geschossen hat in den 80er Jahren, also Ende der 70er, Anfang der 80er. Und diese Frau war noch dazu eine farbige. Und wenn ihr quasi the most cringy moment ever erleben wollt, dann schaut euch diese Aufnahme von damals an, wie quasi dieser Frau diese Medaille übergeben wird. Und ich muss wirklich, also Hochachtung von, ich weiß nicht, wer das produziert, WDR, ARD, keine Ahnung, sie haben es wirklich eingeleitet mit so ungefähr, ihr wurde damals die Medaille übergeben, so wie man es heutzutage, sie haben es wirklich selber ihre eigene Aufnahme eingeleitet, das kann man nur noch als sexistisch und rassistisch bezeichnen, was quasi gesagt wurde. Und dann spielen sie es ein und ordnen es halt ein, jetzt nach heutigen Maßstäben. Aber das finde ich so richtig, das finde ich auch richtig bei Filmen, also sowas wie vom Winde verweht, kannst du ja bei vielen Plattformen nicht mehr anschauen, nicht mehr abrufen. Ich habe den Film nie gesehen, ich kann da, das heißt, deswegen nichts darüber sagen. Auch bin ich einfach, ich bin eine Kartoffel und ein Weißbrot, ich leide da an diesem ganzen Kram nicht, von daher bin wahrscheinlich auch ich hier wieder der falsche, Sachen einzuordnen. Aus Konsumentensicht finde ich es aber völlig vertretbar zu sagen, alles klar, wir bringen das Ding wieder auf DVD raus, aber mit dem einordnenden Kommentar vorneweg dran, der Sachen einsortiert und erklärt, ja, das hat man damals so gemacht, das war vielleicht scheiße und deswegen machen wir das heute nicht mehr so. Das finde ich eigentlich fast besser, als Sachen so in den Giftschrank zu sperren, aber auch hier wieder, ich leide nicht drunter, ich bin das Weißbrot in der Diskussion, hey, ich sollte hier einfach nur das Maul halten. Ja, ich auch, aber ich habe da trotzdem eine klare Meinung dazu und ich habe da, ja und es ist mir gerade zuletzt, ist es mir aufgefallen, als bei Scrubs, was ich ja mit meiner Frau nochmal komplett gerewatcht habe von Anfang bis Ende, weil in einer Staffel zwei Folgen fehlen, jetzt seit einigen Monaten, weil es eine Blackfacing-Diskussion gab und in der Folge JD sich schwarz angemalt hat und irgendwie einen Schwarzen gespielt hat. Und dass das politisch nicht okay ist und dass man das heute nicht mehr so machen würde, das ist unbestritten und dass die sich heute wahnsinnig dafür schämen, ist gut und wichtig, ja, und die öffentliche Diskussion darum finde ich auch extrem gut und wichtig, aber das Ding aus dem Verkehr zu ziehen Und uns damit so ein bisschen tot zu machen, ja, die Diskussion abzuwirken, das finde ich tatsächlich nicht richtig. Vor allem, also, auch hier wieder, ich bin nicht die Person, die darunter leidet oder irgendwas. Von daher, das ist einfach, in einer Szene kann ich zumindest darum sagen, dass ich es eigentlich, oder anders, da wird ja auch klar, dass er in dem Moment blackfaced und er kriegt dafür mega aufs Maul in der Szene zurecht. Und das ist ja eigentlich auch, das ist ja, finde ich, was, wo ich sage, das passt. In der anderen ist es wirklich schon... Aber es wird ja gar nicht auf so einer inhaltlichen Ebene diskutiert, ja, ob der Gag dann okay war und ob der heute noch okay ist, sondern es wird einfach, oh, da ist Blackfacing drin, wir nehmen es lieber raus, damit uns keiner an den Karren fährt. Und das ist nicht die richtige Diskussion. Ja, ist halt aus Verwertegesellschaft, klar, ein Weg gehen auf Nummer safe. Aber, ey, was soll ich sagen, ich glaube, wir machen jetzt hier nicht den Gottschalk und reden über Rassismus, worunter wir nicht zu leiden haben und ähnliches. Das überlassen wir einfach lieber Leuten, die davon betroffen sind oder ordentlich Ahnung haben. Sonst müsste ich mich jetzt nämlich auch noch beschweren, dass das die eine Staffel war, wo ich nicht eine Staffel kaufen konnte, sondern jede Folge einzeln kaufen musste. Das hast du schon erzählt, das letzte Mal. Mega nervig und aufwendig und viel teurer. Nein, das sage ich jetzt nicht. Das spreche ich jetzt nicht aus. Ja, genau. Ich bin das eigentlich auch so ein Proll. Oh Gott, wo war ich? Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, sind wir schon im Zweiten Weltkrieg, Mann, das ging echt schnell heute, stabilisiert sich Alexander Wilsons Einkommen. Er kann regelmäßig Geld an Gladys schicken, die dann endlich bei der Tante aus und in ein kleines Mietshäuschen einzieht. Vielleicht ist der Umzug aber auch der Tatsache geschuldet, dass während der Blitz, also während die Deutschen anfangen zu bombardieren, dass das Nachbarhaus von einer Bombe getroffen wird und das Haus auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Vielleicht muss sie auch einfach deswegen ausziehen. Das kann durchaus sein. Jetzt fällt mir ein, woran mich die ganze Zeit Tante Gladys erinnert. Das klingt wie eine Figur aus Alf, so die Nachbarin oder so. Obmonic, Rachel Obmonic. Ich weiß, dass sie so heißt, aber so Tante Gladys könnte auch noch irgendwie drin vorkommen. Ja, das ist schon ein sehr englischer Name, die Gladys. Sicherheitshalber, also die Deutschen bombardieren jetzt, gerade auch London. Sicherheitshalber zieht Alex jetzt seine zweite Familie dann auch um, raus aus London, raus aus der Stadt, nach Yorkshire. Und was Alex Einkommen angeht, die Familie 2 weiß später zu berichten, dass er sich 1939, also nachdem die Deutschen in Polen einmarschiert sind, dass er sich da als Constable zur Verteidigung Londons meldet. Also er kann ja nicht mehr zum Militär, die wollen ihn ja nicht, immer noch nicht. Also er meldet sich halt für irgendwas, wo er helfen kann, weil er, glaube ich, tatsächlich so aufrichtig patriotisch ist und sich da seinem Land zur Verfügung stellen möchte. Und Michael, also der Sohn aus der zweiten Familie, erinnert sich außerdem, dass sein Vater sich bei mehr als einer Gelegenheit mit politischen Figuren aus dem In- und Ausland getroffen hat. Also der geht immer mal so in London irgendwie Mittag essen, der ist in so einem Autorenclub, was so ein feiner Laden ist. Und auch in der Zeit, wo er es sich gar nicht so gut leisten kann, geht er da ein und aus. Und wie der Sohn dann später herausfindet, hat er sich dort, hat sich der Vater dort mindestens einmal mit dem deutschen Botschafter Rippentrupp getroffen. Das sei an der Stelle auch einfach mal erwähnt. Okay. Alex selbst verbleibt also auch in London, wo er dieses Mal jetzt und ganz echt und wahrhaftig, und da bin ich auch, das lässt sich auch belegen, da bin ich sehr überzeugt von, Er lässt sich jetzt tatsächlich vom Secret Service beschäftigen. Jetzt echt? Jetzt wirklich. Oha, okay. Er macht Intelligence Analysis und zwar, weil er Arabisch, Persisch und Udo spricht, wird er jetzt da quasi eingestellt und hört Diplomaten in London ab. Also er verwandt die, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er das selber macht oder ob das jemand anders für ihn, wahrscheinlich macht es jemand anders für ihn. Aber er sitzt dann in einem Büro, an einem Telefon oder an so einem Hörer und hört quasi die eigentlich verbündeten neutralen Staaten ab, indem er da die Telefongespräche der Diplomaten belauscht. Und das ist, ja, das fällt dann unter, er ist a summit special material, ja, so nennen die das. Und ich meine, das verstößt sicherlich gegen nicht nur ein internationales Abkommen, aber ich meine, gut, wir haben, wir haben gegen alle. Wie genau Alex an diesen Job gekommen ist, ist vor allem deswegen heute nicht ganz klar, weil es dazu Akten gibt, die aber nach wie vor unter Verschluss gehalten werden. Also die sind auch jetzt fast 80 Jahre, 70 Jahre später, das muss ich tatsächlich echt rechnen, jetzt 80 Jahre später, sind die tatsächlich noch nicht geöffnet und können noch nicht eingesehen werden. Ich weiß nicht genau, ob das was zu bedeuten hat oder ob das einfach, ich glaube nicht, dass das noch Standard ist, aber ja, es gibt noch so ein gewisses Geheimnis um seine Beschäftigung dort. Immerhin wissen wir, dass er sich zumindest früher schon mal beim Intelligent Service beworben hat. Er hat den Briefe geschrieben, da stand dann sowas drin wie, das Verlangen, meinem Land zu dienen, hat in meinem Kopf höchste Priorität. Welche Art von Arbeit oder wo und in welchem Umfang spielt für mich keine Rolle, solange ich nur das Gefühl habe, meine Pflicht gegenüber Großbritannien zu erfüllen. Ich persönlich glaube, dass meine Fähigkeiten am besten in irgendeinem Zweig des Geheimdienstes eingesetzt werden, aber wie schon gesagt, ich brenne darauf, irgendetwas Hilfreiches zu tun, ihr höriger Diener A.Wilson. Der Samensage. So klingt ein Patriot. Also. Ist hörig tatsächlich ein Adjektiv, was man hören möchte? So egal. Ist hörig nicht immer negativ konnotiert? Wenn du einen Diener umschreibst, ist das glaube ich schon eine Eigenschaft, die jemand, der freiwillig in dieser Position arbeitet, vielleicht als positiv, kann man schon sagen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, also die Übersetzung ist von mir. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was da im Original stand, aber es war sicherlich was ziemlich ähnlich Devotes. Alles klar. Also, er hockt jetzt in dem Büro irgendwo mit in London, während draußen die Deutschen munter Bomben abwerfen und er lauscht und diktiert. Und da hat er dann auch so eine Sekretärin vom MI6, die fleißig alles abtippt, was er diktiert, dann mit Top Secret abstempelt und an Winston Churchill schickt. Immer wieder wird dann die Arbeit von Fliegeralarmen unterbrochen. Klar, wenn die Sirenen losgehen, müssen alle irgendwie sich in den Kellerräumen in Sicherheit bringen. Und die machen da auch irgendwie Doppelschichten, weil, ja, klar, Krieg. Und es ist aber so, dass die da halt relativ eng aufeinander hocken und so kommt man halt seinen Kollegen auch dann relativ schnell, relativ nahe. Und diese 19-jährige Sekretärin ist eigentlich auch ganz schnuckelig. Die heißt Alison, die ist 20 Jahre jünger als er. Also, nein, sie ist 20 Jahre jünger, als er behauptet zu sein. In Wirklichkeit sind es 27 Jahre. Okay. Und er macht jetzt ihr gegenüber auch gar keinen Held daraus, dass er verheiratet ist, dass er einen Sohn hat. Er erzählt ihr aber, dass seine Ex ihn verlassen hat und dass sie sich quasi mitten in der Scheidung befinden, was sich halt einfach unglaublich lange zieht. Und überhaupt geschlechtlicher Verkehr geht ja immer. Ja, ja, also er ist jetzt auch da gar nicht, also er ist schon ziemlich, das ist jetzt vielleicht ein leichter Vorgriff, aber er ist schon auch ziemlich gewieft. Also Alison ist eine, die ist sehr, wie soll ich sagen, sehr gottesfürchtig. Also sie würde sich, glaube ich, nicht mit einem ernsthaft verheirateten Mann einlassen, wo die Chance besteht, dass sie, dass irgendwie diese Ehe nicht endet. Oder wo sie irgendwann zurückfinden oder sie sagt auch, glaube ich, das schreibt sie in ihr Tagebuch, sie sagt auch, wenn irgendeine Chance bestünde, dass die Frau wieder zurückkommt, sie würde sofort quasi einen Rückzieher machen. Und die beiden quasi wieder, also so heilig ist ihr die Ehe und ihre Gottesfürchtigkeit. Fun Fact, das Schiff, auf dem sich Alexander und Dorosy hingelernt haben, wird 1941 von einem Deutschen, von den Deutschen von einem Torpedo versenkt. Also haben wir hier mal unsere Torpedo-Boote im Einsatz. Und ungefähr zeitgleich steht Alexander jetzt am Bahnsteig von Yorkshire und sagt, Dorosy und seinem Sohn Michael lebe wohl zum letzten Mal. Er wird die beiden nie wiedersehen oder auch nur ein Wort mit ihm wechseln. Also er hat die quasi noch einmal besucht und das war jetzt für ihn klar. Ich weiß nicht, ob es den anderen beiden klar war an der Stelle, aber für ihn war klar, okay, das war jetzt quasi das Ende dieser Beziehung. Arschloch-Move. Arschloch-Move, aber ich meine, drei gleichzeitige Ehen sind vielleicht auch für einen, der beim Geheimdienst ist, etwas viel. Hätte man sich ja auch mal vorher überlegen können trotzdem. So gesehen ist das jetzt mit der Scheidung, was er Alice erzählt hat, naja, so im Kern irgendwie so ein bisschen wahr ist es vielleicht schon. Ich meine, von der anderen Ehe hat er ihr nix erzählt und... Und wieder sind wir bei diesem Simpsons-Spruch, es gibt die Wahrheit und die Wahrheit. Urteilt einfach selbst. Die Eltern von Alison finden den Neuen jetzt nicht so super. Aber auch da hat er eine Lösung dafür parat. Um es denen etwas leichter zu machen, nennt er sich fortan Alexander Douglas Gordon Chesney Wilson, wo er auch wieder so ein Stück weit hier den Namen von seinem Sohn mit reinverwurstet, was ich irgendwie interessant finde. Nur einen Namensgenerator anwerfen und Titel kann er ja, ne? Und er dichtet sich jetzt eine enge Beziehung zur einflussreichen Marlboro-Familie an. Die Zigaretten? Nee, das ist ein altes englisches Adelsgeschlecht, glaube ich. Das hat mit den Zigaretten meiner Meinung nach nichts zu tun. Er weiß jetzt aber, dass es Hanebüchen ist, ne? Dass die Story niemals auch nur an der oberflächlichen Überprüfung standhalten wird. Aber er legt sich jetzt gleich noch die passende Ausrede dazu parat. Denn er hat in dieser, also irgendwo in der Verzweigung dieser Marlboro-Familie, hat er einen Alexander Wilson gefunden. Und er quasi behauptet, er sei dessen unehrlicher Sohn. Und deswegen ist er dann auch in dieser offiziellen Familiengeschichte, in den analen Dev-Familien-Clans Marlboro ist er nicht enthalten, weil er ja eigentlich ein Bastard ist. Genau, weil er wurde über Raus geschrieben. Natürlich ist das so. Ja, ja, genau. Also in mehreren seiner Lügen macht er sich tatsächlich den Umstand zunutze, dass Alexander Wilson ein häufiger Name ist. Also er sucht tatsächlich immer irgendwie Stammbäume, wo er oder sein Vater oder irgendwie ein Großvater, also wo es plausibel ist, dass er mit diesem Namen irgendwie sich da reindichten kann, so wie er es halt gerade braucht. Das macht er tatsächlich mehr als einmal. Macht er ganz gern. Jetzt gibt es noch eine, also das kann jetzt tatsächlich ein komischer Zufall sein. Und ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Oder sagen wir mal so, ich habe keinen Beweis gefunden dafür, dass es kein Zufall ist. Aber Alisons Vater lässt jetzt nicht so schnell locker und stellt da ein bisschen weiterführende Recherchen an. Also der versucht, seinem neuen Schwiegersohn ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Und er verstirbt dann aber ganz plötzlich im Jahr 1941. Was aber mit dem Krieg nichts zu tun hat. Nee, hat mit dem Krieg nichts zu tun. Lasse ich jetzt mal so stehen. Habe ich auch keine weiteren Informationen zu. Also ich glaube auch nicht, dass die beiden Dinge im Zusammenhang stehen. Aber wie gesagt, es ist schon ein Zufall. Ein komischer Zufall. Und wo wir gerade schon bei Schicksalsschlägen sind. Alisons überlebt 1941 einen direkten Bombentreffer auf das Hostel, in dem sie gerade wohnt. Auf das Hostel. Auf das Hostel. Das hat schon was mit dem Krieg zu tun, oder? Das hat jetzt was mit dem Krieg zu tun. Also nicht das Hostel, aber die Bombe. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Sie ist da in einem der oberen Stockwerke. Und die Bombe schlägt in so einem 45-Grad-Winkel im Stockwerk unter ihr ein. Also in dem Gebäude ist dann einfach an der Seite ein Riesenloch. Das Strom fällt aus. Es wird dunkel. Ihre Tür klemmt. Sie hat unglaublich Schwein, da lebend rauszukommen. Also sie kriegt dann irgendwie die Tür auf. Sie irgendwie über Schutt klettert sie dann durchs Treppenhaus. Und sie hört dann andere Leute rufen. Also sie kommt da irgendwie heil raus, ohne irgendwelche Verletzungen. Und macht sich dann unglaubliche Vorwürfe im Nachgang. Weil sie eine gläubige Katholikin ist und meint, sie hätte jetzt dann eigentlich auch noch den anderen in diesem Haus helfen müssen. Statt nur selber sich in Sicherheit zu bringen, hätte sie noch den Leuten, die da Hilfe gerufen haben, helfen müssen. Also da macht sie sich wahnsinnige Vorwürfe deswegen. Aber sie ist selbst unglaublich Schwein. Alex nimmt jetzt die Alicen und zieht mit ihr in die Wohnung ein, in der er vorher mit Dorothy gewohnt hat. Das ist ja total praktisch, weil die ist ja jetzt frei. Und bin mir nicht ganz sicher, wie er das anstellt. Aber in dem Buch über ihn ist zu lesen, dass er irgendwann plötzlich anfängt, in der Uniform der British Indian Army zur Arbeit zu gehen. Wo ich mich schon frage, beim Geheimdienst ist das vielleicht schon was, was eigentlich auffallen müsste. Aber er geht jetzt immer in dieser Uniform zur Army und ich meine, er hat da ja immerhin einen Ehrenmajor. Also das ist jetzt nicht komplett absurd. Aber er befördert sich dann selber noch zum Körner und steckt sich noch so ein paar Auszeichnungen an. Natürlich tut er das. Die er sich einfach selber ausdenkt. Aber also jetzt auch noch mal Charakterstudie. Weil irgendwie bin ich unbefriedigt insofern, als dass du in der Vergangenheit schon öfter mal erklärt hast, wie ein Mensch in so eine Situation kommt. Und gefühlt hat er einfach jetzt in dieser Geschichte von einem Tag auf den anderen angefangen, sich Titel und dergleichen einfach auf den Leib zu schneidern. Lass uns das am Ende mal diskutieren. Weil tatsächlich, und es ist interessant, dass es dir auffällt und das ist auch das, was mich so ein bisschen bei der Recherche unbefriedigt zurückgelassen hat. Es gibt in dem Fall keine Biografie von ihm selbst. Also das ist ganz einfach der große Unterschied zu vielen anderen, die wir hier schon hatten. Es gibt Bücher über ihn, die teilweise von Alison haben wir ganz viel erfahren. Also von der wurde irgendwie viel geschrieben. Es gibt dann einen, der später noch mal recherchiert hat. Ich glaube, zwei seiner Söhne haben später recherchiert. Und die haben dann noch mal einen wissenschaftlichen, einen Researcher, wie übersetzt man den, einen Rechercheur beauftragt. Und da sind dann einige Bücher entstanden. Aber es gibt jetzt nichts, es gibt kein Tagebuch von ihm. Oder es gibt kein, okay, das war mein Lebensplan, hat nicht funktioniert, deswegen habe ich das gemacht. Also wir können nur von seinen Taten auf seinen Geisteszustand zurückschließen. Und das könnte man am Ende noch mal, könnte man noch mal machen. Okay, alles klar. Jetzt müssen wir uns leider an den Begebenheiten entlanghangeln. Und die sind abdeuerlich. Also wie gesagt, er geht jetzt irgendwie öfter mal in dieser Uniform zur Armee. Und was er halt unglaublich gut macht, ist, er füllt seine Geschichte einfach aus. Also er hat immer eine Anekdote, die zu seinen Erfindungen passt. Und er erzählt sie wahnsinnig gut. Er ist ein guter Geschichtenerzähler. Er beherrscht die Sprachen aus der Gegend. Er hat den passenden Habitus. Was er wahnsinnig gut macht, ist, dass er sich nicht in seinen Lügen widerspricht. Also er hat wahnsinnig ausgefeilte Lügengeschichten mit ganz vielen kleinen Details, wo er es wirklich hinkriegt, sich auch nie wirklich zu widersprechen. Er hat Narben, die dann zu seinen Geschichten passen. Er ist wirklich ein Patriot. Und er benimmt sich auch wie einer und er benimmt sich auch wie ein Kriegsheld. Also das, was er behauptet, ist vielleicht einfach so die Version von sich selbst, die er gerne wäre, die er gerne geworden wäre. Vielleicht ist es tatsächlich so einfach. Ich weiß es nicht. Aber wenn die Fliegersirenen losgehen, was er macht, ist, er rennt raus und hilft der Feuerwehr, irgendwie Brände zu löschen. Also er ist jetzt nicht einer, der dann, keine Ahnung, die Mäntel und Geldbörsen von den Leuten einsammelt, die sich in den Kellern Schutz suchen, sondern er geht raus und versucht zu helfen. Also wie gesagt, er führt sich jetzt hier ein bisschen auf wie der große Zampano. Er kriegt auch irgendwann von seinen Kollegen den Spitznamen Buddha, weil er auch so weise wirkt und so erhaben und auch irgendwie natürlich diesen Indien-Bezug hat. Ah, jetzt habe ich gedacht, weil er Margarine nicht mag. Hey, Kognein! Oh Gott, jetzt kommen wir in Liebe. Mit weniger Kalorien oder mit mehr, ist doch Wurst. Oh Gott. Das haben wir original vor zwei Stunden habe ich das mit meiner Familie angeguckt, weil wir gesagt haben, wir müssten mal wieder diese verrückten Frauen auf YouTube anschauen. Und dann haben wir das einfach gemacht. Okay, aber ich war ziemlich langweilig. Ja, vor allem, das ist ja eigentlich ganz schön garstig, dass du, nach was musst du suchen? Irgendwie, ich glaube, irgendwie entweder Erwachsene Frauen scheinen sich an oder und das zweite Video heißt Hexen irgendwie, was war es? Hexe bei Ruckzug oder so. Irgendwie so ähnlich. Ja, weil es geht um den Begriff Hexe, aber es ist halt auch so gut, weil die eine die andere einfach anbrüllt, du bist der Alte! Und die andere brüllt aber zurück, Hex! Das ist es, das kann man sich ja nicht ausdenken. Wenn ihr irgendwie Kontakt zu denen habt, ich würde da gerne einfach mal Hallo sagen. Ich finde es total nett, dass die dort waren. Und auch einfach so authentisch und so ein bisschen überdreht und in so einer wilden Laune. Ich mag es eigentlich. Authentisch! Ich kann dir da noch sagen, wir haben dann hinterher noch den Ausschnitt, wo sie bei Stefan Raab zu Gast waren, geguckt. Da haben wir dann erfahren, dass die... Ja, da kommt es ja her. Dadurch ist das ja bekannt geworden. Nummer mir, der hat es ja in seinem Buzzer gehabt. Aber die waren dann auch dort? Ja, ja, es ist Ruckzuck. Es ist ein Clip aus Ruckzuck, den hat er gezeigt und auf seinem Buzzer gehabt und er hat sie dann aber auch eingeladen. Ach toll! Und sie waren auch dort. Das kannst du auch auf YouTube. Also verlinkt mal, wenn wir daran denken, in den Shownotes. Und da erfährst du, dass die zum Beispiel alle in der Dresdner Bank gearbeitet haben. Vielleicht kann man da ja noch irgendwie, falls du Kontakt suchst. Und alle entlassen danach. Lamage. Und da erfährst du auch so Sachen, wie dass die eine von ihrem Freund verlassen wurde. Das ist vielleicht nicht so wichtig. Aber es ist halt immer so schön, wenn Franken im Fernsehen auf Nicht-Franken treffen. Das ist immer so ein bisschen anstrengend. Ja, und bei Ruckzuck ist das irgendwie schön und lustig, weil die in so ihren natürlichen Modus zurückfallen und mit Empathie und Schreien und du fieberst mit und findest das cool, wenn die dann so ganz ruhig auf der Couch von Stefan Rapp hocken und mit ihrem fränkischen Dialekt. Da wirkt irgendwie dieser Dialekt nicht so schön. Also ich mag Fränkisch total gerne, aber im Fernsehen wirkt der nicht schön. Nee, der wirkt halt, finde ich, also generell finde ich, dass Fränkisch sehr schnell sehr dümmlich wirkt. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte jetzt denen nichts anhängen, weil ich mag dieses Video unglaublich gerne und ich mag diese Frauen unglaublich gerne und ich fände es super. Also nach Klaus und Klaus wäre das mein nächstes Highlight. Nee, aber andersrum. Also ich sage nicht, dass die dümmlich wirken oder sowas, sondern einfach generell das Fränkisch halt oft. Ja, nichts anderes hätte ich auch gesagt, aber das wäre mir jetzt zu heikel und zu dispektivisch gewesen, das an der Stelle anzubringen. Der Jürgen erfüllt sich hier noch alle seine Träume. Pass auf, hey, das wird hier noch ganz groß, ganz groß. Also, Buddha, Buddha. Incom, nein. Also er hat, sagen wir nochmal diese Spirale? Nein, nochmal nicht. Nein. Seine Kollegen schauen so ein bisschen schon ehrfürchtig zu ihm auf, aber ich glaube tatsächlich, dass er eher so Level-Hilfsarbeiter in diesem Spionagebüro ist. Also, dass er da eigentlich ein ziemlich kleines Licht ist, auch nicht so super bezahlt wird. Wie gesagt, die Akten sind unter Verschluss. Wir können es nicht ganz genau sagen, aber so von den ganzen Rahmenbedingungen, ich glaube nicht, dass er da der große Oberheld war in diesem Büro, sondern dass er einfach da halt da war, weil er gute Sprachkombinationen abgedeckt hat, aber ansonsten da eigentlich nicht so wahnsinnig tief integriert war. Die Scheidung, die dann 1941 angeblich durch ist, veranlasst ihn jetzt dann, um die Hand von Alison anzuhalten. Wobei er das auch schon ein bisschen, er hat schon vorher um ihre Hand angehalten und dann aber sagt er, jetzt ist die Scheidung durch, jetzt können wir auch heiraten. Das nehmen sie sich zum Anlass, dann wirklich zu heiraten. 1941, ja, sie ist da im vierten Monat schwanger, sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen. Und Alison muss dann jetzt ihren Posten beim Geheimdienst aufgeben. Weil sie hochschwanger ist, aber auch, weil das SIS diese Beziehung auch nicht so wahnsinnig toll findet. Also Beziehungen der Anständen untereinander beim Geheimdienst ist auch schwierig, glaube ich. Und man fängt jetzt auch an, also die Vorgesetzten fangen an, sich die Berichte von Alex so ein bisschen genauer anzusehen. Also ganz besonders die Berichte, die er über den ägyptischen Botschafter schreibt. Da sind irgendwie so ein paar Ungereimtheiten drin und die beginnen, die sich jetzt ein bisschen genauer anzusehen. Nach der Geburt von Gordon Wilson muss Alison für drei Wochen im Krankenhaus bleiben, weil sie fieberhart und postnatale Depression und so das ganze Programm, also die Geburt läuft echt irgendwie nicht ganz so super. Sie holen sich zwar alle davon, Kind ist gesund, aber sie braucht einfach so eine gewisse Zeit, die sie da noch im Krankenhaus verbringt. Und jetzt wird dann auch langsam bei den Wilsons das Geld wieder so ein bisschen knapp. Eigentlich sollte ihr Ehemann ja gut verdienen, also so von dem, von dem, was er eigentlich verkörpert und erzählt, aber irgendwie so richtig gut verdient er nicht. Und dann wird auch noch dummerweise bei ihnen eingebrochen. Dieses Gespräch, da wäre ich gern dabei. So auch damals noch komplett andere Rolle der Frau und so anderes Wertesystem. Ich bin so, Schatz, ich muss mal mit dir reden. Du verdienst mir zu wenig. Ja, also das ist das, was ich wirklich auch so mich mehrmals gefragt habe. Hey, wie kann das nicht eigentlich mal irgendwie so eskaliert sein? So, hey, wir verdienen hier nicht so viel, wie du behauptest zu verdienen. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Aber es kam irgendwie nie so richtig dazu. Zumindest jetzt noch nicht. Aber jetzt. Also wie gesagt, dummerweise wird kurz nach Gordons Geburt auch noch bei ihnen eingebrochen und dann wird so der Schmuck geklaut, den Allison mit in die Ehe gebracht hat und den sie zur Hochzeit auch bekommen hat. Wow. Und so werden Wertsachen gestohlen und dann wird Alec auch noch entlassen. Vor allem jetzt sind wir aber wirklich, ich wollte es vorhin schon sagen, jetzt sind wir wieder bei Alf, jetzt sind wir bei Gordon Shumway hier. Bei Gordon Shumway. Aber wir haben eine Entlassung jetzt auch am Start. Er wird entlassen. Deutlich dramatischer nochmal. Und es liegt jetzt nahe, dass er vielleicht wegen fingierter Berichte entlassen wird. Weil wie gesagt, es wurden Ungereimtheiten entdeckt und es stellt sich raus, er hat einfach sich schlichtweg Dinge ausgedacht mal wieder. Und das wird untersucht. Und auch weil dieser Einbruch ziemlich nach Versicherungsbetrug aussieht. Das trägt auch dazu bei, dass er entlassen wird. Also man pfeift zwar die Polizei zurück und der Fall wird nicht wirklich komplett untersucht. Aber Alex muss den Geheimdienst verlassen. Das ist jetzt auch so ein bisschen schwer, seine Frau zu verkaufen. Also geht er nach Hause und erzählt dir, naja, hör mal zu, das ist jetzt so, die müssen mich jetzt entlassen, damit es so aussieht, als wäre ich quasi in Ungnade gefallen. Aber eigentlich ist das ja nur eine Cover-Story. Warum? Naja, ist vielleicht ja so. Läuft ja bei ihm. Aber nicht verraten. Deshalb jetzt wird wirklich so was von Verschwörungsgläubiger. Ja, und Alison glaubt ihm, weil sie ihm auch glauben will. Und sie entscheidet sich, wie noch sehr, sehr oft in ihrem Leben, sie entscheidet sich aktiv, ich will nicht alles so ganz genau wissen, damit ich nicht was erfahre, was mir nicht gefallen könnte. Lieber bleibe ich in Ungnade, also wäre nicht mein Ding, aber da kann ich mit arbeiten. Das kann ich irgendwie nachvollziehen, so eine Denke. Aber es ist, glaube ich, schon irgendwie nachvollziehbar, dass jemand an so einen Punkt dann kommt, in so einem Konstrukt. Interessanterweise gibt es heute, und das ist wohl auch schon so eine jüngere Entwicklung, es gibt heute Experten, die davon überzeugt sind, dass seine vermeintlich falschen Ägyptenberichte am Ende doch wahr sein könnten, weil die Ägypter selbst absichtlich falsche Informationen gestreut haben, um dem MI6 auf eine falsche Fährte zu locken. Also es könnte sein, dass das quasi so, weißt, eine doppelte Lügenkette war, die ihm dann um die Ohren geflogen ist, obwohl er eigentlich alles richtig gemacht hat. Aber wir wissen es nicht, weil die Akten noch unter Verschluss. Wahnsinn. Alec täuscht jetzt, er lässt ihn gegenüber eine Platte im Knie vor, warum auch immer, und eine seltene Blutkrankheit. Das ist schon spannender, weil diese Blutkrankheit macht es jetzt notwendig, dass er oft mal für 24 Stunden und länger ins Krankenhaus geht, wo er dann eine Bluttransfusion bekommt. Boah, das ist aber advanced. Das ist ja das Lügen. Was jetzt so eine Geschichte ist, die er beiden Frauen, mit denen er sich jetzt noch ab und zu trifft, auch erzählt. Also das ist dann was, ich glaube, ein Grund, warum er sich nicht so häufig widerspricht oder gar nicht widerspricht, ist, weil er Muster einfach mehrfach verwendet. Also er erzählt nicht jedem, den er trifft, eine komplett neue Geschichte, sondern er bleibt schon bei einer relativ konsistenten Version seiner Wahrheit. Und ich glaube, dass ihn das an vielen Stellen den Kragen rettet. Alison hat jetzt tatsächlich Panik. Also ja, er hat eine Krankheit, er ist deutlich älter als sie. Sie hat wirklich Angst, dass sie ihn bald verlieren könnte. Ja, und das ist jetzt was, was sie... Nicht unwahrscheinlich, ja. Na ja, klar, vor allem mit der Geschichte. Ja, aber ja, das ist was, was ihr wirklich halt Angst macht und ihre Liebe zu ihm eigentlich noch festigt, wo man so das andere, was ich euch jetzt über ihn erzählt habe, würde ja mal eigentlich denken, ja, vielleicht treibt es es irgendwann von ihm weg. Aber eigentlich festigt das ihre Beziehung noch. Und trotzdem, wir haben ja jetzt gelernt, er ist tatsächlich wieder am Rande der Armut. Also sie rutschen jetzt richtig in die Armut ab. Sie müssen dann letzten Endes sogar ihre Wohnung verlassen, stehen auf der Straße. Es gibt dann so einen Geistlichen, der sie bei sich aufnimmt. Der hat irgendwie, ich weiß nicht, was der für ein Ding betreibt, aber der hat auch irgendwie einen Arzt aus Pakistan bei sich wohnen und einen RAF-Offizier. Und da kommen sie für eine Weile unter. Und aber 1952... Ich finde es immer komisch, wenn du RAF Royal Air Force mit RAF abkürst. Das ist als Deutscher einfach doch sehr anders belegt. Aber das hat man ja jetzt schon ein paar Mal. Ja, klar. Trotzdem, es stößt mir immer wieder auf. Aber es ist ja immer schön, wenn man auch glauben könnte, na, vielleicht ist es einfach auch ein Terrorist. So, finde ich eigentlich so ganz schön. Das ist was Schönes, genau. Na, so dieses Zart der Zweifel im Hinterkopf, das hält euch so ein bisschen auf der Stuhlkante. Ja, das lässt euch nicht zu wohlig werden. Ja, da bleibt ihr ein bisschen angespannt. Das finde ich schon gut. So, das passt schon. Das mag ich. Ich nehme mal einen Schluck. 1942 ist kein gutes Jahr für Alison Wilson. Und 1943 ist auch nicht viel besser. Denn Alec verpfändet jetzt alles, was bei dem Einbruch noch nicht verschwunden ist. Also es ist nicht viel, aber das bringt er zum Pfandleiher. Dann leiht er sich noch Geld von Alisons Freunden, ohne ihr davon zu erzählen, was auch ein sehr interessanter Move ist. War der Friseur? Nein, nicht, dass ich wüsste. Na, schade. Das wäre sehr schön. Und er versucht auch von seinen Söhnen aus erster Ehe Geld zu erbetteln, die er immer noch regelmäßig zum Mittagessen trifft. Aber die haben jetzt auch das Geld nicht so dicke, als dass sie ihren Vater irgendwie aushalten könnten. Ich weiß nicht genau, was zwischen Alexander und Dorosy vorgefallen ist. Also die Frau, die er nach Yorkshire mit dem Zug verschifft hat, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Die er nicht mehr trifft. Mit dem Zug verschifft ist auch irgendwie eine sehr interessante Ausdrucksweise. Aber Dorosy wird ihrem Sohn jetzt 1942 erzählen, dass ihr Vater in der Schlacht von El Alamein gefallen ist. Also sie zieht jetzt quasi ihrerseits auch einen Schlussstrich. Ja, zumindest für ihren Sohn. Gibt es diese Schlacht überhaupt? Ja, ja, ja. Was für eine Schlacht ist das? Die von El Alamein. Die kenne ich tatsächlich gar nicht. Ja, da war halt Rommel. Rommel hat auch irgendwie so ein... Da war der Rommel. Hat auch so einen Afrika-Fettzug. Und da, was weiß denn ich, was da genau war. Aber da waren irgendwelche Panzer in der Wüste wahrscheinlich. Ah, okay. Einmal mehr gefährliches Halbwissen. Nee, nee, da bin ich mir relativ sicher. Da bin ich mir relativ sicher. Aber es wurde gerommelt auf jeden Fall. Es wurde wild gerommelt. Es wurde sowas von gerommelt. Und dabei kam er unter... Nein, er kam nicht unter die Räder. Er kam unter die Ketten. Er kam unter die Ketten. Also... Ich wollte jetzt sagen, langsam komme echt... Wir müssen an den Verlag herantreten, dass wir so ein Buch machen. Aber nicht so ein Wissensbuch, sondern so ein Unwissensbuch oder so. Anstatt so, was ist was? Sondern ach, äh, ach. Ach, was ist das? Ja, das wäre super. Ich habe ja mit dem Teslo Verlag tatsächlich schon Kontakt aufgenommen. Die sind nicht interessiert. Ja. Name-Dropping. Ich weiß... Vor allem voll das Gute Name-Dropping. Ja, die und die wollen uns nicht. Boah, du hast doch ja den Namen genannt. Boah. Wisst ihr, wie ich jetzt sagen würde? Ja, ich habe bei Andrew Lloyd Webber angerufen mit meiner Idee für ein Weißwurst-Musical und er ist nicht interessiert. Boah, was der? Andrew Lloyd Webber, voll krass. Weißwurst-Musical ist ja geil. Es gibt wirklich Pläne, aber... Es ist mein Lieblingssens. Das wäre super. Ich würde es mir anschauen. Ich habe an dem Jürgen seinem Geburtstag in meinem Auto Suddenly Seymour laufen lassen. So der schönste Song, den man jemals aus einem Musical raushören konnte. Oh, toll. Aus einem Gruesicle. Ich glaube, es stand mal in der TV hören und sehen, glaube ich, Gruesicle. Ja, das mit dem Sohn ist jetzt insofern schade, als dass Michael ein sehr talentierter Historiker und Schriftsteller wird, seinen Vater sicherlich sehr, sehr stolz gemacht hätte, aber die beiden jetzt einfach keinen Kontakt miteinander haben, was ja irgendwie schon immer schade ist. Also es ist schon auch bezeichnend. Das klingt jetzt so nebensächlich. Die Mutter hat ihm mal gestorben, weil es einfacher ist, als ihm zu sagen, er hat eine neue Frau. Aber ich meine, du musst dir mal vorstellen, was er dann für eine Trauer durchmachen muss. So dieses, oh, mein Vater, ich dachte vielleicht, er kommt irgendwann wieder, aber jetzt ist er im Krieg gefallen. Und er war ja auch ein guter Vater, das hast du ja mir erzählt, oder? Ja, seinen Kindern gegenüber. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, er war ein guter Vater, aber aus der Sicht seiner Kinder war er ein guter Vater. Die meiste Zeit. Wenn er denn mal da war. Wenn er nicht gerade die Zähne der Mutter ausschlägt, die meiste Zeit. 1944 wird Alexander Wilson offiziell und öffentlich nicht für tot, sondern für bankrott erklärt. Was auch interessant ist. Das stand, glaube ich, dann auch so irgendwie in der Zeitung. Ich weiß nicht genau, wie da der offizielle Verfahrensweg in England ist. Aber irgendwie, wundersamerweise, erfährt keine seiner Familien davon. Und falls sie doch davon erfahren, dann schaffen es die Frauen, das vor den Kindern zu verheimlichen. Was auch immer noch so ein Punkt ist, den man vielleicht mal erwähnen sollte, dass vieles, was die Frauen dann vielleicht auch mal irgendwann geahnt haben oder erfahren haben oder wissen, dass die vieles auch für sich behalten und ihre Kinder quasi eher dann schützen mit, naja, der Papa kommt bestimmt wieder oder eben, ja, der Papa kommt nimmer. Oh Gott, das deprimiert mich so dermaßen so, das muss ich jetzt auch dran denken, was der Philipp vorhin gesagt hat, so. So, ja, der Papa kommt. So, Gott, nein. So, jetzt bin ich traurig. Es ist jetzt schon irgendwie klar, dass Alexander Wilson finanziell komplett abgerissen ist. Und mit dieser offiziellen Bankrotterklärung kriegt er halt keine Kohle mehr von Pfandleihern, von Banken, von irgendwem. So, das ist jetzt, ja. Also, könnte man mal wieder einen neuen Namen brauchen. Naja, jetzt muss ich mal eine super saublöde Frauch stellen, Jürgen. Mach doch mal, stell doch mal eine blöde Frauch. Die Art von Lügengebilden, die er vorher gebildet hat, so, die würden ihn jetzt auch weiterbringen an der Stelle. Weil ich meine, du sagst jetzt, jetzt ist er offiziell Bankrotter, jetzt kriegt er kein Geld mehr. Naja, er hat vorher schon krassere Sachen erfunden als eine neue Identität, um irgendwo neu Geld herzukriegen. Ja, genau. Aber, okay, das ist auch was, was ich später mit euch diskutieren will, aber ich ziehe es jetzt gerne mal vor. Ich, ich stelle jetzt einfach mal eine wilde These meinerseits in den Raum, ja. Ich sage jetzt einfach mal, er ist kein, er ist kein ausgebuffter Krimineller. Also, er ist keiner, der, der irgendwie böswillig Leute abziehen will oder der irgendwie böswillig Leute beklauen will. So, ja, der hat schon auch geklaut, irgendwie aus einer Not heraus, der hat irgendwie seine Frauen belogen. Ich glaube tatsächlich so aus irgendwie, ja, er hat sich halt in andere verliebt und versucht das irgendwie, ähm, ja, das klingt jetzt schäbig und falsch. Ja, er wollte halt quasi niemanden verletzen und hat gedacht, er kann quasi das für alle irgendwie recht machen und für alle da sein und so. Also, das mag jetzt vollkommen daneben sein, aber ich behaupte, er war an sich, ähm, kein, kein böswilliger Mensch und deswegen tut er sich auch schwer mit, okay, er, er überlegt sich jetzt halt, ähm, eine neue Identität, überfällt eine Bank und keine Ahnung. Also, das ist einfach nicht, das ist einfach nicht er. Ähm, ja. Ich will, ich will jetzt nicht mehr sagen, um nicht vorzugreifen, was er denn stattdessen macht, aber. Also, aber er ist ja trotzdem ein verdammter Lügner. Er ist ein verdammter Lügner. Also, der hat ja auch, bevor er die ganzen Familien hatte, ja schon Dinge erfunden und erlogen, so. Und jetzt ist ja, das ist ja letztendlich, was du jetzt gesagt hast, sei da nur am Rande mit dem zu tun, was ich gesagt habe. Er macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Genau, genau. Und das hält ihn ja jetzt niemand auf, jetzt an dieser Stelle, wo er offiziell in der einen Identität bankrott ist, einfach eine zweite Identität zu erschaffen, wo er wieder Geld kriegt, so. Ja, ja, das ist schon richtig. Ich wollte jetzt nur einmal klar rücken. Und ist auch genau das, was jetzt passiert, so. Ich wollte jetzt, ich wollte jetzt nur einmal klar rücken, dass er nicht aus niederen finanziellen Beweggründen irgendwie Dinge erfindet, Leute belügt, Leute über den Tisch zieht oder so. Das wollte ich nur einmal, einmal klarstellen. Aber ja, er steht jetzt irgendwie ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand. Bis wohl auf seiner Seite, ja? Bis wohl auf seiner Seite. Ich bin immer auf der Seite der Leute, für die ich hier, für die ich hier eintrete, zumindest. Boah, das ist aber hart. Das würde ich mir sehr überlegen, bis es dann irgendwann kippt. Ja, genau. Aber das ist aber wirklich, das müsste man auch mal psychologisch besprechen, ob das schon so ein leichtes Stockholm-Syndrom ist. Aber wenn man sich über Wochen mit Personen beschäftigt und versucht irgendwie zu ergründen, warum sie Dinge getan haben, dann fängt man an, also das diagnostiziere ich mir jetzt einfach, dann fange ich an, tendenziell glaube ich, positive Dinge im Vergleich zu negativen Dingen überzubewerten. Ja, und wenn ich an dieser Stelle die weltbekannte Philosophin Stefanie Duschek zitieren darf, die Welt ist halt nicht schwarz und weiß. Nee, meistens nicht. Außer du bist vielleicht am Nordpol und es ist dunkel. Das ist eigentlich schwarz. Das Dümmeres ist mir leider nicht eingefallen. Also, Alec ist jetzt komplett pleite und so wundert es ja auch nicht, dass er jetzt tatsächlich sogar seine erste Frau anschreibt, ob die ihm nicht Geld borgen kann, ja. Aber die ist auch schwer damit beschäftigt. Hallo, erste Frau, deren Namen ich nicht mehr weiß. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ihr mir folgen könnt, wenn ich immer hier mit Namen nur um mich schmeiße. Nee, also keine Chance, so. Ich weiß nicht, ob es dir, Philipp, das kann, aber ich kann es auf keinen Fall. Ich kann mir nie merken, wie der Typ heißt, bis du es 20 Mal gesagt hast, so. Ich bin da mit Namen echt ganz schlecht, wenn ich kein Gesicht dazu habe, so. Ja, also von daher versuche ich auch, das immer so ein bisschen überzubetonen, wer wer ist, ja. Aber ich finde es schön, so die erste Frau, zweite Frau, finde ich super, das finde ich gut, so. Das suggeriert auch, dass wir irgendwann da vielleicht bei 19, 20 oder so rauskommen. Zum Ersten, zum Zweiten. Stell dir mal vor, du stellst deine eigene Frau, mit der du verheiratet bist, immer mit, das ist meine erste Frau. Das suggeriert doch auch irgendwie so Gedanken oder Pläne für die Zukunft, oder? Nee, aber stell dir mal vor, du bist mit einem Typen verheiratet, der hat dir drei Kinder angehängt und dann haut er nach Indien ab. Ja. Dann kommt er wieder, ist aber irgendwie ganz oft nicht zu Hause, wenn er zu Hause ist, arbeitet er, dann findest du irgendwie vielleicht raus, dass er irgendwie nach Parfüm riecht ab und zu oder dass er irgendwie, vielleicht kommt da was irgendwie mit einer anderen Frau und dann ist er plötzlich ausgezogen, du bist dir sicher, er hat jetzt irgendwie eine andere und irgendwann kriegst du einen Brief, ey, kannst du mir Geld pumpen? So, stell dir das mal vor und dann weißt du ungefähr, wie es gleich das gerade geht. Ja. Wie viel schickst du ihm? Gar nichts. Also sie ist, ja, sie ist im Mama-Modus, sie muss irgendwie ihre Kinder durchfüttern, muss selber irgendwie gucken, wie sie an Geld kommt, sie hat selber irgendwie ja kaum Einkünfte, wohnt irgendwie bei Verwandten. Es ist Krieg, ja, das, was man auch nicht vergessen darf, das rückt immer so ein bisschen in den Hintergrund, aber es ist gerade Krieg. Die Deutschen zerstören tatsächlich auch einiges von dem Wenigen, was die Wilsons insgesamt noch haben, fällt auch den Bomben zum Opfer. Naja, und mitten rein wird Alison zum zweiten Mal schwanger. Also Alison, ja, seine dritte Frau. Natürlich. Bei einem Parkspaziergang mit seiner schwangeren Frau und seinem Sohn wird Alexander im Oktober 1944 am helllichten Tag geboren? Verhaftet. Hm. Aber woher denn das jetzt? Hey, dir sein könntest du, dass das neue Kind wieder heißt wie der Papa. Ach so. Wieso, weshalb, warum? Der Vorwurf, er soll sich als falscher Colonel der britisch-indischen Armee ausgegeben haben. Entschuldig. Das wird ihm jetzt zur Last gelegt und es wird dann auch so ein bisschen hin und her und untersucht und verhandelt und so weiter. Und er wird am Ende des Tages zu fünf Pfund Strafe pro Fallschirmauftritt mit dieser falschen Uniform verdornet. Hä, wie will man das nachvollziehen können so? Naja, du musst dir ja irgendwie einen Case stricken und dann musst du ja schon belegen, wie oft das überhaupt vorgekommen ist. Und also da gibt es sicherlich eine Zahl, ich kenne sie nicht, so viel kann ich dir sagen. Und es wären auch schon fünf Pfund zu viel für ihn. Also könnt ihr euch vorstellen, dass er die Alternative auf zwei Monate freie Kostenlogie im Gefängnis vorzieht. Zwei Monate ist jetzt ja auch ja nicht so wahnsinnig lang. Allison besucht den... Na ja, sperre dich mal in Bad ein für so fünf Stunden und dann, sag mal, auf zwei Monate lang, wenn oder kurz. Sperre dich mal in Bad ein. Das ist tatsächlich aber ein interessanter Vergleich. Ich glaube... Also bringt mir jemand ins Bad essen. Sperre dich mal ins Bad ein. Der schiebt halt irgendeine Gulasch unter der Tür durch. Finde ich jetzt schon mal nicht schlecht. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel die Spinnen hier bei mir... Ich habe im Keller hier so ein kleines Bad und das finden die ganz super hier, die Spinnen. Und wie viel die da zu essen finden. Also da bin ich echt immer wieder überrascht. Wie viel... Das sind auch ein, zwei Meter große... Ganze Familien von Spinnen kann man da ernähren mit so einem Bad, ohne dass man die irgendwie füttert oder irgendwas. Das ist echt merkwürdig. Eine Bekannte von mir hatte neulich einen Vorschlag und das fand ich eine sehr gute Idee. Zu Weihnachten doch mal, anstatt Schokoeier, so Schokospinnen zu machen. Schokospinnen? Ja, weil dann hast du nicht nur so wie bei so einem Osterhasen so einmal Ohren, die du abknabbern kannst, sondern lauter Beinchen. Aber warum soll ich zu Weihnachten Ostereier verschenken? Da kann ich schon nicht folgen. Nein, einfach zu Ostern oder auch einfach so. Ach so. Schokospinnen. Ja, wir bräuchten halt einen Spinnenfeiertag vielleicht. Oh ja, das ist eine gute Idee. Könnte man sich mal zusammen spinnen. Außerdem könntest du dann jedes Bein anders füllen. Zusammenspinnen. I see what you did there. Der Tag der Spinnefeindschaft zum Beispiel. Mir fällt ja eh so ein richtig gehässiger Feiertag, würde mir fehlen, wo man mal so richtig, richtig übel sein kann. Oh Kraus, oh Kraus. Gut, ich meine, es gibt doch in ganz vielen Ländern so diesen komischen, wie heißt das, ist das zum 1. April? Dieses, ich kipp dir Wasser über den Kopftag. Hä? Das ist die Ice Bucket Challenge und die gibt es nur im Internet, oder? Nee, das ist aber, ich glaube unter anderem in Polen, es ist ein Ding, dass du zu irgendeinem Tag andere Leute nass machst. Und das ist halt irgendwie im Februar oder so, wo du halt sagst, Alter, warum macht die es gerade da? Das ist eiskalt. Es gibt so einen Tag, der ist nur dazu da, dass du andere Leute nass machst. Ja, das ist nicht der Jürgen Alltag. Alltag. Oh Gott, ich hatte jetzt gerade hier fast eine Erscheinung. Ich war jetzt fest davon überzeugt, dass jemand hinter mir steht. Hat dein tut der Vater dir einen C64 bringen wollen? Ich hoffe doch nicht. Wo sind wir denn im Park? Nein, im Gefängnis sind wir. Also, Alison besucht ihn wöchentlich und schon beim ersten Besuch erzählt er ihr unter Tränen eine schöne Geschichte, warum er denn im Gefängnis sitzt. Und zwar sagt er, er sitzt an... Wegen der Arbeit ist das jetzt Tarnung? Nee, nee, er sagt, er sitzt wegen Bigami. Er erzählt ihr jetzt von Gladys, von der Alison bisher dachte, dass es seine Stiefschwester wäre, also seine erste Frau. Erzählt ihr dabei aber auch, also eigentlich erzählt er ihr ja die Wahrheit, aber er lügt ihr auch wieder straight ins Gesicht. Er behauptet, die Ehe sei annulliert worden. Und just jetzt, wo sie hier im Gefängnis beisammensitzen und miteinander sprechen, sucht jemand im Vatikan nach den im Krieg verlorenen Unterlagen dazu. Also, das ist ja jetzt schon ein Dan-Brown-Roman. Ist das ein Dan-Brown-Roman? Da fehlt mir jetzt irgendwie noch die, wie nennt man das so, Fantasy-Variante. So nur Vatikan an sich ist ja noch nicht so fantastisch genug. Ich fühle, dass bei Dan Brown noch irgendwas, da fehlt noch was so. Oh, eine alte Fabrizei. Dan Brown, ich habe irgendwie zwei Bücher gelesen, aber ich kann mich gerade nicht mehr so richtig gut erinnern. Ich weiß, da ist irgendeiner mal mit einem Taschentuch aus dem Helikopter gesprungen. Das hat sich mir irgendwie eingebrannt, aber vielmehr ist nicht eingeblieben. Taschentuch, okay. Naja, also, es ist jetzt schon eigentlich ein harter Brocken, den sie zu schlucken hat. So die gottesfürchtige Christin, dass es hier noch eine Familie gibt und er eigentlich da irgendwie noch verheiratet war. Aber er fleht sie jetzt wirklich an, dass sie ihn nicht verlässt. Und sie verlässt dann das Gefängnis in Erleichterung. Also sie fasst es für sich so zusammen. Okay, es wurde jetzt hier meine Liebe auf die Probe gestellt und sie spürt in sich rein und sie weiß, die Liebe hat bestanden. Und also sie hält ihm die Treue. Wie gesagt, ich finde eh, die Frau ist ein Phänomen. Also die blendet wirklich alles aktiv aus, was zu unliebsamer Gewissheit führen würde. Und was übrig bleibt, ist so eine richtig aufrichtige Liebe für einen Mann oder für den Vater ihrer Kinder. Und die trotz so allem, was das Leben und insbesondere der Mann ihr an Knüppeln zwischen die Beine wirft. Ja, aber es ist jetzt auch nicht zwangsweise gut so, oder? Ich meine, du, das bin ich nicht, das zu beurteilen. Aber irgendwie, dass das dann auf eine komische, verquere Art und Weise zusammenschweißt, kann man auch irgendwie nachvollziehen, oder? Nachvollziehen, ja. Okay. So ein Stück weit. Vielleicht habe ich jetzt aber auch einfach zu viel in ihrer Biografie gelesen. Wahrscheinlich. Das könnte natürlich auch sein. Bei nächster Gelegenheit deutet Alexander seiner Alison gegenüber jetzt an, dass diese Gefängnissache, wie du gerade schon vermutet hast, doch nur eine Cover-Geschichte ist, um seiner Glaubwürdigkeit als gefahrener Secret Service Agent. Jetzt hör auf, ey. Das ist ja Wahnsinn. Ja gut, aber das ist jetzt ja nur die konsequente Fortsetzung von dem, was er schon an den Start gebracht hat. Und die Geschichte ist auch immer sowas wie seine Trumpfkarte. Also immer, wenn es irgendwie absurd oder ungereimt wird, was selten genug vorkommt, wie gesagt, aber dann kommt er immer mit, ah ja, das ist alles, pst, alles geheim, alles geheim, kann ich dir nicht verraten, pst. Und der Witz ist, sie hat ihn ja beim Geheimdienst kennengelernt. Das ist ja der Gag an dieser Geschichte. Also sie kann ja eigentlich gar nicht anders, als ihm das zu glauben. So, sie weiß ja, dass das sein kann. Also, ne, wenn ich dir jetzt erzählen würde oder euch jetzt erzählen würde, hey, das ist eigentlich gar kein Podcast, das ist eigentlich eine verdeckte Operation vom Bundesnachrichtendienst. Und deswegen hatten wir Klaus und Klaus? Ja, dann würdet ihr euch schwer tun wahrscheinlich. Das würde mich im Sinn. Tatsächlich würde mich das nachhaltig verstören. Ja, sag ja, das würde euch schwer fallen, mir das zu glauben. Wenn ihr jetzt aber wüsstet, dass ich schon mal für den Bundesnachrichtendienst den Hof gekehrt habe, dann würdet ihr euch vielleicht ein bisschen leichter tun. Von wem? Den Hof gekehrt. Wer von uns drei ist die wahrscheinlichste Person, dass sie für den Geheimdienst gearbeitet hat oder die es noch aktiv tut? Das kann nur der Philipp sein, weil das geht nur mit Leuten, die man im Vergleich zu anderen Leuten weniger gut kennt. Also ich glaube, immer wenn du zwei Leute hast, fällt deine Wahl auf den, den du weniger gut kennst oder weniger lang. Okay. Oder? Du traust mir quasi nicht zu, dass ich beim Geheimdienst bin. Du, jemandem, der Schweinegesichter ist, traue ich erstmal alles zu. Ah, okay, also weiter in der Geschichte, bitte. Dominik, du hast nicht... Da ist man kulinarisch aufgeschlossen und was ist so, man hört sich das Leben lang so. Was ist so, ja, ist Schweinegesichter so. Du hast die Frage von Philipp nicht beantwortet. Was, ähm, ach ja. Ich traue prinzipiell jedem das zu, weil ich glaube, aus der Geschichte meines Filmkonsums gelernt zu haben, dass die echten Geheimagenten immer genau die sind, wo du eben nicht denkst, dass sie es sind. Das ist auch eine unterfängliche Antwort. Weil der James Bond ist es halt meistens nicht so. Außer wenn er Popoff heißt. Keine Ahnung, das sollst du dir nicht auffallen. Bei den Storys, die wir bis jetzt hatten, waren das immer redegewandte Leute, die alle möglichen Leute, ich will nicht gleich sagen um den Finger wickeln, aber zumindest charmant bezirzen konnten. Naja, dann sind wir ja alle in der Auswahl so. Oh, ein Gruppenkompliment. Das ist ja, ist ja ein ganz neues Level. Ja, ihm wäre jetzt als Alternative ja nur geblieben, ja, da müsste ich es ja selber sein und mir selber nicht trauen, das wäre total weird. Naja, also ich weiß jetzt nicht genau, wo Alexander nach seiner Freilassung unterkommt, aber nicht bei Alison. Die ist nämlich jetzt zu ihrer Mutter gezogen und da ist er nicht willkommen. Mutter, es ist zu kompliziert, es zu erklären, aber ich muss bei dir unterkommen. Wer hat den Geburtstag? Meine Mutter. Nee, Geburtstag hat Nigel. Das ist nämlich der zweite, jetzt komme ich selber gerade durcheinander, der zweite Sohn, den er mit Alison hat, also mit seiner dritten Frau. Und als der auf die Welt kommt, sagt Alisons Mama, sie soll doch bitte das erste Kind ins Kinderheim schicken und den zweiten zur Adoption freigeben. Wow, nein, 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 das freut man nicht. Die Mama ist halt besorgt, also könnt ihr das nicht verstehen. Batsche da, die Gude, was soll ihr denn das? Sag mal, ist Nigel eigentlich die, oder ist das äquivalent im Deutschen der Niklas? Der Nigel, der Nigel ist doch ein fränkisches, so was wie der Lausbub. Kennt ihr das, der Nigel? Ja, das habe ich schon mal gehört. Kommt das von Nigel? Nee. Das ist ein Begriff, der ich bestimmt schon 20 Jahre nie mehr gehört oder benutzt, aber fällt mir gar nicht ein. dass es das im Fränkischen eigentlich gibt. Das sagt bei gar nichts. Aber gibt es nicht im Englischen auch einen Niklas? Ich schaue gerade, Nigel ist eine Variante von Neil. Okay. Und dann kommt es wieder von Neil. Okay, gut. Das ist aber immer noch nicht sehr deutsch. Nö. Also hast du jetzt keine deutsche Variante auf Anhieb gefunden? Naja, das kommt halt wieder aus dem Gälischen. Muss ich mal meine Verwandtschaft fragen, wo das herkommt. Ende 1944. Wendet sich jetzt das Blatt. Alexander findet eine Stelle als Assistant Manager bei einer Kinokette, die jetzt für mal die nächsten Jahre des Familieneinkommens sichert. Und das ist gar nicht so schlecht. Also sie können sich sogar dann ein Häuschen anmieten, ein möbliertes Häuschen, in dem sie dann einzelne Räume wieder untervermieten. Also sonst könnten sie so gut dann, so dick ist es auch nicht, sie können es sich sonst nicht leisten, aber sie können dann einzelne Räume untervermieten und zeitweise auch sogar die Garage, glaube ich. Bitte sag mir, dass dann das Haus einfach gefüllt ist, wie bei den Katholiken in der Sinn des Lebens von Monty Python, wo einfach in jedem Schrank unzählige Kinder und Leute drin stecken. Dann sage ich dir, dass das Haus so gefüllt ist, wie bei den Katholiken in Monty Python, wo in jedem Schrank irgendwelche Leute und Kinder drin sind. Oh, das ist ja schön. Es stimmt zwar nicht, aber es war mir wichtig, dass du das weißt. Absolut, du bist glücklich. Ich möchte immer wieder auf diesen Fakt hinweisen, der zumindest laut im Audiokommentar drin ist. Und anders, kennt ihr diesen, die Szene, von der ich rede? Habe ich gerade nicht vor Augen. So diese katholische Familie, wo der Familienvater auch sich dann dagegen sträubt, Verhütung zu benutzen, weil das wäre ja unchristlich und deswegen die Kinder alle lieber irgendwie für medizinische Experimente verkauft. Und davor gibt es den großen Song mit Tanzroutine Every Sperm is Sacred, in dem halt besungen wird, dass eben sozusagen als Katholik darfst du es ja nicht lassen. Irgendwie da müssen unterige Kinder raus. Das muss sein. Aber wo wir jetzt gerade schon bei Monty Python, warst du fertig mit deiner Anlegte? Entschuldige. Was ich auch großartig fand, war, dass sozusagen die Regieanweisung wohl damals, man war einfach, nein, wir brauchen mehr Kinder, mehr Kinder, mehr Kinder. Und sozusagen am Set waren einfach unzählige Anzahl an Kinder, die einfach in jeden Schrank und jede Öffnung gestopft worden sind in diesem Haus, sodass du halt irgendwo machst den Schrank auf und da sitzen einfach fünf Kinder noch drin und dass das einfach vor Ort schon total absurd gewesen sein muss. Die ganze Zeit hat die Regie der geführt, der dann auch die Mutter in der Szene spielt. Dann haben sie auch gesagt, irgendwie der hatte mir Frauenklamotten angehabt, ist zum Regiestuhl gerannt, hat irgendwie Anweisungen gegeben, ist wieder in die Szene rein, hat weitergemacht. Und zu allem Einfluss über die ganze Sache hinaus, waren auch die ganzen Kinder vor Ort nicht dafür gebucht, sondern die waren alle in irgendeinem örtlichen Ferienlager und waren halt einfach mal für so einen Tag hingekarrt und die Eltern hatten halt keine Einverständniserklärung abgegeben, dass ihre Kinder da mitmachen dürfen. Ach schmal, okay. Und dann haben dann halt vielleicht irgendwann später ihre eigenen Kinder in diesem Film wieder gesehen. Und ich meine, ist es ja jetzt nicht, dass das komplett unkontrovers ist oder, ich sag mal, da brauchst du ja schon eine Portion Humor, damit du da drüber lachen kannst. Und jetzt stell dir mal vor, du bist ja eher so ein bisschen, ich sag mal, die moralisch, sagen wir stabiler oder konservativer unterwegs, bist selber tatsächlich katholisch, findest du das überhaupt nicht lustig, die Szene. Und dann spielen deine Kinder mit und tanzen und singen zu diesem Song. Und wenn deine Kinder heimkommen und sagen, Mama, Mama, ich hab in einem Film mitgespielt, sagst du auch, ja, ja, ja. Hab da halt gespielt im Ferienlager. Und was habt ihr da gesungen und gemacht? Every Spur is sacred. Äh, Moment. Weil du gerade sagst, dass der Gag ist, wir müssen mehr, wir brauchen mehr, mehr, mehr. So mein Lieblingsgag mit wir brauchen mehr, mehr, mehr ist ein schönes Grüße an meinen Kumpel, an meinen Kumpel, den Matze an der Stelle. Es gibt von Saturday Night Live, gibt's einen Sketch, der quasi das Recording von Don't Fear the Reaper zeigt so. Needs More Cowbell. Das ist absolut, absolut fantastisch, ja. Needs More Cowbell. Aber Jürgen, jetzt musst du mir doch sagen, es gibt mich in den Simpsons zweimal das, wir brauchen mehr Hunde. Bei was würdest du's? Na, das, wo sie in Bier schwimmen. Ja, im Bier. Ich hab's bei Bier auch, ja, tatsächlich. Wohl kommt's noch vor. Es gibt noch eine zweite Szene, da stellt sich Bart vor, wie, ich glaub, Knecht Ruprecht, also deren Hund, irgendwie abhanden kommt und dann sind sie irgendwie auf so einem Dampfer unterwegs und da sind halt so muskelbepackte Matrosen, die praktisch den Job des Heizers machen und schaufeln dann einfach Hunde in so einen Ofen rein. Und meint, wir brauchen mehr Hunde und dann schaufeln sie da lauter Hunde einfach in die Flammen rein und dann... Das war ganz schön makaber. Ja, ja, und dann zoomt es so wieder zu ihm zurück und er so, warum verschiedene Hunde, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Sehr gut. Aber wo wir gerade schon bei Monty Python waren, wir haben an Ostern spontan beschlossen, mit unseren Kids mal das Leben des Brian anzuschauen. Also, dass das verboten ist, dass es in Kinos lief oder nicht ausgestaltet wird in Deutschland, das führt auch echt nur dazu, dass es jeder erst recht in Ostern guckt, oder? Das kam nämlich früh am Karfreitag oder was im Radio und ich so, oh geil, dann können wir echt mal wieder gucken. Äh, gilt dieses Verbot jetzt noch? Meines Wissens nach? Ja. Ich bin mir nicht ganz... Ach, Mann, echt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann man fast nicht vorstellen. Ich glaube, es wurde im Radio erwähnt, mit es läuft im Fernsehen am Wochenende, aber ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, in welchem Kontext das jetzt war. Aber ich bin da mal in Gedanken kurz durchgegangen und habe mir gedacht, naja, also Ritter der Kokosnuss könnte ich mit denen vielleicht noch nicht schauen. Aber ich dachte, bei Das Leben des Brian geht's schon, so mit einem Fünfjährigen und einem Zehnjährigen. Du musst dich allerdings dann auf Diskussionen einlassen wie, Papa, was bedeutet denn vergewaltigt? Ja, genau. Es sind schon ein paar echt derbe Dinge dabei. Aber wir hatten trotzdem großen Spaß. Also abgesehen davon war es ein großer Spaß. Danke. Eine Szene habe ich in diesem Film nie gesehen. Das ist ganz absurd. Wir hatten den nämlich früher auf Video, also vom Fernsehen aufgenommen und da fehlte die Szene mit diesem Ufo. Das ist auch besser, wenn man die nicht sieht, weil das ist die Stelle, wo ich mir jedes Mal denke, ey, was haben die geritten, diese Scheiße in diesen Film reinzuschreiten? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Für mich ist das urkomisch, weil das, also, weil einfach diese Szene hat in meinem, in meiner Rezeption von diesem Film jahrelang gefehlt und irgendwann denkst du immer, okay, der rennt da irgendwo rein und dann irgendwann kurz drauf ist er wieder drunter, wie ist der eigentlich da hingekommen? Und dann siehst du in diesem Film diese Absurdität mit dem, also ich erkläre es für alle, die es nicht kennen für die zwei Leute, er rennt einfach einen Turm hoch, oben kommt er nicht weiter, fällt dann davon runter und da kommt einfach ein Ufo vorbei, er fliegt dann mit diesem Ufo mit, das Ufo wird irgendwann beschossen, das Ufo stürzt ab und er kracht direkt neben diesem Turm wieder in den Boden, kraxelt raus, unverletzt und jemand meint so, boah, Glück gehabt, oder? Er zuckt einfach mit den Schultern und es geht weiter. Also diese Szene ist für nichts gut, außer es ist eine Szene, die einfach da ist, weil sie da ist, so eine, wie diese Daso-Brücke. Das Einzige, was ich mir erklären könnte, wäre, wenn die diesen Film gedreht hätten und dann ist er auf diesen Turm gerannt und es hat beim Runterfallen ist irgendwas passiert, was in diesem Film am Ende nicht durchkam, keine Ahnung, er ist auf eine Kindergartengruppe gestürzt und die haben ihn gerettet, sind dabei aber alle, sowas, ja. Das könnte ich verstehen, dass es dann, oh ja, wir müssen das vielleicht rausschneiden und, oh, wie löst man das jetzt? Wir können jetzt nicht nochmal nach Jerusalem fahren und drehen oder wo auch immer die gedreht haben. Naja, dann machen wir jetzt hier so eine Szene hier mit dem Raumschiff. So, das könnte ich wenigstens folgen und sagen, okay, aber also diese Szene, über die muss ich mich jedes Mal wirklich, wirklich ärgern. Echt? Also ich finde es eher großartig, dass es so völlig eskaliert, aber zu nichts führt, zu überhaupt nichts und eigentlich fast schon dem Betrachter ja fast schon den Mittelfinger zeigt, der einfordert, ja, jetzt muss ja was Sinnvolles passieren. Was aber auch sehr schön war, ist, meine Kinder sind dann bei sowas auch immer tatsächlich erstaunlich vorsichtig und so, und die haben schon ein wenig so vorgefühlt, so, was passiert denn da und ist das was für uns und können wir das schauen oder kriegen wir da Angst und so? Was zeigen wir sonst euren Kindern? So Kinder, jetzt schau mal Friedhof der Kuscheltiere. Nein, Papa, ich will nicht, ich will nicht. Nein, die sind da einfach manchmal ein bisschen dünnhäutig, ja. Ich möchte jetzt nicht, ich weiß nicht warum. Aber das hat dann dazu geführt, dass Annika und ich, wir haben uns dann so ein bisschen die Szenen irgendwie gegenseitig erzählt und uns mega kaputt gelacht und dann war dann, war dann auch am Anfang des Films kommt dann ja so, ach ja, jetzt kommt die Steinigung, da müsst ihr hinkommen, das ist sehr lustig so. Was, da wird jemand gesteinigt? Nein, da kann ich nicht, da kann ich nicht hinschauen und die Eltern, oh nein, da musst du hinschauen, das ist voll lustig und das ist überhaupt nicht schlimm. Das war eine sehr skurrile, eine sehr skurrile Unterhaltung im Hause Kraus. Bitte, schneid das bitte raus, Philipp, weil ich glaube, sonst kommt das, nein, das Jugendamt. Na so, na aber andersrum ist ja eigentlich voll selbstreflektierend schon von deinen Kids, wenn die da selber wissen, was sie für sich wollen. Ja, also in Rückwirkung, ich hätte das vielleicht wirklich nicht erzählen sollen, aber ja, die sind sehr, sehr, die sind sehr, 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 sehr erwachsen mitunter, manchmal auch gar nicht, aber in solchen Momenten. Ganz im Ernst, wie viel älter als fünf muss man denn heute werden, dieses Leben ist hart so. Das war jetzt mal ein schöner, das war jetzt mal schön, so. Ich dachte tatsächlich, dass wir, dass wir früher unkontrollierte, im Fernsehen schlimmere Dinge auch geguckt haben, als heute. Nein, also ich habe mit fünf nichts in der Art geguckt, gar nichts. Nein, mit fünf nicht, aber gut, das ist jetzt der kleine Bruder, so mit zehn habe ich schon deutlich, deutlich schlimmere Sachen. aber das ist doppelt so alt, im Basis des Wortes so. Du, das ist aber ein Unterschied, weil der, der Fünfjährige, der lacht sich dann an Szenen kaputt, wo jemand irgendwie, keine Ahnung, stolpert oder wo der Gladiator wegrennt, weißt, weil er die, die schlimmen Dinge, die eigentlich schlimmen Dinge nicht versteht. Oder was, was hat er, wie er da auf Schwanzus Longus reagiert, hat er das kapiert? Ich muss mich gerade mal überlegen, ob sie da, da haben sie dann schon gelacht, aber das ging ein bisschen in unserem Lachen unter, glaube ich. Es ist ja, glaube ich, auch einfach mal mit die Stimmung, die sowas mitträgt, sowohl gruselig als auch positiv und lustig. Naja, und es ist auch immer, es ist auch immer das eine, weißt, kontextlos, Kinder sowas irgendwie auszusetzen oder sie begleitet da irgendwie, weißt, ein Familiending draus zu machen. Also ich, ich stehe zu meiner Entscheidung, dass wir das angeguckt haben. Rückwirkend. Aber schau doch mal gemeinsam als, als Family, so das Texas Chainsaw Massacre Original an und schau mal, ob du auch eine gute Stimmung kreierst und wie da die Reaktion ist. Würde mich einfach mal als, als wissenschaftliches Experiment, würde mich das mal interessieren. Dominik's Erziehungstipps. Wenn ich zu diesem Film eine ähnliche Beziehung hätte, wie zu Das Leben ist Brian, könnte ich mir das tatsächlich vorstellen, aber das, der lässt mich relativ kalt. Gibt es einen Film, den du, oder eigentlich bei euch beiden, die ihr eurem Nachwuchs irgendwann mal zeigen wollt und Schiss habt, dass die sagen, langweilig, blöd, interessiert mich nicht. Unzählige Filme tatsächlich. Aber ich muss kurz den, ich muss kurz die Gedanken noch zu Ende führen, so der Wolf von Game, Game One von früher, ich, wenn ihr den nicht kennt, dann kennt ihr ihn nicht, aber da draußen kennen den garantiert viele, der ist auf Twitter ja auch sehr unterwegs und das ist ja auch ein riesen Horror-Fan, so, und der hat eben auch ein kleines Kind und dem sein, also dem folge ich auf Twitter und das ist bisweilen auch sehr schön, weil der halt dieses Kind im gewissen Maße halt in diese Welt halt auch einführt. Der Wolf Speer, In die, in die, in die Nerd, genau, in die Nerdwelt und das ist tatsächlich auch, auch, auch da werde ich, tue ich immer wieder mit einem, mit einem gewissen Schmunzeln quasi wahrnehmen, was der da für Erfahrungen in diese Richtung hat. Du, Philipp, keine Ahnung, ich glaube, das ist ganz allgemein was, ich sage mir, welche Filme du magst und ich sage dir, was für ein Mensch du bist, gleichwohl ist es ja so, dass du halt mit den Filmen wächst. Ja, ja. Ja. Und halt ein Film, der dir nicht gefällt, wenn du fünf bist, den kannst du halt dann irgendeinen Zugang dazu kriegen, wenn du zehn bist, wenn du zwölf bist, wenn du 15 bist, 18, 20, keine Ahnung, so, das heißt, da würde ich erstmal gar nichts drauf geben. Ich glaube, ich habe jetzt angefangen, dass ich da, also meine Tochter heißt Anna, so, ich habe jetzt letzte Woche, vorletzte Woche, habe ich meinen Nachbar Totoro mit ihr zum ersten Mal geguckt, weil sie tatsächlich extrem wenig Medien guckt, so. Den will ich auch endlich mal sehen. Extrem, extrem wenig, quasi Serien auch gesehen hat oder Filme geguckt hat und ich jetzt zum ersten Mal mit ihr quasi so bekannte Zeichentrickfilme, so Findet Nemo zum Beispiel und das finde ich finde ich super interessant, weil ich meine, da hat ja jeder von uns, hat ja im Kopf so Filme, die er quasi hat, die er als Kind so gesuchtet hat und ich habe halt, bei mir ist es halt ganz wie diese klassischen, diese klassischen Disney-Filme, ja, also keine Ahnung, die Hexe und der Zauberer ist so ein Film, der mir sofort ins Gedächtnis schießt, weil ich den geliebt habe als Kind so und einzelne Szenen daraus, die sich halt eingebrannt haben, so und es ist super, super spannend und ich meine, das kann der Jürgen ja bestätigen, du schaffst halt bleibende Erinnerungen bei der nächsten Generation, zwangsweise, ich finde das total faszinierend, weil ich meine, wir haben halt irgendwie so viele Erfahrungen schon in unserem Leben gemacht, dass es selten vorkommt, ich bin immer sehr, sehr dankbar, wenn es passiert, dass du halt wirklich geflasht bist oder dass du das Gefühl hast, so das hat jetzt Mark quasi auf dir in deiner Seele dramatisch formuliert hinterlassen, so in dem Moment, aber das kommt ja quasi nie mehr vor, so und das haben halt Kinder noch ganz extrem, dass sie halt noch offen sind für Erfahrungen und halt wirklich dann bleibende Erfahrungen in dem Moment erleben, so und ja, das ist absolut fasziniert, hat aber auch eine große Verantwortung, also tatsächlich bin ich das sehr, sehr, sehr zögerlich, was ich quasi dann quasi vorgebe als Erfahrung, so und ich sage nicht, dass der Kollege Kraus da falsch liegt, so und ich würde es nicht, aber du lässt mich jetzt mal noch schlechter darstellen. Ich will nur sagen, ich Menschen, die quasi einfach so, also Bill Simmons, dieser US-Podcaster, dem ich folge, der hat aber auch einen kleinen Sohn und der guckt halt alle Filme, die er guckt, das ist halt ein Amerikaner, schaut der halt mit der 10-Jährige, das heißt, wenn der den letzten Splatter-Film guckt, dann schaut der den mit, so und da denke ich mir immer, what the fuck, in 100 Jahren würde ich das denn machen, und so, das Kind stumpft halt komplett ab und ich meine, also das Leben des Brian gehört da definitiv nicht dazu, also Jürgen, nein, definitiv zähle ich dich da nicht mit dazu, der da unverantwortlich ist, aber es ist halt interessant, so was das halt, keine Ahnung, so das ist halt eine Erfahrung. Der Vorwurf würde auch jetzt von mir abprallen, wie Wasser von einer von einer Lotusblume, aber es ist tatsächlich auch nochmal, es ist tatsächlich auch nochmal ein ganz, ganz großer, um jetzt mal auf die ernsthafte Ebene zu kommen, in der du gerade irgendwie dich verlaufen hast. Es ist ein ganz großer Unterschied auch, ob du ein Einzelkind hast oder eine Konstellation, wo ein Kind nochmal fünf Jahre jünger ist als ein anderes und fünf Jahre ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied und wir haben das überhaupt gar nicht, wir haben das überhaupt gar nicht komplett in der Hand, was der über seine Schwester schon alles mit aufnimmt, teilweise, gerade jetzt mit Corona, weil es auch gar nicht, es ging auch gar nicht, dass man die dann so trennt und so, ja alles klar. Genau, also wir waren oft auch einfach in der Not, dass wir zu zweit irgendwie hier im Haus gearbeitet haben, irgendwie remote, im Stress waren und die Kinder halt dann irgendwie sich beschäftigen mussten und klar konsumiert der, konsumiert der Dinge, wo wir bei seiner großen Schwester damals noch penibel drauf geachtet hätten, dass die sowas nicht in einem gewissen Alter konsumiert. Das ist, das kannst du überhaupt nicht verhindern und erst recht nicht in dieser, in dieser Zeit, wie wir sie jetzt gerade haben. Also das ist es nochmal, ähm, Du, ich hab da eh das Gefühl, auch so, was Sachen erlauben anging, als drittes von drei Kindern, bei meiner Schwester, die musste sich noch alles hart erkämpfen, dann kam mein Bruder, der konnte schon vieles mitnehmen, noch weiter aufweichen und bei mir war es dann auch schon wurscht. Da hat sich keiner mehr mitgekommen. Das ist wirklich? Ja, ich würde das jetzt nicht so platt und so einfach da, ich wollte das jetzt ein bisschen erklären, so aus Elternsicht auch, du, selbst wenn du dir das vornimmst und selbst wenn du das machen willst, du hast es einfach nicht zu 100 Prozent in der Hand, weil du wirst an den Punkt kommen, wo du zu einem fünf Jahre älteren Kind sagst, pass mal auf deinen kleinen Bruder auf und wenn es nur für eine halbe Stunde ist und das wird passieren und die, wir mussten jetzt auch die Große ja beschäftigen, so die durfte angefangen an ihrem Geburtstag letztes Jahr, durfte sie mit ihren Freunden übers Internet Minecraft spielen, was wir super fanden, was, was, was konstruktives war, weil ich, weil ich das als Videospieler erfahren ein Stück weit mit begleiten konnte, das war für mich so einer dieser, was Dominik jetzt als Filmmomente beschrieben hat, für mich sind das dann eher Videospiele, ja, und, aber trotzdem hat sie einen kleinen Bruder und das passiert im Wohnzimmer, du, du kannst ihn ja nicht davon fernhalten, also was der dir, es passierte im Wohnzimmer, was der dir über Minecraft erzählt, Alter, da kenne ich Leute, die spielen seit fünf Jahren Minecraft, die wissen nicht so viel über dieses Spiel wie bei uns zu Hause der Fünfjährige, das ist echt manchmal schon auch, wo ich mir an den Kopf fasse und sage, ey, Moment mal, haben wir das irgendwie außer Kontrolle geraten lassen oder was ist da eigentlich passiert, aber das passiert mitunter auch und wir achten auf solche Dinge so gut wir können, aber du hast es einfach nie zu 100 Prozent gemacht. Ja, das ist glaube ich ganz normal und genauso wie ich jetzt oder wie das jetzt vielleicht total positiv klang oder total praktisch als Dritter zu sein, kann es auch ganz schön fad sein, weil du hast nichts mehr in einem gewissen Alter, wogegen du rebellieren beziehungsweise für du kämpfen musst, wenn du das schon kriegst. Das ist also auch nicht wieder nur geil irgendwie dann, ich sage jetzt mal, der Nugsniezer, der Mühen der anderen zu sein, also von daher, ja, hat alles sein Führensein wieder. Ich habe auch sowieso, um das jetzt mal wieder auf die richtige Ebene zu bringen, dass wir weitermachen dann können, ich war eh immer schon der, der gesagt hat, lieber lernen meine Kinder von mir die Schimpfwörter und nehmen sie mit dem Kindergarten als andersrum. Sehr gut. Kinder, heute glaube ich euch mal, weil es Butter ist. Das wissen sie, spätestens seit heute wissen sie das und sie wissen, dass es mehr Kalorien hat oder weniger als Margarine. Das ist aber auch. Aber wichtig, in Kognay. Oh Gott. Wisst ihr noch, wo wir waren? Selbstverständlich nicht. Er verdient jetzt wieder Geld. Das Blatt wendet sich. Er verdient wieder Geld. Genau. Als Kino. Siehst du, ich muss doch, die Kinokette. Als Assistant Manager in einer Kinokette. Langsam fasst Alison, das ist seine dritte Frau, wieder Vertrauen in ihren Ehemann, das ist unser Protagonist, Alexander Wilson. Dann aber wendet sich das Blatt abermals. Alexander wird 1948 erneut verhaftet. Dieses Mal soll er in einem der Kinos Geld unterschlagen haben. Aus seiner Sicht hört es sich so an, als wäre er quasi bestohlen worden. Also als wäre das Kino bestohlen worden unter seiner Aufsicht. Sieht allerdings das Gericht und die Polizei sehen das anders. Die Fakten sprechen gegen ihn. Die Fakten sprechen gegen ihn. Es endet in einer Kündigung und einer dreimonatigen Haftstrafe, während der Alison das Haus verliert, das sie angemeldet haben. Sie kann es nicht halten ohne sein Einkommen. Und sie kommt jetzt mit den beiden Kindern bei Freunden unter. Und auch das sind Freunde, bei denen Alec dann einmal mehr nicht willkommen ist. Hm, ja. Es war ein kurzer Lichtblick, der schnell wieder in der Dunkelheit verschwand. Er mietet sich jetzt nach dem Gefängnis ein Zimmer ganz in der Nähe, so, dass er seine Familie zumindest besuchen kann, so oft es geht. Alison hat aber jetzt das Gefühl, dass er ihr das krumm nimmt. Also dass er jetzt ihr gegenüber das Gefühl hat, dass sie ihn hintergangen hat. Weil sie jetzt bei Freunden untergekommen ist, wo er nicht willkommen ist quasi. Also weil sie dieses Haus nicht halten konnte und weil sie irgendwie weitergezogen ist und sich ihn da quasi so ein bisschen ausgeklammert hat aus dieser Entscheidung. Also das ist aber ihre Sicht, ne? Also das möchte ich jetzt nicht so absolut formulieren, dass es so ist. Das ist der Eindruck, den er hat von ihr. Habe ich jetzt gesagt, es ist ihre Sicht? Ja. Ja. Es ist ihre Sicht, genau. So rum. Sie glaubt, dass er das fühlt. Naja, einmal mehr rappelt er sich auf. Er findet einen neuen Job im Krankenhaus, wo er hauptsächlich Verwundete Indie und Tote aus der Intensivstation schiebt. Und er organisiert eine Wohnung für seine Familie. Also er hat jetzt wieder Einkommen, er organisiert einmal mehr einen Ort, wo sie zusammen wohnen können. Das klingt jetzt immer wirklich gerade in dem Zusammenhang wie, naja, ich weiß, wo die Leute ableben und wo die ableben, werden Wohnungen frei. Und dann... Ja, das ist eine interessante... Da hat jemand antizipiert, so. Interessante Sichtweise, könnte es sein, ja. Das habe ich vielleicht unbewusst so in den Kontext gesetzt. Boah, stell dir mal vor, es gäbe so jemand, der sich zum Beispiel um das Thema Bestattungen oder Alters, naja, wie soll man sagen, so Testamente und Co. kümmert und der dann hauptberuflich im Krankenhaus ist und das so als Nebenverdienst macht und dann den alten Leuten immer noch so Sachen anschwatzt oder so, super creepy. Gibt's garantiert. Also in Alisons Worte stehen jetzt die nächsten 15 Jahre keine Major Disasters für die Familie an. Was ist ja jetzt auch schon mal so eine... Das ist ja schon mal eine gute Aussicht. 15? 15. Boah. Okay, das hört doch mal an der Ansage so. Sie formuliert so. Ich weiß nicht, ob ich sie unterschreiben würde, aber sie formuliert so. Er hält jetzt seine Frau, also seine dritte Frau, immer mit dieser Geschichte hin, dass er ja eigentlich noch so im Geheimdienst ist und er wird irgendwann wieder offiziell in den Dienst gestellt und dann kriegt er da eine große Gehaltsnachzahlung irgendwie und eigentlich besitzt er ja sowieso noch ein Haus auf dem Land, das zu Kriegszwecken konfisziert wurde am Anfang des Krieges und das aber sicher bald auch wieder freigegeben wird. Also eigentlich ist er, bald kommt Geld ins Haus, mein Schatz. So ungefähr, ne? Und Alisons ist mittlerweile einfach knietief in dieser Lebenslüge gefangen. Hat er wirklich recht mit seinen Geschichten, dann kann sie es niemandem erzählen. Hat er aber nicht recht, dann will sie es niemandem erzählen. Win-win. Zumindest nicht, wenn sie ihren Söhnen nicht die Illusion von dem halbwegs liebevollen, treusorgenden Vater nehmen will. Halbwegs? Halbwegs. Stattdessen muss sie halt so ein bisschen überkompensieren, ne? Also sie arbeitet sich lieber den Buckel krumm, um für ihre Söhne zu sorgen, als dass sie irgendwie sich auf den Vater verlässt, weil der ja einfach auch unzuverlässig ist, ne? Ja. Dennis und Adrian heiraten 1951. Also nicht einander, das sind ja Brüder. Ihr wisst, aus der ersten Ehe. Sondern beide am selben Tag. Das war jetzt so der ultimative Test, ob wir den Namen auseinanderhalten können. Habt ihr verstanden, gell? Ja, 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 Jürgen. Nein, ihr Deppen, wir sind Brüder hier. Sie heiraten zufällig am gleichen Tag, weil es irgendwie eine Steuererleichterung gibt, wenn man vor einem bestimmten Datum heiratet. Dann musst du einmal Hochzeit veranstalten. Ich habe auf Twitter heute gelesen, dass der Antoine Griezmann, das ist ein französischer Nationalspieler, Fußball, hat drei Kinder. Und die sind alle drei am 8. April geboren. 2016, 2019 und 2021. Das ist doch krass, oder? Kommen wir zu dem Spruch mit Hat-Trick? Punkt Landung. Ja, sehr gut, Philipp. Aber das ist doch der Hammer, oder? Aber sind die vielleicht auch einfach nicht auf komplett natürlichem Wege auf die Welt gekommen? Ja, das finde ich jetzt schade, dass du das andeutest so und nicht mal hier an schöne Zufälle glaubst du. Ja, vielleicht war einfach neun bis zehn Monate vorher ein besonderer Tag für diese Beziehung. Mein lieber Freund und euch bekannter Podcaster, der Sean, hat auf Englisch das kommentiert, auf WhatsApp mit Damn, that's some good planning or amazing coincidences. Also er unterstellt tatsächlich auch hier eine gewisse Planung so. Naja, vielleicht, wenn die sich quasi einmal im Jahr verabreden, dann stimmt ja zumindest schon mal grob der Zielkorridor so. Und das genaue Datum kann man ja vielleicht mit der modernen Medizin ein Stück weit beeinflussen. Bei den beiden ist es ja einfach dieser, es ist ein hauptsächlich ein Steuergrund, aber es gibt zwei Hochzeiten und Alex ist auch auf beiden dann irgendwie zu Gast. Ich glaube, eine Vormittags, eine Nachmittags. Also es ist tatsächlich nicht eine gemeinsame Feier. Boah, welche nimmst du denn? Also jetzt überleg dir, überleg dir mal, würdest du die Vormittags oder die Nachmittags nehmen? Ich würde, glaube ich, die Vormittags nehmen, einfach weil ich noch nie auf einer Vormittags-Hochzeit war, glaube ich so. Also, naja, Moment, Moment. Du wärst bei der jeweils anderen eingeladen und eines wäre deine. Welches soll deine sein? Eines wäre meine, ach so. Naja, ich bin eher die Eule als der Frühaufsteher. Also ich würde dann schon eher die Nachmittags. Gebe ich dir recht? Ich glaube, von der Feier her wäre es bestimmt cooler. Aber da hast du halt die ganzen abstürzenden Leute, die, wenn die alle schon bei der Vormittagsfeier auch dabei waren, schon mit einem Pegel vorbeikommen und dann eskaliert das Ganze, glaube ich, halt richtig schlecht. Aber dafür sind die dann günstiger. Das stimmt natürlich, wenn die schon angeschäckert sind. Wobei, nachts wird, glaube ich, eh viel mehr getrunken, als wenn du die Vormittags-Hochzeit hast. Ja, ja, und vor allem viel länger. Davon ist auszugehen. Ja, Dominik, was wäre dein Plan? Also ich glaube, das Thema ist bei mir durch. Dann mache ich mir jetzt auch keine Zeit mehr. Jetzt lässt er mich wieder in einem schlechten Licht dastehen, als ob bei mir das Thema nicht durch wäre. Warum denn? So, das stimmt doch überhaupt nicht. Was? Das Thema ist bei mir durch. Du, ich hätte auch lieber eine Vormittags-Hochzeit, Philipp. Gut. Weil dann gibt es eine Weißwurst-Torte. So, und nachmittags geht es nicht. Und wie das sind wir beim Weißwurst-Musical? Wobei, so dieser Mitternachts-Mad-Eagle, von dem halte ich schon sehr viel. Also das freut mich auf jeder Hochzeit, auf der ich bin, wo es einen Mitternachts-Mad-Eagle gibt. Da geht mir ja das Herz auf. Boah, da hätte ich jetzt auch gerne einen. Ja, geil. Es ist noch nicht Mitternacht, aber ... Aber es will ich selber einen Mad-Eagle machen, ist irgendwie auch schäbig, oder? Also ich hatte schon Geburtstage, wo ich einen Mad-Eagle zum Geburtstag bekommen habe. Was ist eigentlich aus dieser Tradition geworden? Ja, wir haben uns jetzt einfach schlicht und ergreifend das letzte Mal gesehen. Wann? Boah, ich weiß gar nicht. Das ist echt lang her, ne? Eine deprimierende Wahrheit. Ein Convenient-Truth. Ich wollte gerade sagen, jährt sich das nicht tatsächlich irgendwie demnächst, dass wir uns jetzt wirklich nicht vor Ort gesehen haben? Muss eigentlich. Wow. Ich glaube, dass wir zwischendurch mal einmal hatten, oder? Aber jetzt ziehen wir die Stimmung hier nicht so runter, Philipp. Jetzt steigt die Stimmung wie ein Luftballon. Erzähl weiter. Naja, also das mit der Hochzeit war es einfach. Naja, jetzt will ich auch nicht mehr. War jetzt auch gar nicht so wichtig. Interessant ist nur, dass auch seine Tochter aus erster Ehe dann heiratet und da will er nicht hingehen. Und dann droht ihm aber seine erste Frau, dass wenn er da nicht hingeht, dass sie dann den Kindern Geheimnisse über ihn verrät. Geht der jetzt noch? Und dann geht er doch noch, der Nigel. Aber warum will er denn nicht hin? Weiß ich nicht. Ich glaube, er ist, er prüft nicht so sehr. Von dem Mann, den die heiraten will. Ich bin mir nicht ganz sicher. Du, das ist so ein Hallot, wie der, er findet einfach nur Titel und Namen und ... Irgendwie sowas. Sowas, das kann nicht gut sein. Oder der ist so ein ganz biederer, bodenständiger, weißt du, langweiliger. Ich habe einen Bausparvertrag. Geh weg. In dem Krankenhaus, in dem er arbeitet, lernt er 1954 die 27-jährige Krankenschwester Elisabeth kennen. Die Hochzeit findet 1955 statt. Ihr Sohn Douglas kommt ... Douglas, oh man, es ist schon spät. Ihr Sohn Douglas, er kommt noch im selben Jahr auf die Welt. Douglas. Heißt doch auch Douglas in den netten Douglasen hier. Come in and find out. War das nicht Douglas? Come out. Find in and come out. Oh Gott. Oh Gott. Es wird gerade nicht besser. Ich habe irgendwie meinen Whisky ausgetrunken und das hat mir noch so einen finalen Schlag versetzt. Das ist halt das Problem mit der Abendhochzeit. Ja, ja. Das hatte ich mir so schön jetzt hier in drei Sätzen hintereinander. Aber ich dachte, ich schocke euch jetzt mit der Tatsache, dass er die kennenlernt, sofort heiratet und gleich ein Kind auf die Welt kommt und ich habe es beim Vorlesen mal wieder komplett verstanden. Ja, aber das ist doch langsam echt sein Modus operandi. Oder wie sagt man? Meiner auch. Ja. Ja, Betty denkt, Alec wäre ein 52-jähriger Junggeselle, während er in Wirklichkeit ein 61-jähriger Dreifach-Familiengründer ist. Pfff. Ist fast dasselbe. Details. Und er setzt jetzt auch mit ihr diese Spionage-Cover-Story fort, ne? Weil wie schon gesagt, wenn er so eine Geschichte sich schon mal gemerkt hat, das ist ja ganz gut, dann verplappert man sich auch nicht so leicht. Er lässt sich aber zumindest einen neuen Namen einfallen und zwar heißt er jetzt Alexander Robert Gordon Wilson. Also wie gesagt, er hält an diesem Alexander Wilson, hält er schon fest, weil der ist wie ein Dominik Schmidt, ne? Da findet man halt in den Geschichtsbüchern einige, da kann man sich gut dann an Titeln bedienen und an Stammbäumen so ein bisschen was zusammenstellen, wie man es braucht. Aber er wechselt zumindest die Namen in der Mitte. Auch ihr erzählt er von seiner Anstellung und von seinen vielen Auszeichnungen im Dienst der British Indian Army. Er wird dann auch in den Krankenhausakten tatsächlich als Retired Colonel geführt in den offiziellen Angestelltenakten und irgendwie bekommt er es jetzt tatsächlich hin, von allen unbemerkt im selben Ort an zwei Adressen gleichzeitig mit zwei Familien zu wohnen. Also die sind jetzt wirklich nahe beieinander. Was du dir vorhin gedacht hast mit, sehen die sich nicht vielleicht beim Einkaufen? Das sind wir jetzt. Also jetzt sind wir wirklich in der Sitcom-Folge mit den zwei Dates gleichzeitig. Ganz genau. Ganz genau. So könnt ihr euch das jetzt vorstellen. Also das ist schon aber auch ein Stück weit bemerkenswert. Also dass der in seinem Alter noch solche Anstrengungen auf sich nimmt. Opa will es nochmal wissen. Opa will es nochmal wissen. Und ich meine, sie ist, was? 27. Ich meine, du hast ja auf die fortgeschrittene Uhrzeit schon hingewiesen. Besser wird es jetzt auch mit dem Charakter nicht mehr, oder? Also letztendlich, nein, aber ich würde damit sagen, er erfindet jetzt nicht irgendwie die Spaltung des Atoms, sondern er ist einfach der ultimative Erste. Was ja das totale Happy End wäre. Der ultimative Erste, ich habe 3000 Familien gleichzeitig Typ. Wenn er jetzt noch die Atombombe findet, dann wäre es noch wenigstens ein Happy End, würdest du damit sagen. Naja, so wahnsinnig viel kommt jetzt nicht mehr, glaube ich. Von dem könnt ihr nicht mehr so wahnsinnig neue Dricks erwarten. Im Jahr 1957 oder 58 kehrt Betty mit Douglas nach Schottland zurück, wo sie ursprünglich mal herkommt. Und sie bereitet dort alles für den Umzug nach Pakistan vor. Weil Alexander hat ihr versprochen, mit ihr dahin auszuwandern. Weil sie da, die ist auch total religiös. Und sie will da für die Kirche. Und er ist ja schließlich totaler Cricket-Experte, muss man ja auch noch mal ins Gedächtnis rufen. Die suchen da Leute wie ihn. Das sollte klar sein. Endlich mal einer. Also sie wird da so ein bisschen für die Mission ihrer Kirchengemeinde quasi arbeiten. Und er verspricht mit ihr da den auszuwandern und sagt mehr oder weniger, geh du schon mal vor nach Schottland. Ich komme dann bald. Ja, geh du schon mal vor. Ich komme dann. Geil. Schottland. 1958 erbt Alison, das ist jetzt seine dritte Frau, und kann das Haus kaufen, in dem sie leben. Und kann damit endlich so ein bisschen Stabilität in zumindest ihr Leben und das ihrer Jungs bringen. Tatsächlich aus den Kindern wird auch wirklich was so. Der eine geht nach Oxford, der andere zur Navy. Also die tragen jetzt keinen nach außen sichtbaren Schaden von dem Ganzen davon. Und auch bei Alec gibt es Neuigkeiten. Er sei jetzt wieder im Foreign Office, also im Geheimdienst, im Auswärtigen Amt untergekommen. Sagt wer? Er. Ach, nur dann. Im Auftrag seiner Majestät. Sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, was seine Erklärung ist, warum er nicht diesen großen Scheck dann bekommt, den er für diesen Moment eigentlich ja in Aussicht gestellt hat. Aber in Wahrheit ist es doch etwas banaler als das, er nimmt jetzt einen Job in einer nahen Tapetenfabrik an. In den 1960ern. Wie klingt Tapetenfabrik als Arbeitgeber wie eine schlechte Ausrede? Das tut mir leid. Unglamourös. Ja, also natürlich muss auch jemand machen. Ist auch ein guter Job und alles. Keine Frage. Aber das klingt so absurd jetzt irgendwie in dem Zusammenhang. Aber muss das wirklich jemand machen? Also ich müsste es mal echt überlegen, aber ich glaube, in meinem Haus gibt es, oh doch, tatsächlich hier im Kellerzimmer sind an der Decke Rauffasertapeten. Aber ansonsten ist hier kein Zimmer tapiziert. Ja gut, aber dir ist schon klar, dass diese Folge in der Vergangenheit spielt, gell? Ja, 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 ja. Da waren halt Tapeten auch eine Sache so. Ja, aber ich glaube auch, die meisten Leute wollen auch noch Tapete. Also ich meine, klar, Rauffaserputz und so ist eine Sache oder einfach nur die gestrichene Wand oder so. Und ich mag es auch sehr gerne, aber nichtsdestotrotz, Tapeten gibt es ja auch von bis. Also, ich würde einfach sagen, er hatte mal einen Tapetenwechsel nötig. In den 1960ern erleidet Alexander Wilson immer wieder Herzattacken. Dein Tonfall ist zu fröhlich tatsächlich für die Aussage. Nein, ich freue mich immer, wenn ich belastbare... Ich freue mich immer, wenn jemand Herzattacken hat. Das geht mir so ans Herz, wenn sowas passiert. Nein, wenn ich belastbare Ereignisse finde. Also ich bin relativ sicher, dass er ins Krankenhaus kommt wegen seiner Herzattacken. Aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass du dich freust für belastende Ereignisse findest. Solange sie für andere belastend sind, ja. Also er ist jetzt wirklich nicht in Anführungsstrichen Bluttransfusion, sondern ohne Anführungsstriche im Krankenhaus. Aber er kehrt da immer jedes Mal wieder zurück an die Arbeit im auswärtigen Tapetenamt. Seine Lügen werden jetzt irgendwie auch immer abenteuerlicher. Und es geht so weit, dass am Ende selbst Alison wirklich, wirklich mit sich ringt, ob sie ihm noch irgendwas glauben soll. Heute auf der Arbeit wurde ich von dem Wal verschluckt. So ungefähr. Also sie, es fährt ihr zunehmend schwer. Von dem Wal verschluckt so. Geil. Es fährt ihr wirklich zunehmend schwer. Aber es macht ja auch nichts, weil die Geschichte nähert sich dem Ende. Alexander Wilson stirbt am 4. April 1963 an seinem Herzeleid. Oder starrer wirklich so. Ja, weil die sich jetzt, also die nähert sich dem Ende, er stirbt jetzt. So, das war jetzt einfach, ja, die nähert sich mit sehr, sehr großen Schritten dem Ende. Nee, nee, die Geschichte, ich habe ja noch ein paar Seiten, ne. Aber vielleicht stirbt er ja auch nicht. Ach so, meinst du? Na alles, du, also das ist ja mal die Bestimmigkeit unterzutauchen, damit man danach richtig gut beim Geheimdienst arbeiten kann, oder? Das stimmt. Aber wie stellt ihr euch dann denn so eine Fake-Beerdigung vor, in so einem Szenario? Also wichtig ist, dass die Person immer als Zuschauer oder irgendwo als Gast im Hintergrund auftritt, weil das alles andere bringt ja Unglück, wissen wir ja aus Serien. Ja, ja, ja. Und man muss ja auch wissen, wer weint. Ja. Ah, das war's jetzt schon mit eurer Vorstellung. Ja, oder man kann so ein Straußhunde sich werfen und wen, dann trifft der, ist dann der Nächste oder so. So ein Kranz. Der alte Gag. So, was sind denn so Beerdigungsblumen, diese weißen, so. Ja, ist echt ein bisschen creepy so. Wobei, so kommt man nichts aus den Zeitschriften ab, was rausnehmen, wenn man will. Ja, ja. Also, auf seiner Beerdigung treffen wir jetzt Alison und Gladys, also Frau 1 und 3, zum ersten Mal aufeinander. Wobei Gladys erst später erfährt, wer Alison eigentlich ist. Und Alison denkt, dass die Ehe mit Gladys ja längst annulliert wäre. Also, reingefallen. Gott, ist schlimm einfach für die. Dorothy und Elisabeth, also Frau 2 und 4. Die werden zwar über seinen Tod informiert, sie wissen aber jeweils nichts von den anderen drei Ehefrauen. Auch die Kinder wissen, bis auf wenige Ausnahmen, nicht, wer überhaupt diese ganzen Leute auf der Beerdigung sind. Oh Gott. Ey, stell dir mal vor, da verlieben sich welche ineinander, kommen zusammen und fangen dann irgendwann an, einen Familienstamm aufzubauen. Und irgendwann denkst du so, äh, Moment mal, warum haben die hier einen Preis? Wo kommen diese Knoten jetzt her? Mann, Mann. Deswegen ist Prinz Philipp auch sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits mit der Queen verwandt. Nach seinem Tod wundert sich Alison über Beileidsbekundungen aus der Tapetenfabrik. Also, davon wusste sie gar nichts, dass er da arbeitet. Und sie stellt dann irgendwann ziemlich ernüchtert fest, oder ich meine, was heißt sie stellt fest? Sie hat es ja lange geahnt und wollte es nicht genau wissen. Und jetzt weiß sie es dann genau, dass es eigentlich in dem gemeinsamen Leben nichts gibt, wo sie mit Sicherheit sagen kann, das stimmt. So, es ist einfach, es steht alles in Frage. Und sie findet jetzt im Sekretär dann nicht nur Hinweise auf seine anderen Leben, sondern auch noch ein Romanmanuskript. Also, er hat dann tatsächlich jetzt nicht mehr wahnsinnig viel veröffentlicht. Auch das noch. Jaja, Moment. Er hat noch ein bisschen geschrieben und sie findet jetzt ein Manuskript. Und da gibt es eine Figur, die sehr, sehr deutlich an sie angelehnt ist. Aber die ist absolut bösartig. Oh, wow. Und das ist jetzt... Gerade hat sie gedacht, es könnte nichts schlimmer werden. Genau, genau. Das ist genau das. Das ist jetzt der Punkt für sie, der rückblickend das Schlimmste an der ganzen Sache ist. Oh, Gott. Das ist der ultimative Betrug. So, sie stellt fest, so, das ist ein Zeichen dafür, dass er kann sie gar nicht geliebt haben, wenn er es fertig bringt, sowas zu schreiben. Wie garstig das auch einfach ist, wenn du von deinem frisch verstorbenen Mann dann sowas findest. Ja. Sie kommt zu dem Schluss. There was no one left because there is no truth, there is no person. He has destroyed himself, there was nothing left but a heap of ashes. My love was reduced to a heap of ashes. Also von ihrer Liebe bleibt am Ende ein Häuflein Asche. Oh, Gott. Vielleicht in dem Akt der Reinigung. Vielleicht, weil sie so eine Spionage-Vergangenheit hatte. Aber sie fängt jetzt an, wirklich alles zu vernichten. Was irgendwie Unterlagen, Notizen, Liebesbriefe. Also sie haben sich tatsächlich, als sie war ja mal eine Weile im Krankenhaus, er eine Weile, da haben sie sich gegenseitig dann immer Liebesbriefe geschrieben. Das vernichtet sie jetzt alles und sogar große Teile ihres Tagebuchs. Und sehr bemerkenswert ist, dass sie später diese ganze Geschichte aus dem Gedächtnis dann nochmal aufschreibt. Und mit später meine ich so 40 Jahre später. Also sie setzt sich jetzt in den 80ern hin, 40 Jahre, nachdem sie ihn zum ersten Mal getroffen hat und fängt an, ihre Biografie mehr oder weniger zu schreiben. Also sie fängt an, über ihr Leben mit Alexander Wilson zu schreiben. 1965 entdeckt Michael im Nachlass seiner Mutter einen von Alex Romanen. Und erst da erfährt er, also Michael war der, der dachte, er wäre in aller meinen Gefallen. Erst da erfährt er überhaupt, dass sein Vater Schriftsteller ist. Er entdeckt dann, also er sucht dann so ein bisschen. Dass er jede Menge Verwandtschaft hat, von der er nichts weiß. Nee, so weit sind wir noch nicht. Er entdeckt erst mal 23 weitere Romane, die in Alex' Namen veröffentlicht worden sind. Ich glaube, dazu kommen noch so ein paar, die er dann unter anderem Namen noch veröffentlicht hat. Also er hat wirklich auch relativ viel veröffentlicht dafür, dass er so ein armer Schlucker war die meiste Zeit seines Lebens. Und die sind alle irgendwie in der Zeit rausgekommen, wo er eigentlich zeitweise ja auch bei ihnen gelebt hat. Und er hätte ja da mitkriegen müssen, wenn er da geschrieben hätte. Und er hat da ja aber nicht geschrieben, sondern er war in der Zeit dann irgendwie bei einer anderen Familie und hat da geschrieben. Also er erfährt jetzt einige Dinge, die er noch nicht weiß. Er erfährt dann auch erst mal von dieser ersten Familie, die so parallel dazu war. Und er fragt dann halt auch seine Mutter. Also nee, ja, ich glaube, seine Mutter ist schon gestorben. Ich bin jetzt wirklich nicht ganz sicher. Aber er kommt auf jeden Fall, hat er jetzt so den Grund, warum seine Mutter nach 1942 nicht mehr mit ihm über seinen Vater sprechen wollte. Und warum auch dann sie und alle Verwandten um ihn herum ihn quasi belogen haben. Also mit anderen Worten, ob die Mutter jetzt noch gelebt hat oder nicht, ist wurscht, kommt neinkommen. Das spielt überhaupt keine Rolle, aber er erfährt jetzt quasi, dass er sehr, sehr lange von sehr, sehr vielen Menschen belogen wurde. Einschließlich seiner ganzen Verwandten, die so nahe das Jahr mitbekommen haben. Aber sie haben beschlossen, ihm so diese Lügengeschichte aufzustellen, zu erzählen, weil es einfacher ist als die Wahrheit. Das ist doch jetzt hier Nicolas Cage, You Can't Handle the Truth. In den späten 70ern. Ja, Jack Nicholson, danke. Aber wenn Nicolas Cage für dich sehen wäre mega geil. Ja, oh Gott. Das würde ich sofort sehen wollen. Ein Remake von dem Film mit Nicolas Cage. Nein, nein, ein Deepfake. Aber in den späten 70ern, Jürgen. Ja, danke. Da beginnt auch Douglas mit Nachforschungen. Seine Mutter, also Betty, das war dann die vierte Frau, die ist mittlerweile wieder verheiratet, hat wieder neue Kinder und noch ein eigenes Kind. Und die erzählt Douglas jetzt, wer sein Vater wirklich war. Und vorher hat sie ihn aber immer so vertröstet mit, naja, der ist in London und irgendwann dann auch gestorben. Aber Douglas wusste oder hat immer gefühlt eigentlich, dass da mehr dahinter ist. Und er recherchiert jetzt und die Mutter erzählt ihm ein bisschen was. Und er, wie soll ich sagen, er geht ins falsche, er landet im falschen Kaninchenbau. Er führt dann diese Geschichte zu den Marlboros zurück und zu einem Colonel in der British Indian Army. Also er verfolgt so ein bisschen diese Lügengeschichte und er findet da nicht so richtig den eigentlichen Pfad. Deswegen landet er auch immer wieder in Sackgassen. Also er wird tatsächlich auch Historiker und stellt wirklich Nachforschungen an, aber er kommt nicht so richtig auf die Wahrheit. So, und jetzt kommen wir zur Gegenwart. Dominik, wir haben jetzt eine Überraschung für dich. Wir haben so ein bisschen Familienstammbaum-Forschung betrieben und haben festgestellt. Naja, ist klar. Ja, ist klar. Oh Gott. Aber tatsächlich, ganz so absurd ist es nicht, aber eine Entdeckung macht er über seinen Vater. Er findet nämlich heraus, dass sein Großvater oder sein vermeintlicher Großvater, dass der mal einen Mordanschlag auf Queen Victoria mit einem Regenschirm vereitelt hat. Finde ich, hat überhaupt nichts damit zu tun, aber ist eine coole Geschichte. Auf jeden Fall. Verlinke ich in den Show Notes. 1992 lässt Alison jetzt ihre Söhne die erste Hälfte von ihren Memoranen lesen. Also die hat sie in den 80ern geschrieben, hat sie dann lange Zeit für sich behalten und lässt jetzt die Söhne lesen, aber nur die erste Hälfte. Die zweite ist dann ab 18 und das geht sie nichts an. Also die zweite ist eine ganz wirre, ganz wirre christliche, wieder, also sie hat sich dann irgendwie christlich neu erfunden und keine, also es ist wirklich, ich habe es versucht zu lesen, aber ich bin mehrmals ausgestiegen. Rechtsquav. Das ist ein Rechtsquav. Auch die Enketochter, also Neidschitz-Tochter, Ruth Wilson, liest diese Memo an und ich weiß nicht, ob Dominic Ruth Wilson was sagt. Ist das nicht die Sexualforscherin? Nein, also vielleicht nebenberuflich, ich weiß nicht, nee, die Schauspielerin. Nein, aber was dann? Die Schauspielerin. Kennst du nicht? Okay, dann, ich dachte, die wäre sehr bekannt. Wo haben die mitgespielt? Das sage ich dir gleich. Erst mit 73, also im Jahr 2006, stellt auch Michael einsthafte Nachforschungen über seinen Vater an. Also Michael ist der, oh Gott, jetzt komme ich selber wieder durcheinander, von der, nee, es ist von Alison, der Sohn von Alison. Er holt sich dann Unterstützung auch von einem professionellen Researcher, ja, das habe ich ja vorhin schon angedeutet. Und als Alison dann verstirbt, kann er auch endlich den zweiten Teil der Memoiren lesen. Und wie gesagt, also das ist hauptsächlich gläubiges Geseier, das hat jetzt, da steckt nicht mehr so wahnsinnig viel drin über ihr Leben dann mit Alexander Wilson. Und es war für einen Agnostiker wie mich einfach auch zu schwerer Stoff. Der Michael entdeckt jetzt aber auch viele so einzelne Schnipsel, ne, so er entdeckt Zeitungsausschnitte über einen Alexander Jocelyn Wilson. Er entdeckt kryptische Anmerkungen in dem Testament von Dorothy. Er findet so ganz viele kleine Versatzstücke, ja, und die puzzelt er zusammen. Und tatsächlich kommt er am Ende, hat er am Ende so das volle Bild. Und er lernt dann 2007 seine Halbgeschwister Dennis und Daphne kennen. Abgefahren. Und die drei verstehen sich sofort super. Also tatsächlich, Dennis und Michael schreiben sich regelmäßig Briefe in Gedichtform. Also die sind so voll auf einer Wellenlänge, die beiden. Und zusammen treffen sie dann auch bald Gordon, Nigel und Douglas. Und seit dem Jahr 2007 gibt es jetzt jedes Jahr ein Wilson-Familientreffen, was ich super schön finde. Also es ist eher so ein Hinterbliebenen-Treffen, also ein Nachwuchstreffen quasi. Weil die einzig 2007 noch lebende Ehefrau Elisabeth, die hat so starkes Alzheimer, dass die sich überhaupt nicht mehr an ihren Ehemann erinnern kann. Also die ist da eigentlich schon raus, die anderen sind verstorben. Also sind es eigentlich nur die Sprösslinge, die nachfahren. Wobei die nachfahren, wie gesagt, auch schon, der eine ist schon über 70 Jahre alt, also sie sind auch schon etwas betagter. Zum Familientreffen 2008 gibt Douglas seinen neun Geschwistern, verteilt er so Schals mit so Tartan-Muster, also mit diesem Schotten-Muster. Weil das wohl so das Erkennungszeichen des Wilson-Clans ist. Und mit diesen Schals stehen sie dann gemeinsam auf dem Friedhof und errichten so ein Monument an Alexanders Grab, das bis daher ohne Grabstein oder ohne Namensplakette irgendwie war. Und jetzt stellen sie da so ein Monument auf in seinem Gedenken und da steht, seitdem eingraviert, In loving memory of Alexander Joseph Patrick Wilson, also known as Alexander Douglas Gordon Chesney Wilson, author and patriot 1893 bis 1963, he laughed not wisely but too well. Also er hat nicht sehr klug geliebt, aber viel zu gut. Das ist ein Otello-Zitat, das aber, glaube ich, ganz gut zu ihm passt. Ich wollte gerade sagen, ganz schön positiver Twist in die Sache, weil man könnte ihm ja sehr, sehr viel in die Richtung auch, finde ich, eher noch vorwerfen. Ja, ja, ich finde auch, und da können wir jetzt dann gerne nochmal diskutieren, weil ihr ja vorhin schon die Frage gestellt habt, was ist das für einer, so was treibt den an und wie ist der gestrickt? Und ich kann euch jetzt ja nur sagen, was meine Schlussfolgerungen sind, aber vielleicht habt ihr andere. Ich bringe noch ganz kurz den Absatz noch zu Ende. Die BBC bringt 2018 die Mini-Serie Mrs. Wilson raus. Das ist so ein Dreiteiler, so semidokumentarisch, in dem Ruth Wilson ihre Großmutter Alison spielt. Also quasi eine, ja, es ist so halb dokumentarisch, über das Leben von Alison mit ihrem Alexander, beziehungsweise fängt es an mit seinem Tod, also sie erst quasi dann, wie sie so nach und nach erfährt, wer da noch so alles ist und wie das von da ab sich so entwickelt. Und das wird produziert und gespielt von Ruth Wilson. Jetzt habe ich hier noch zwei, drei so Randthemen, aber jetzt steigen wir nochmal in diese Diskussion ein. Jetzt sagt ihr mir doch mal, was ihr für einen Eindruck von diesem Menschen habt. Also ich möchte erst mal andersrum sagen, ist es ja, glaube ich, ganz positiv für die Nachfolgenden, dass sie so einen positiven Umgang mit der Sache gefunden haben für sich. Ich glaube, das steht ja in dem Moment für die erst mal im Vordergrund bei dem Finden des Ganzen. Ja gut, aber da würde mich jetzt schon mal interessieren, ob das dann wirklich so positiv ist oder ob die auch aus ganz viel, aus so therapeutischer Sicht sich treffen und drüber reden, was sie für, also anonyme Alkoholikermäßig, weißt du, so. Ja, aber ich sage mal, aus so einer Sicht heraus müsstest du ja dann kein so ein positiv konnotiertes Denkmal errichten. Ja, das Ding ist, glaube ich, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, so man hat das Gefühl, dass er den Kindern in der begrenzten Zeit trotzdem ein einigermaßen vernünftiger Vater war. So und bis auf die eine Szene, die er jetzt hat zugegebenermaßen krass war, wo er hier seine eine Frau gehauen hat, ist er jetzt nicht irgendwie auffällig geworden, was man jetzt auch nicht über die Vielzahl der Männer in der damaligen Zeit sagen konnte. Ja gut, also ich meine, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es gibt selten Schwarz und Weiß. Es erscheint mal einmal mehr ein eher extrem grauer Mensch zu sein. Wir haben schon schlimmere Dinge gehabt, die Menschen getan haben, aber wir haben, weiß Gott, auch schon bessere Menschen gehabt. Also das ist halt eine Komplexität des Seins auch hier, die mal wieder offenbart wird. Und ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Fakt, dass dieses positive Ende wäre wahrscheinlich auch nur schwerlich möglich gewesen eine Generation vorher. Also ich glaube, da mussten dann wahrscheinlich schon die Frauen, die da ja viel mehr drunter gelitten haben oder viel direkter drunter gelitten haben, die mussten da wahrscheinlich auch erst einmal irgendwie sterben, dass die Kinder das dann auch frei für sich als irgendwie sowas komplett Positives auch annehmen konnten. Ich glaube, die Mütter hätten wahrscheinlich gesagt, nee, ihr spinnt doch oder keine Ahnung oder wir stellen hier kein Monument auf. oder was weiß ich. Ich möchte jetzt mal noch eine… Monument ist ja eh geil. Ich möchte auch ein Monument mal haben, es wird großartig. Ja, ja. Leg ein bisschen Geld zur Seite. Ich nicht ganz sicher bin, ob dann so ein Monument, das man an einen Grab stellt, ob das wirklich auch das ist, an was du denkst, wenn du ein Monument hörst. Ob das wirklich… Bist du nicht so monumental wahrscheinlich? Etwas kleiner, als gerade das in deinem Kopf aussieht, glaube ich. Ich möchte jetzt mal noch ganz kurz die Möglichkeit in den Raum stellen, weil die sich einfach auch nicht vom Tisch wischen lässt, weil wir es einfach nicht wissen. Die Möglichkeit, dass Alexander Wilson tatsächlich vielleicht auch die ganze Zeit für den Geheimdienst gearbeitet hat. Also tatsächlich bin ich in die Geschichte eingestiegen, in dem Glauben, das Buch heißt auch, das ich gelesen habe, The Secret Lives of a Secret Agent. Also das legt ja nahe, dass es eigentlich hier um eine Geheimagenten-Story geht. Und deswegen habe ich den auch lange so ein bisschen ignoriert, weil ich dachte, ja, nee, schon wieder Geheimagent, habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust drauf. Aber ich habe dann immer darauf gewartet, wann denn jetzt die Geheimagenten-Story anfängt und dann festgestellt, ach nee, geht um was ganz anderes. Aber es besteht die Möglichkeit, dass es tatsächlich da an einigen Dingen, die er gesagt hat, was dran war, beziehungsweise dass es vielleicht sogar noch viel größere Ausmaße hatte, als wir jetzt aus diesem Buch entnehmen können. Was dafür spricht? Er hat in seinen Romanen eine Romanfigur, den Sir Leonard Wallace, der sehr, sehr große Ähnlichkeiten hat mit dem damaligen Captain des MI6. Fakt. Er behandelt in seinen Romanen viele Themen, die damals nicht unbedingt Common Knowledge waren. Also er thematisiert sowas wie große Angst vor Spionage aus Japan oder irgendwie so diese Bedrohung aus Japan für die englischen Kolonien im Osten und solche Sachen. Das waren so Dinge, die waren nicht irgendwie in den Medien oder in den Zeitungen diskutiert. Die hat er aber aufgegriffen in seinen Romanen. Das ist schon sehr, sehr auffällig eigentlich. Er hat ja in Indien schon irgendwie Dinge gemacht, die nicht so ganz irgendwie klar waren oder die so ein bisschen diffus waren. Er ist da irgendwie rumgereist, wo nicht jeder immer wusste, was er da gerade tut. Und er hat da irgendwie auch Kontakte auch zu seinem Vorgänger. Und der nachweislich beim Geheimdienst auch war. Also er hatte da schon Dinge, die für den Geheimdienst vielleicht auch von Wert gewesen wären. Dinge und Kontakte. Er hat mindestens einmal auch Rippentrop getroffen. Also hier den deutschen Botschafter. Er hat auch andere, wobei ich das jetzt gar nicht näher benennen kann, wer das am Ende war. Aber er hat in England auch relevante Leute getroffen, die ein Spion vielleicht auch treffen würde. Er war vermutlich 1935 in Spanien, während da der Bürgerkrieg tobte. Und er war definitiv ja von 1939 bis 1942 beim SIS angestellt. Also es gibt so ein paar Dinge, die zumindest in der Richtung, oder die zumindest die Möglichkeit offen halten, dass er doch mehr für den Geheimdienst gemacht hat, als wir jetzt Stand heute wissen. Ich glaube, wirklich erfahren werden wir es nur, wenn die Akten geöffnet werden. Das ist, glaube ich, so. Also es ist auch... Stellen wir uns den Wecker. Ja. Was interessant ist, das habe ich jetzt noch nicht so ausgebreitet, aber vieles, was seine Charaktere in seinen Büchern erleben, also grundsätzlich, ich habe es nur angedeutet mit Alison, vieles ist an Personen, die er kannte, angelehnt. Vieles ist so ein bisschen autobiografisch. Also da sind viele Elemente drin, die man zuordnen kann, zu echten Begebenheiten in seinem Leben und halt auch viele Dinge, die man vielleicht zuordnen könnte, wenn man denn mehr über sein Leben wüsste. So, wenn er denn wirklich ein Spiel umgewiesen wäre, würde vielleicht da noch ein stimmigeres Bild ergeben. Das ist jetzt aber wirklich eine Vermutung. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube einfach von den Sachen, die wir jetzt gehört haben, von dem, was du gesagt hast, wo du sagst, das ist ja dem ähnlich und das würde dazu passen. Das ist ja ein Ausschnitt von ganz vielen Möglichkeiten, die da sind. Und jetzt ein paar ausgesuchte Sachen, die jetzt schön treffen. Natürlich könnte man jetzt schön sich daher spinnen, ein, oh, dann war das bestimmt auch so. Aber nein, das möchte ich, so weit würde ich gar nicht gehen. Also den Schluss überlasse ich jetzt jedem selber. Ich möchte nur, dass alle, die jetzt zuhören, den gleichen Wissensstand haben wie ich und dann kann das jeder für sich selber entscheiden. Was auch noch so ein bisschen ein Fragezeichen ist, warum er nach 1940 nichts mehr veröffentlicht hat und in 22 Jahren eher mit Alison nur noch quasi vier unveröffentlichte Manuskripte produziert hat, wo er vorher halt so fleißig geschrieben hat. Das ist so ein Punkt, der irgendwie auffällt, für den ich keine Antwort habe. Ja, man kann das vielleicht erklären mit, dass die erste Frau seine Muße und seine Unterstützung war beim Schreiben. Aber das ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich glaube, jemand, der wirklich so erfolgreich schreibt und auch ein ganz offensichtliches Talent hat, weiß ich nicht. Da muss schon irgendwas vielleicht vorfallen, dass der so dann von heute auf morgen aufhört. Aber es gibt doch so Leute, die auch, keine Ahnung, sowas wie super erfolgreich Videos auf YouTube machen und dann irgendwann sagen, ja, ich juckt mich nicht mehr, keinen Bock, ich will was Neues machen und dann alles, was da ist, löschen oder auch einfach du musst aufhören. Also so radikale Wechsel in ihrem Leben durchführen, weil sie für sich das Gefühl einfach haben, oh, den Bereich, den habe ich jetzt für mich durchgespielt, das juckt mich nicht mehr. Aber so oft wie der finanziell am Abgrund stand und er weiß ja, dass er mit Schreiben Geld verdienen kann, also da wundere ich mich dann schon. Aber ja, das ist eine der Möglichkeiten. Ja, ich glaube auch hier muss man wieder unterscheiden. War der daraus getrieben, oh, ich möchte Geld verdienen und deswegen suche ich mir einen einfachen Weg oder war es vielleicht andersrum, dass er sagt, ich habe diesen Drang zu schreiben, oh, das funktioniert, irgendwann hat er gesagt, okay, ich habe einen ganz anderen Drang, diese Scheiben will ich auf gar keinen Fall mehr machen und selbst wenn ich jetzt kein Geld verdiene, das mache ich nicht, weil mir das nicht mehr inne wohnt, das machen zu können. Ja, ich glaube auch, dass er tatsächlich vieles ja impulsiv getan hat, also diese ganzen Liebschaften und so und klar, das kann auch impulsiv gewesen sein. Was er definitiv war, ist, er war ein Gauner und ein Lunke, ja, lass es einen von diesen netten Kriminellen vielleicht sein, er war nicht wirklich böswillig, auch wenn er schon Leuten irgendwie auch finanziell geschadet hat und Leute betrogen hat. Er hat möglicherweise, es gibt auch so eine Geschichte, dass er vielleicht mal Karten gezinkt hat, was dann schon eher in so eine böswillige Richtung geht. Er hat, seine Söhne erinnern sich, dass er großes Geschick hatte mit Spielkarten und er konnte auch so ein paar Taschenzaubertricks. Ich glaube aber, die meisten seiner Taten waren eher klein und oft aus der Not geboren. Seine Kinder beschreiben ihn wirklich durch die Bank als treu sorgen, als unterstützend, als liebevoll. Keine seiner Frauen hat sich irgendwann mal rechtswirksam über ihn beschwert. Alle haben ihm mehr oder weniger die Treue, vielleicht eher die Loyalität gehalten. Sympathie auf jeden Fall. Ja, keine hat ihn wirklich fallen lassen. Die waren alle irgendwie ihm noch so ein Stück weit verbunden oder mindestens mal neutral gegenüber gestimmt. Und irgendwie, das fand ich auch noch ganz spannend, seine Bigamie passt in kein kriminalpsychologisches Raster. Das habe ich auch noch so gelesen. Also er ist kein so notorischer Bigamist. Er hat nicht wie ein Heiratsschwindler aus Gier geheiratet, aus so niedrigen Beweggründen, sondern ich glaube tatsächlich, ich komme zu dem Schluss, dass jede von diesen Hochzeiten, dass das tatsächlich aus Liebe geschehen ist. Also dass er sich wirklich, er hat halt jemand Neues kennengelernt, den er in dem Moment sich verliebt hat, gar nicht mal mehr als die Frau, die er vorher geliebt hat. Ich glaube, deswegen hat er das auch nie so beendet und was Neues angefangen, sondern er wollte das, wahrscheinlich hat er die alle geliebt. So kommt es mir eher vor. Also ich glaube nicht, dass er gesagt hat, oh, die hat Geld, an die schmeiße ich mich ran oder so. Das scheint mir nicht in seinem Wesen. Denkst du dann, der war so vom Charakter oder anders, denkst du, der war polyamor und konnte es halt zu der Zeit überhaupt nicht ausleben? Boah. Also dass er im Inneren wohnte, er liebt einfach mehrere Menschen, er kriegt das nicht anders hin. Ja, das würde schon, also da müsste ich mich jetzt mal eingehender damit beschäftigen, aber das wäre schon eine der Möglichkeiten. Vielleicht war der auch so ein bisschen, so ein bisschen, ja, impulsiv trifft es, glaube ich, ganz gut die Beschreibung so. Der hat halt gerade dann was Neues entdeckt und es war jetzt spannend und er war aber dann auch zu sehr dem Alten verbunden, als dass er es wirklich irgendwie loslassen wollte oder konnte und dann hat er sich deswegen in so Lügen, so könnte ich es mir irgendwie plausibel machen, aber boah, vielleicht war die Wahl auch ganz anders. Also ich kann hier keine fundierte, ich kann hier keine fundierte Psychoanalyse irgendwie machen. Nein, das große Problem, ja, wir können ihn nicht fragen, von daher, was willst du machen, kannst du ein bisschen reininterpretieren, plus wir sind da keine Experten in die Richtung, das kommt ja noch dazu. Ja, ich kann nur eins sagen, auch wenn er schon gestorben ist, so amüsiert er uns noch heute. Oh, wie schön. Wie schön. Herzlichen, herzlichen Dank. Oh, der Dominik hat sich, auch gerne Dominik, gerne. Vielen Dank. Was denn? Ich bedanke mich voll häufig. Das stimmt. Hör das mal nach. Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, kam es mir auch so vor, als hättest du das schon. Ja, also bitte. Also bitte. Wir dürfen auf keinen Fall vergessen, nachher noch die Leute beim Thema bedanken, die Namen vorzulesen so. Ja, dann machen wir das doch jetzt mal, oder? Machen wir das jetzt? Das Ende Dankfest. Ja. Das Ende Dankfest. Ja. Moment, wo haben wir das? Das haben wir im … Du hast jetzt Zeit, bis ich bei I bin mit Vorlesen, das rauszusuchen. Genau. Dann mach doch mal. Fang doch mal an, Jürgen. Danke Andreas, Andreas und Andreas. Und ich hoffe wirklich, dass die drei zusammen ein Trio sind und Klaus und Klaus. Nein, die sind zu dritt ein Duo mit dem Namen Andreas. Danke Anne, danke Benjamin, danke Benjamin, danke Bernhard, danke Bertram, danke Christian, danke Christian, danke Christine, danke Christoph, danke Christoph, danke Cornelia, danke David, danke Dirk, danke Dominik, danke Doris, danke Margit, danke Elias, danke Felix, danke Felix, danke Gael, danke Gero, danke Günther, danke Hanna, danke Harald, danke Henning, danke Henning, danke Henning. Das zweite Duo. Und danke Irina. So. Hast du tatsächlich zu weit gelesen, meines Erachtens, weil ich habe H bis L. Philipp hat vorhin gesagt, er macht ab J. Aber es steht ja unten schriftlich jetzt drin, so H bis L, Dominik, ist ja egal. Also dann. HDGL. HDGL. Aber dann mache ich jetzt einfach weiter bei Jan, bei Jana, bei Jens, bei Joachim, bei Jörg, bei Jörg, bei Julia, bei Juliane, bei Carsten, der Christina, der Lena, der anderen Lena, dem Lukas und dem Lukas. Ich mag, dass du bei einem Damen angefangen hast, so gefühlt eine Oktave runter zu gehen, aber dann konsequent unten geblieben bist, weil ich auch gerade gedacht habe, so kennst du die Person, aber das finde ich nur richtig, das dann konsequent so durchzuziehen. Auch vielen Dank an Marcel, an Maren, danke Maria, danke Mario, Markus, Matthias, Matthias, Michael, Myriam, Nathalie, Nicole, Nils, Nora, Oliver, auch danke Peter, danke Peter, danke Philipp, haha, da darf ich mir selber auf die Schulter klopfen, es ist aber vielleicht auch ein anderer, danke Reinhard, danke Reinhard, danke Sabine, danke Sabrina, danke Sebastian, danke Sibylla, danke Stefanie, denke, danke Stefan, danke Thierry, danke Thomas, danke Thomas, danke Thorsten, danke Timothy, danke Tobias, danke Udo, danke Ulrike, danke Vera, danke Viktoria und danke Walter und ihr dürft euch natürlich auch alle melden und hier irgendwie mit Chat. Also vielleicht ganz kurz, das waren jetzt so die Unterstützer aus dem letzten Jahr, nur falls da jemand sich wundert, oh ich hab doch vor vier Jahren schon mal, also das war jetzt so eine halbwegs aktuelle Liste, aber wenn ich jemanden vergessen habe, bitte, bitte meldet euch und komm zu uns auf die Achterrasse. Sehr gut, ich hoffe, dass, bitte melde dich nicht als Format zurückkommt. Ja, wow, was für ein starkes Schlusswort. Ja, aber irgendein eins muss es ja sein. Ja, das können wir schon machen, aber nur, wenn die Liebe zählt. Vielen herzlichen Dank wie immer fürs Zuhören, liebe Leute und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Jetzt aber ruckzuck ins Bett. Ja, weil sonst kommen alle Neinkommen. Wurscht, ob viel oder wenig Kalorien. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Boop. 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 Das Video heißt Alte Hexen bei TM3 ruckzuck. Boop. Oh Mann. Boop. Jetzt kriegt er sich nicht mehr ein. Oh, schön. Boop. Boop, 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 boop. Ähm. Boop. Boop, boop. Boop, boop. Das gibt es aber auch als Ruckzuckhexe bei Dailymotion, wenn man nicht zu YouTube will. Ruckzuckhexe. Finde ich ein schwierigen Zubegriff. Da fällt mir nur noch eins ein. Boop. 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 rausschneiden. Ja, funktioniert bloß nicht mehr, weil ich die Zwootstimme irgendwann gesungen habe. Wurscht. Ja, und ja, hallo, ich wollte auch für den Josch singen, nur weil der trausig hier rauslässt, so Frechheit. Ich habe gesummt, ja. Aber wisst ihr was, wir müssen einfach irgendwann wieder fortaufnehmen. Also, alle Leute, die können impfen gehen und dann kriegen wir den Scheiß wieder in den Griff. Alle Leute, alle Leute gehen jetzt zum Impfen. Das wäre auch ein schönes T-Shirt übrigens. Ich würde mir sofort anziehen. Impfen für acht, großartig. Sehr gut. Tschüss. Gute Nacht, Josch. Tschüss. Soll ich jetzt mal auf Stop drücken? Jupp. Besser wird's nicht.